Benjamin Kopp, Tobias Escher, Fabian Keufer, Donny O'Sullivan, Tom Hebel, Katjana Gerz, Hannes Kerstin, Florian Hahn. Wenn es beim ersten Mal richtig Spaß gemacht hat, dann soll es natürlich auch weitergehen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Final Table an meiner Seite. Heute auch nicht nur tolle Pokerspieler, sondern natürlich auch ein Pokerexperten. Mein gesundes Halbwissen reicht nicht. Felix, hast du, Felix Schneider ist erstmal Poker Pro früher gewesen, absoluter Fachmann, hat auch einen eigenen Poker Channel und hast du eigentlich die erste Folge noch in den Knochen? Die war ja unglaublich. Ich habe es einfach nur in super guter Erinnerung. Hat mega Spaß gemacht dazu zu gucken. Selbst ich als Profi lerne immer wieder neu dazu, weil selbst als Profi musst du dich gegen Amateure andauernd durchsetzen an jedem Pokertisch, zu jeder Zeit. Also von daher ist es einfach mega spaßig und ich hoffe auf mehr heute. Ich freue mich sehr, dass wir eine Premiere haben, denn Damen am Pokertisch sind nicht so häufig. Aber heute haben wir jemanden da. Beeinflusst so eine Anwesenheit die Herrschaften der Männer beim Spielen? Das kann durchaus sein. Das erhitzt oft die Gemüter. Also es ist schon sehr, sehr oft passiert, dass da Dynamiken entstehen, die unvorhersehbar sind. Und da können Vorteile ausgenutzt werden von beiden Seiten. Da muss halt aufgepasst werden auf jeden Fall. Das wird auf alle Fälle spannend. Ich hoffe, es wird sowieso ein spannender Abend. Ich habe schon gehört, dass der eine auf Trash-Talk setzt, der andere auf Mathematik. Der eine ist nur zum Spaß hier. Das wird eine richtig gute Runde. Wir sehen uns gleich in der Kommentatorenbox. Wir müssen natürlich noch erwähnen, ihr könnt uns auch wegklicken. Wir haben nämlich heute einen zweiten Stream, der auf die Kommentatoren verzichtet. Wer das unbedingt machen möchte, der lernt natürlich am Ende nichts. Aber ist natürlich auch ganz sinnvoll, dass man einfach mal sagt, ich gehe mal in den anderen Channel und will die Jungs mal nicht hören und will einfach nur den Tisch erleben. Der Trash-Talk ist das Beste. Wir wollen natürlich niemanden ausschließen. Das heißt, die Leute, die vom Pokern vielleicht überhaupt keine Ahnung haben, zum ersten Mal in Kontakt treten damit. Den wollen wir natürlich, die wollen wir auch mit an die Hand nehmen den ganzen Abend. Wir erklären viel. Du erklärst vor allen Dingen viel. Du analysierst auch einige Hände. Und vor allen Dingen zeigen wir für euch, die vielleicht mit Pokern nicht ganz so firm sind, erstmal, wie das Ganze geht und wie die Wertigkeiten sind und was das Spiel eigentlich so ausmacht. Gespielt wird bei Final Table die beliebteste und am weitesten verbreitete Pokervariante Texas Hold'em. Zu Beginn müssen die beiden Spieler, die links vom Dealer-Button sitzen, als Einsatz den Small Blind und den Big Blind setzen. Letzterer geht fortan als Mindesteinsatz für alle Spieler. Danach verteilt der Dealer zwei Karten an alle Spieler, die nur sie einsehen können. Sie müssen sich nun entscheiden, ob sie ihre Hand spielen oder aussteigen möchten. Das nennt man dann Fold. Call bedeutet, mit dem aktuell gesetzten Beitrag mitzugehen. Bei einem Race wird der Einsatz erhöht, wobei die anderen Mitspieler dann wieder mindestens gleichziehen müssen. Der Spieler, der den Big Blind gesetzt hat, hat als letzter die Möglichkeit zu checken, zu folden oder zu erhöhen. Geht ein Spieler all in, setzt er all seine Chips in den Pott. Haben alle Spieler gesetzt, deckt der Dealer drei Gemeinschaftskarten auf, den sogenannten Flop. Mit ihnen kann jeder Spieler sein Blatt kombinieren. Nun können die Spieler wieder checken, raisen, callen, folden oder all in gehen. Checken alle Spieler, dann wird weiter gespielt, ohne dass etwas gesetzt wurde. Danach legt der Dealer eine vierte Karte, den Turn, zu den Gemeinschaftskarten und jeder Spieler hat wieder dieselben Einsatzoptionen wie in der Runde zuvor. Anschließend wird die fünfte und letzte Gemeinschaftskarte, der sogenannte River, gelegt. Es folgt die finale Setzrunde. Schafft es ein Spieler, seine Gegner trotz eines schlechten Blattes zum Fold zu drängen, gewinnt er mit einem Bluff. Ohne, dass er seine Karten zeigen muss. Wenn mehr als ein Spieler nach den Einsätzen übrig bleibt, kommt es zum Showdown. Dabei müssen die verbliebenen Teilnehmer ihre Karten offenlegen. Derjenige, der aus seinen Zweihandkarten und den Gemeinschaftskarten die beste Fünferkombination legen kann, gewinnt die Partie und damit den Inhalt des Pots. Nach jeder Partie wandert der Dealer-Button eine Position weiter nach links. Royal Flush Der höchstmögliche Straight Flush Straight Flush Fünf Karten gleicher Farbe in Reihe Vier Karten gleichen Wert Full House Ein Drilling und ein Paar Flush Fünf Karten gleicher Farbe Straße Fünf Karten in Reihe Drilling Drei Karten gleichen Wert Zwei Paare Zwei Paare Ein Paar Ein Paar High Call Die Karte des höchsten Werts So schwer ist das eigentlich gar nicht. Die Poker-Profis sagen ja immer, Pokern zu verstehen ist relativ simpel und das geht auch relativ schnell. Poker zu beherrschen dauert möglicherweise ein ganzes Leben lang. An dieser Stelle, bevor wir gleich hier Shuffleup and Deal rufen und die Karten austeilen und natürlich auch die Gäste vorstellen, nochmal einen großen Dank an unseren Sponsor und an denjenigen, der das Ganze hier überhaupt möglich macht und uns tatkräftig unterstützt. Jobstairs.de an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Es lohnt sich übrigens ein Besuch bei denen auf der Webseite, denn wir verlosen in Zusammenarbeit mit Jobstairs.de 50 Dosenbeats-Ticket für die Gamescom. Also Jobstairs.de einfach mal drauf surfen und mit Glück ein paar Dosenbeats-Tickets gewinnen. So, jetzt aber wollen wir die Gäste reinbeten, denn die brauchen wir natürlich und ich bin sehr froh, dass wir endlich mal geschafft haben, in der zweiten Folge direkt mal eine Lady zu holen. Katjana Gerns ist bei uns und ihr Motto beim Spielen, sie nimmt es vor allem, komm rein, komm rein, sie nimmt es, Katjana, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, als ich deine Bio gelesen habe und als du die Frage beantwortet hast, was ist eigentlich Pokern? Pokern ist für dich eine Sportart, das finde ich sehr beeindruckend, hast du geschrieben und du hast es von wem gelernt? Von meinem Opa, der in Las Vegas früher gewohnt hat. Bist du gut? Mh, 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 das verrate ich jetzt noch nicht. Hast du dir was vorgenommen heute? Äh, zu gewinnen. Oh, das ist gut, das sollte man beim Pokern immer. Ich drücke dir die Daumen, wir werden das beobachten. Vielen Dank. Danke schön. Setz dich, du weißt ja, wo dein Platz ist. Jetzt kommt der größere Bruder von Colin. Colin kann heute leider nicht teilnehmen, der es verhindert, aber wir sind sehr, sehr dankbar, dass Tom Gäbel bei uns ist. Alles gut. Alles gut. Du hast dich natürlich auf deinen kleinen Bruder gefreut, macht aber nichts. Trotzdem nimmst du teil und würdest du dich als Poker-Profi bezeichnen oder eher als Hobbyspieler? Vollkommener Amateur mit Ambition. Also ich habe, oder noch nicht mal mehr das, also ich mittlerweile poker ich eigentlich nur noch aus Spaß und auch nur ab und zu. Der Spaß kommt natürlich erst dann, wenn die anderen keinen Spaß mehr haben und das versuche ich. Ich wollte eigentlich heute Colin erniedrigen, muss ich zugeben, seit ich wohne ja in Köln, er wohne in Hamburg, da ist es nicht mehr so oft möglich, sich gegenseitig zu ärgern. Das wäre heute ein wunderbarer Moment mal wieder gewesen. Dann erniedrige doch einfach irgendjemand anders. Ich nehme irgendjemanden Ersatz. Wer käme nach Colin in Frage? Gibt genug. Aber manchmal ergibt sich das ja im Laufe des Spiels. Ian ist ja heute nicht da, das wäre so ein Typ, den ich gerne erniedrigen würde. Nimm Platz. Dann erniedrige ich mich einfach selber. Oder so. Viel Spaß auf alle Fälle. Ben ist bei uns als der dritte Spieler. Pokern ist das Einzige, das ich im Sportfernsehen sehe, Ben hast du geschrieben. Und außerdem hast du noch geschrieben, dass du gut in Mathe bist. Eigentlich auch eine gute Voraussetzung zum Spielen, ne? Ja, stimmt tatsächlich. Der Funfact, ich würde den jetzt nicht so auf die Goldwaage legen, aber ich habe ja tatsächlich ein Ingenieurstudium hinter mir. Was heißt, wahrscheinlich stimmt das? Oh, da hinten. Ja, man muss ja auch ein bisschen Trash-Talken. Das gehört ja auch dazu. Trash-Talk gehört auch dazu, ne? Auf alle Fälle. Mach euch fertig, den Kopf rechnen. Was hast du dir vorgenommen? Ist für dich auch natürlich Platz 1 das Ziel? Ja, für Platz 2 kommt man ja nicht her, ne? Richtig, typisch. Nimm Platz, ich drücke dir die Daumen. So, der vierte Spieler, Donny, ist bei uns und er hat gesagt, seine Lieblingshand ist Queen. Und vor allen Dingen, was ich auch bemerkenswert finde und was ich auch gut finde, Pokern ist kein Glücksspiel. Das denken ja immer noch viele, ne? Ne, meine Lieblingsband ist Queen. Hier, Lieblingshand steht hier. Also, Queens? Ja, Königinnen, mag ich mal ganz gerne. Aber ich habe es jetzt unerhörtlich awkward gemacht, das mache ich übrigens sehr gerne mal. Du hast gefragt, Poker ist kein Glücksspiel. Ja, das hast du gesagt. Ja, finde ich schon, weil ich glaube, Poker ist zu einem gewissen Teil auf jeden Fall Glücksspiel. Aber im Endeffekt, wenn man eigentlich weiß, wie man so ein bisschen mit Mathematik umgehen und Wahrscheinlichkeiten umgehen muss, dann kann man das Spiel schon so weit beeinflussen, dass man sich einen Vorteil verschaffen kann. Weil nicht umsonst sind ja quasi die Leute, die immer wieder die Turnieren gewinnen, immer die gleichen Gesichter. Du sagst es und deshalb sitzt ja auch unser Felix Schneider, unser X-Flex, als Poker-Profi bei uns und der wird eure Hand analysieren. Ich drücke dir die Daumen, nimm Platz. Danke. Wir sind gespannt, was da raus wird. Ciao Leute, ciao. Fabian ist der Nächste und damit der Fünfte am Tisch und möglichst nicht die Nerven verlieren am Pokertisch. Das ist deine Devise gewesen. Ja, das ist so ein bisschen meine Erfahrung aus vergangenen Poker und ich spiele nur relativ selten und entweder läuft es gut oder ich verliere irgendwann die Nerven und es läuft alles scheiße dann und das ist eigentlich mein einziger Vorsatz, den ich habe. Bist du so wie Eddie vielleicht? Der hat auch so einen Tilt-Faktor, wenn er da rüber geht, dann ballert der rum oder Ian ab. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, Eddie und ich sind uns nicht so ähnlich. Ich glaube, beim Poker nähern wir uns aber so ein bisschen menschlich an und ich glaube, da bestehen dann schon Parallelen. Ich hätte mich auch gefreut, wenn er heute dabei gewesen wäre, aber er hat ja schon das letzte Mal abgeliefert. Von daher, vielleicht am Final Table dann. Genau, also der hat das letzte Mal das Ding geschippt hier gegen Ian im Hetz ab. Ich drücke dir die Daumen, nimm Platz und ich wünsche dir viel Spaß. Jetzt haben wir den Flo, der hasst Asskönig, er hasst Anakonikova. Gibt es dafür, Flo, eine Begründung? Hast du schlechte Erfahrungen mit dieser Hand gemacht, die ja eigentlich mit die beste Starthand ist? Nee, ich wollte eigentlich tatsächlich nur in diese stumpfe Sexismus-Kerbe hauen, die mich groß gemacht hat. Okay, was hast du dir heute vorgenommen? Ja, gewinnen auf jeden Fall. Katjana hat ja gesagt, das ist Sport. Ich habe Sportjournalismus und Sportmanagement studiert. Sehr gut. Deswegen easy für mich eigentlich. Ich glaube, das größte Problem wird irgendwie die Katjana und Donny auszublenden. Das Blöde ist, du sitzt rechts von ihr. Du hast sie hinter dir. Das ist eigentlich blöd, ne? Ja, das ist schwierig, aber das ist kein Problem. Ich drücke dir die Daumen, aber natürlich Ziel auch erster Platz, oder? Ja, sicher. Ja, logisch. Nimm Platz und auch dir viel Glück. So, Hannes ist auch am Tisch. Hannes, deine Stärke ist Trash-Talk. Ich stand halt schon immer auf Trash-Talk. Ich meine, das hat nichts mit Poker zu tun. Das ist ja auch in Real Life so. Also, ein bisschen Spaß haben. Nicht nur sitzen und leise sein, sondern mal sagen, dass der andere nervt. Hast du denn irgendwie dir was vorgenommen für heute Abend, für diesen Tisch? Hast du die Gegner analysiert? Hast du mal geguckt, wer da sitzt und wie man die knacken könnte? Ja, ich habe schon den einen oder anderen, wo ich sage, das ist, glaube ich, ein starker Spieler. Aber ja, ich habe mir vorgenommen, gut zu spielen. Klar will ich gewinnen, aber Spaß. Es soll auch Spaß machen. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß. Nimm Platz. Danke. Und dann haben wir natürlich noch Tobias, ist Taktikexperte bei den Bohnen, komm ran. Und hat vor allen Dingen gesagt, Pokern ist für mich Psychokrieg. Ja, das ist es ja auch. Pokern ist zu 63% Psychologie und zu 25% Mathe. Das ist alles. Okay. Und der Rest? Ja, bin nicht so gut in Mathe. Und eine Brille hast du auch. Du wirst dich anziehen, logischerweise. Mach mal. Ich bin ein bisschen over-the-less, muss ich sagen. Mir wurde gesagt, ich soll den Dealer geben, aber... So, die Brille anziehen und geil. Nimm Platz. Ich drücke auch dir die Daumen. Vielen, vielen Dank. So, liebe Leute, das Ganze funktioniert natürlich nicht ohne euch. Ihr könnt nicht nur zuschauen, sondern ihr könnt auch mitmachen. Denn jeder von euch kriegt natürlich auch 10.000 Startchips. Und wie das Ganze geht und wie ihr setzen könnt und am Ende auch gewinnen könnt, seht ihr jetzt. Beim Final Table könnt auch ihr mitspielen. Geht dazu einfach auf watch.rocketbeans.tv und meldet euch dort mit eurem YouTube- oder Twitch-Konto an. Beim Start des Pokerturniers habt ihr 10.000 virtuelle Chips zur Verfügung. Von denen könnt ihr zu Beginn jeder Runde einen selbstgebeten Betrag auf die Person setzen, von der ihr glaubt, dass sie gewinnen wird. Tippen könnt ihr ab dem Moment, an dem die erste Karte an die Spieler ausgegeben wird, bis zu dem Zeitpunkt, wenn die erste Karte des Flops aufgedeckt ist. Liegt ihr mit eurem Tipp richtig, bekommt ihr den doppelten Wetteinsatz zurück. Liegt ihr falsch, sind die gesetzten Chips verloren. Die drei Spieler, die am Ende die meisten Chips gesammelt haben, gewinnen jeweils ein individuelles, bunt gemischtes Rocket Beans-Paket. Ich wünsche euch viel Spaß und drücke euch die Daumen. Übrigens nochmal der Hinweis, im Heads-Up wird das Ganze dann nicht mehr funktionieren. Also nur solange drei Spiele noch am Tisch sind, habt ihr die Möglichkeit mitzuspielen. Wir werden das Ganze noch im Laufe des Abends immer noch weiter erklären. Die Spieler sind bereit. Carsten, unser professioneller Dealer vom ersten Teil, ist auch wieder dabei. Vielen Dank nochmal an ihn und gleich geht's los nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen aus der Kommentatorenbox. Felix und ich sind hier am Start. Tschöne Grüße. Liebe Regie. Na, was ist das? Hier liegt ein Hammer. Falls einer on Tilt geht, müssen wir den reinreichen. Ihr habt übrigens die Möglichkeit, unsere Kommentare dann auch später wegzublenden. Wir haben nämlich einen zweiten Stream, den seht ihr unten eingeblendet, da ist die URL. Da könnt ihr euch auch vergnügen, aber vielleicht anders. Wir sind sehr gespannt, wie der Tisch abläuft. Deine Erwartungen? Ich habe gar keine Erwartungen. Ich gehe immer ohne Erwartungen an den Pokertisch ran, weil das ist das Beste. Du weißt nie, was passiert. Du hast keine Ahnung, was abgeht. Wir haben es ja letztes Mal gesehen. Jetzt bin ich gespannt, was heute los ist. Eins ist klar, im Chat wurde schon nach Ian geschrieben. Ian ist heute nicht da. Das macht aber nichts. Vielleicht haben wir eine Vertretung, wer weiß. Wir gehen runter an den Tisch. Da ist Carsten schon in Action und erklärt den Spielern nochmal das System. Ich bin gespannt. So, guten Abend, die Dame, die Herren. Ich bin der Dealer für den heutigen Abend. Ich möchte euch etwas erklären zu dem Ablauf des Turniers ein bisschen. Kommen wir zum Anfang zu den Chip-Wertigkeiten. Wir haben fünf verschiedenwertige Chips. Insgesamt habt ihr, wie die Zuschauer, 10.000 Chips. Fangen wir an mit den Kleinsten. In Violett, die Fliege, sind 50. Der Graal in grün 100. Die Schlange in grau 200. Schlüssel in blau 500. Und der Stern, das Pentagramm in braun 1000. Dann gibt es noch ein paar Regeln für euch. Weil wir sind ja... Bitte? Ich habe sie mir geliehen vom Band. Das ist eine klassische Dealer-Verletzung. Also, weißt du, ich war so schnell, da hat mein Finger Feuer gefangen. Sofort. Weil ihr seid ja alle Gentleman und eine Lady. Gibt es ein paar Tischregeln. Zum einen haben wir heute, ist verboten, der Stringbed. Das heißt, wenn ihr etwas setzen wollt oder erhöhen wollt, sagt es vorher an. Sagt am besten noch den Betrag dazu, dann ist alles sicher. Und macht nicht diesen hier. Nicht die Chips einzeln fallen lassen. Was ist denn die Strafe, wenn man das macht? Pardon. Das ist einfach nur ein Call. Sobald ein Chip fällt, ist es ein Call. Und da hast du nichts mehr davon. Vielleicht mal eine klassische große Gäste. Weil Halunken verwenden das eben dazu. Die sehen in die Augen des Gegenübers. Und warten so ungefähr, wann ist genug, wann gehst du raus so ungefähr. Und lassen die Chips fallen. Das ist doch das Äquivalent zu Don't Splash the Pot, oder? Okay. Willst du Don't Splash the Pot erklären? Das hat er gerade erklärt. Das ist genau das. Das heißt so. Das ist Äquivalent. Dann hat er es eben gerade auch von dem einen Chip. Wenn ihr nichts sagt und immer einen Chip in die Mitte werft, egal welche Wertigkeit, ob zu viel oder zu wenig, ist es immer ein Call. Wenn es zu viel ist, denke ich mir, die Person hat keine kleineren Chips mehr. Um zum Beispiel 100 zu callen, wirft ein Tausender rein. Hat keine Hunderter mehr, wirft ein Tausender rein. Ich mache den kleinen, ist ein Call und fertig. Wenn man sagt, Rays wirft ein Tausender rein, dann ist es Rays auf 1.000 und ist gut. Wenn es zwei Chips sind, ist es immer ein Rays oder mehr. Dann noch die inkompletten Rays. Sagen wir, die Blinds sind bei 300 und 600. Das heißt, 600 ist der Big Blind. Jemand möchte Raisen, da wäre das Minimum auf 1.200. Wenn der allerdings sagt, Rays, dann ist eh schon klar, wenn er allerdings nur Chips in die Mitte wirft, dann weiß man nie so genau, ist es jetzt ein Rays oder nicht. Wenn es zum Beispiel 900 wären, dann sind das 50% erreicht von dem Rays. Das heißt, 600, das Doppelte wären nochmal 600, die Hälfte von 350%. Sobald die erreicht sind oder mehr, ist es ein Rays. Wenn er zum Beispiel nur 800 in die Mitte wirft, ist es ein Call. Der muss die 200 zurücknehmen und das Spiel wird normal fortgesetzt, er hat dann keine Wahl mehr, irgendwie noch anderweitig zu erhöhen. Ja, ausgestiegen geistet bin ich jetzt im Moment. Also im Grunde genommen einfach, wenn du Raisen willst, erst Rays sagen, deutlich, klar und deutlich und dann einfach zu den Chips greifen. So ist die sichere Variante. Natürlich, manche wollen halt cool sein. Bei manchen, oder bei manchen, der Zug ist bei uns allen gleich abgefahren, oder bei manchen, wenn es um viel geht, der Puls geht hoch, die Stimme zittert vielleicht, man möchte nicht reden, um dem anderen Informationen zu geben, tut man immer nur die Chips setzen. Aber wenn man dann eben einen Fehler macht, ist der Fehler passiert und kann nicht rückgängig gemacht werden, ich werde den dann darüber richten, was dann passiert. Oder vielleicht hat man auch eine zu enge Weste an, dass man einfach dann so ein bisschen nicht weit, dass man nicht genug Luft kriegt. Zu den Chips ist, glaube ich, soweit alles gesagt, wenn ihr noch Fragen hättet. Und dann gibt es dann nämlich noch das, wenn man nicht aufpasst oder nervös ist, das Vorgreifen. Dann sagen wir Flo und Hannes sind die Blinds, Small und Big Blind. Das heißt, als nächstes wäre Katjana dran. Aber Tobi hat eine super Hand. Der will jetzt schon All-in gehen und sagt eben All-in. Ist auch noch gar nicht dran. Dann hat er vorgegriffen und verwert somit sein Sprachrecht für diese Setzrunde. Das heißt, das All-in wird zwar gehört, aber ignoriert. Es geht wieder zu Katjana. Die Reihe wird durchgearbeitet bis zu Tobi. Und Tobi hat dann nur noch das Recht, passiv zu agieren. Das heißt, wenn er natürlich vorher schon All-in war, kann er das callen. Er kann aber selbst nicht mehr All-in gehen. Er darf entweder callen, checken oder wegwerfen. Er darf nicht mehr aggressiv in das Spiel agieren, raisen oder All-in gehen. Das heißt, wenn er aber locker mit ein paar Könige sagt All-in und dann racet einer sich nach den anderen, weil alle Asse irgendwie haben, dann kann er auch sagen, Leute, ich bin doch nicht mehr dabei. Genau. Aber höchstens darf er halt callen, um mitzugehen. Aber er darf nicht nur nochmal drüber gehen. Wir haben zwei Dags. Es sind acht Asse. Nee, es gibt nur vier. Ich weiß. So. Es sind so viele Leute. Von meiner Seite war es das soweit. Ja, dann spielen wir mit Joachim eigentlich. Ich glaube heute Abend nicht. Ich wünsche euch wirklich viel Glück. Kann ich tauschen? Ja, dich nicht. Ihr auch, Tom. Könnt ihr mir ganz viel Glück wünschen? Ja. Katja, viel Glück. Viel Spaß vor allem euch allen. Eine Frage an den Tisch. Meine Emanzipation, schön und gut. Es ist eine Dame am Tisch. So, Karl hat jetzt erstmal die Regeln erklärt. Klare Ansagen. Es ist ja auch wirklich ganz wichtig, weil viele Hobbyspieler machen das auch immer falsch. Oder wenn sie nervös sind. Und die wissen halt nicht, wie sie dann wetten müssen. Gerade Einsteiger, wenn sie das erste Mal live spielen vor allen Dingen. Ich meine, du kannst dich vielleicht an Online-Poker ganz leicht gewöhnen. Aber wenn du live spielst, kann es sehr schnell sein, dass du einfach mal total nervös bist. Überhaupt nicht weißt, wer gerade dran ist. Und dann fällt dir ein Chip in die Mitte. Oder irgendwas passiert und du sagst es nicht an. Mein Tipp ist immer, immer verbalisieren am Tisch. Was du machen willst, da hast du keine Probleme. Das ist das Beste, was du machen willst. Immer erstmal nachdenken, dann nochmal überdenken, was will ich eigentlich machen. Genau. Oft, wenn man gute Karten hat, dann sagt, oh ja, das mache ich. Und dann der Dealer, alles klar, Gesetz ist Gesetz. Genau. Selbst wenn du keine Zahl ansagst, sag einfach, ob du raisen oder ob du callen oder ob du folden willst. Wenn du es ansagst, hast du nie Probleme. Dann kann nichts passieren. Okay, wir gehen in die erste Hand. Du bist ein richtiger Suchti, guckst du das ständig? Ich habe echt ziemlich lange geguckt. Dennis, glaube ich, auch. Ich finde das immer ganz cool. Ich gucke mal die WSOP, ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ich finde das einfach mit den Kommentatoren, die sind zwei aus Amerika, dieses Duo. Dieser eine, der immer so ein bisschen lustig ist. Ich liebe das auch. Sehr lustig. Karten, bitte in den Feldern. Karten in den Feldern, bitte. Wie heißt der immer? Chad? Chad Norman, glaube ich. Oder Norman Chad. Norman Chad, glaube ich. Norman Chad. Was machen wir? Fabian, call. Tobi, fold. Ich raise. Ben, raise auf 200. Flo, fold. Handel, fold. Ich gebe mir. Katjana, call 200. Donny, call. Call. Tom, call. Fepsen, fold. Fepsen. Du hast transformiert zu Fepsen. Vier Spieler. Donny, check. Tom, check. So, Ben hat jetzt schon mal eine gute Hand. Hast getroffen. Ja. Es war jeden ein bisschen was dabei. Second pair für Katjana. Ja, das verlernt doch. Genau, zum Call. Wenn du schwachen Ass, wenn du das aus früher Positionen eröffnest und du hast keine gute Buy-Karte, weißt du nicht genau, wo du stehst, wenn du so viele Gegner hast und da kommt irgendeine ungemütliche Turnkarte jetzt. Ich setze 1000. Ben, Bett 1000. Auch hier eigentlich eine schöne Dead-Size, ne? 1300 im Port, 1000 nochmal für das Ass oder würdest du sagen, zu hoch? Ja, das kann man zweierlei, auf zweierlei Weise spielen. Jetzt, man kann auch checken, um zu verstecken, dass man das Ass hat. Das ist auch in Ordnung, weil er eine schwache Buy-Karte hat. Und das Problem ist, wenn er jetzt so hoch ansetzt, kann es gut sein, dass Katjana rausgeht und dass sie jetzt Angst bekommt und mit einer schlechteren Hand wegwirft. Also eigentlich willst du sie lieber dabei behalten. Aber ein solider Fold von Katjana. Natürlich, genau. Nicht alle schmeißen in der Situation den Buben weg, ne? Ja, diszipliniert und richtig. Aber aus dem Grund hast du oft eben auch eine Situation, wo du mit solchen schwachen Assen auch ruhig mal einen Check einbauen kannst, damit der Gegner eben auf die Idee kommt, na, vielleicht ist der andere auch nicht so stark. Vor allen Dingen korren dich auch relativ wenig Hände, ne? Also nur stärkere Asse möglicherweise. Ja, das ist direkt das Problem in der Eröffnung, mit so einer schwachen Hand wie Ass 8 aus einer frühen Position. Deswegen ist beim Pokern-Positionsspiel sehr wichtig. Je später die Position, desto schwächer darf auch die Buy-Karte eigentlich sein. Zweite Hand. Ja, stimmt, das mit Donny war auch dabei. Aber zuerst hatte ich so... Hier war der Vorgang, genau in dem Raum hier auch, witzigerweise. Ja, ja, genau. Ja, ich. Ja, echt? Das war Cash Game. War Cash Game. Genau, war Cash Game. Donny, bitte, genau. Natürlich nicht mit Echtgeld. Natürlich nicht. Call. So, jetzt kann ich gucken, ne? Ich call. Tobi, call. Ben, call. Flo, fold. Raise of 300. Hannes, raise 300. Katjana, fold. Donny, call. Das klingt übrigens aus. Katjana, fold. Tom, fold. Die Karten, bitte. Karten müssen weg. Donny, fold. Das ist wie so ein Polo-Darsteller. Katjana, fold. Fabian, fold. Ich kann so Katjana, fold, bend, fold. Danke. Wie lässt man... Schlechter. Heads up. Das ist natürlich auch immer, wovor man... Wie Angst hat mir das, könnte ich mir trifft. Hannes, bett 400. Ja, so man trifft hier auch nur in 30% der Fälle überhaupt seine Karten. Dann steht man da mit Asskönig, muss am Anfang, also first in. Donny, fold. Ja. Port geht an Hannes. Hannes spielt an und gewinnt das Ding, aber es ist richtig so. Der Flop ist auf jeden Fall der schlechte Asskönig. Du bist gefährlich zu. In diesem Fall hat er Glück. Jetzt einfach so versuchen, so Plays zu machen. Ich glaube, er hat dann Bock drauf. Einfach nicht, dass... Asskönig auch möglicherweise mal zu checken gegen einen Gegner, weil da sind viele Straßen-Draws draus. Definitiv. Definitiv ist auch ein Check möglich. Vor allen Dingen, das Problem, wenn du keine Positionen hast, ist, der Gegner kann dich später noch immer ausspielen, wenn du dich nicht verbesserst. Echt? Obwohl du halt natürlich vorher geracet hast. Ja, aber das müsste ja, dass du einfach in die Asskübe oder so ein Königkübe oder so. Hä? Oder? Oder ein Pärchen oder so. Auf jeden Fall hast du, glaube ich, eine gute Hand gehabt. Diese Technologie macht mich fertig. Die ist ja so geil. Man sieht jetzt immer die Karten zu Hause. Ich finde es ja auch ein bisschen weird irgendwie. Weil irgendwie tausende von Leuten sehen das, was du spielst. Low Call? Ja, aber mit einer gewissen Latenz. Wie heißt das? Latenz. Ich glaube nur so 20 Sekunden oder so, oder? Hannes Fold. Tatjana Fold. Donny Fold. Was? Guckt ihr Stream heimlich unterm Tisch oder was? Schön die Orts kurz mal angucken. Die Apple Watch muss abgelegt werden. Ja, aber es ist ja krass, wie sich das mittlerweile... Stimmt, hier. Ben, Alter. Ja, stimmt. Mit seiner Apple Watch da. Tom Cole. Die natürlich genau so viele andere Watch. Die irgendwie mit Option checken. Freeze. Oh nein. And. Hat gecheckt. Yes. Fünf Spieler. Check. Fabian check. Tobi check. Von allen Leuten am Tisch, wo ich dachte, wer mag es am meisten ordentlich, ist es Tobi Asch. Und wir seine Chips haben. Von allen Leuten hätte ich gedacht, Ben Bett 500. Können Sie erklären, was die Zahlen unter den Karten dort liegen? Genau. Man sieht an der rechten Seite die Prozentzahlen, also die Gewinnwahrscheinlichkeit. Man nennt das in der Poker-Fachsprache die Equity. Wie viel Chance hat man zu gewinnen, wenn man alle fünf Gemeinschaftskarten sehen kann. Und unter den Zahlen steht jeweils, wie viel der Spieler setzt oder bezahlen muss. Und darunter steht, wie viele Chips er noch hat. Und die Position ganz rechts unten in der Ecke. In diesem Fall zum Beispiel, Under the Gun ist die erste Position, die agieren muss am Tisch. Und Button ist der Spieler mit dem Dealer-Button vor sich. Und Tom hat einfach ein Megamonster. Supergeil. Und checkt es an, Ben checkt sofort hinterher. Und dieser Turn ist richtig gut. Das ist korrekt. Aber das ist eine schöne Situation. Wenn er jetzt nochmal anspielt, kann es gut sein, dass er einen Call bekommt. Aber Ben entscheidet sich jetzt zu blöffen. Und jetzt wird er wahrscheinlich ein Race bekommen. Ich bin mir sicher. Ben Bett. Und ist der Ben Bett. Und das Ding ist, wenn du Ass hoch hast an dieser Stelle, denkst du dir auch, was soll denn der Gegner da großartig haben? Auf die zwei setzt du ihn dann meistens nicht. Und vielleicht bekommt er sogar einen Call. Race. Deutsch. Was war hier? 1.000 und nochmal 1.000 drauf. Tom, ein bisschen wenig, ne? Ist verdächtig, auf jeden Fall. Ist sehr verdächtig. Könnte man jetzt darauf kommen, dass er stark ist. Sieht nicht mehr nach Blöf aus. Ne, er schmeißt weg, ja. Aber Ben, auch Info, den machen auch nicht alle. Ja, das stimmt. Nochmal aufbezahlen, weil man neugierig ist, ne? Ja, ja, kennt man. Aber es ist eine gute Situation einfach. Sieht eben, kann nach Blöf aussehen, wenn er es größer gemacht hätte. Hätte funktionieren, bestimmt. Starke Hand, 1.900 Chips für Tom. So bist du jetzt Forrest Gump. Forrest Gump ist eine große Schärfstelle, die gibt es. Ich weiß nicht, was mir gekümmt. Ja, der Rektor, ne? Übrigens, Ben ist auch ganz hoher Favorit in dieser Runde bei den Zuschauern. 95% haben mich auf Bens Hand gesetzt. Oder setzt noch Bens Hand und... Ja, die sind einfach alle tot jetzt. Haben die den vor dem Flop gesetzt, ne? Immer vor dem Flop. Ja, ja. Und zack, gewinnt 6-2. Oh, Alter. Jetzt geht er hier weiter. Flo-Fold. Hannes-Fold. Katjana-Fold. Donny-Fold. Call. Tom-Call. Das sind was, 100, ne? Ja. Ich weiß, was die Leute gerade sagen. Raze 300. Die Leute, sie haben einfach Bock drauf, das einfach zu gucken. Das ist normal. Ben-Fold. Ach, die in der Regie? Aber ich hab tatsächlich... Flo-Call. Call. Tom-Call. Drei Spieler. You just got gable-ized. Tobi-Check. Gable. Gable. So ähnlich wie Gabel, oder? Ach, Löffel, meinst du? Flo-Bett 500. Ich wollte dich geäbeln. Äh, Fold. Tom-Fold. Rausie raus. Oh, ist der doch. Na, ist der Glück. Ach so, hi. Du hast einfach nur das Verträumt. Tobi-Fold. Fort geht an, Flo. Hey, Flo, der erste Part. Wow. Danke, Mann. Ich find das sehr schön, dass man so am Anfang erstmal alle so... Darf man nicht nur nicht zu viel Gas geben, erstmal gucken, wie die anderen spielen. Klein-Klein, ja, ja, das Klein-Klein hier. Man sieht auch immer dieses ganze Rumgelimpe, das ist typisch, so für typische Einstiege oder Einsteigerrunden auch, dass halt erstmal sich Flops angeguckt wird, jemand raced und da wird man so vorsichtig vorgefühlt mit einer kleinen Bettnacht. Die Gewinner spielen ja noch dann... Alle spielen vorsichtig. Ja, dann Dezember, deswegen wollen wir einen Gewinner haben. Ich kann Dezember nicht, also... Deswegen wird ein Deal. Das ist besser, wenn ich nicht gewinne. Nicht alles will ich. Der Dezember ist ganz voll bei mir. Na ja. Meiner. Dann musst du zum Arbeitsamt, ne? Kann ich mal noch was zu trinken? Gebrauchen? Ja, sehr gerne. Oh ja, ich nehme auch eins. Ich mach das gleich. Finde ich mich sehr professionell und anständig von mir, dass du mir ein Bier bringst, obwohl ich dich gerade so abgezockt habe. Ja, na klar. Noch Profis hier. Sorry. Wir können jetzt nochmal einen Blick auf unser Zuschauer-Ranking haben, also wer hat wie viele Chips eigentlich gesammelt? Ja, 25.000 für den da ganz oben. Nix, das ist die Serie. Robin hat 20.000, Schimmelkäse kostet 20.000, also wir haben einen führenden mit 25.000 Chips. Also weiter mitmachen, liebe Leute. Donny Call. Fold. Fold. Raise 1.000. Tom Fold, Fabian Fold, Tobi Raise auf 1.000. Also warte mal jetzt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt kommt der erste Mal Flo. Du kannst ja nur, 1.000 gehst du hoch. Ben ist auch noch dabei, ne? Ja, ja klar. Nee, verabschiedet sich. Ja. Aber komm, mit Bierbieter. Wirst du groß? Willst du nicht deine 50 verteidigen? Flo Fold. In Smallbed. Also sehr nur, was denkst du denn? Können wir laut mitnehmen? Was bin ich trinke? 1.000. Was denkst du denn? Was denkst du denn? Nee, ich meine, damit können wir... Wir können doch mitquatschen, oder? Ja, wir können doch mitquatschen. Und laut. Immer laut. Laut, immer mitquatschen. Immer dazwischenredigen. Es gibt da, glaube ich, keine drin. Ich möchte ein bisschen nichts dazu sagen, weil ich vielleicht eventuell noch mitspielen will. Achso, hast du gesagt, oder was? Es waren ja ganze 350 im Pott. Da ist schon so ein 1.000er-Race nicht gerechtfertigt. Ui. Nicht gerechtfertigt? Anfänger-Race. Warum ist es nicht gerechtfertigt? Zu hoch. Naja. Ja. Deswegen kann er ja nur... Aber das kann auch eine Taktik sein, oder? Das ist so crazy. Kann natürlich eine Taktik sein. In der Fachsprache nennt man diese Leute auch Fische. Bube, sieben und zwei. Ben, kannst du das Feuerzeug mal haben? Nee, Katja, überleg noch. Ja. Okay. Kannst du... Kannst du vielleicht mal... Ey, was denkt ihr denn? Ach, also genau. Ja, zeig mal kurz deine Hand, dann würde ich dir eine Einschätzung geben. Ich mach auch mit, komm. Zwei-Meinung. Kann ich... Nein. Wie dieses eklig Nette... Ich mach auch mit, komm. Ja, Zwei-Meinung ist ja schon mehr wert als eine Meinung. So. Wenn man selber gar keine hat, hat man dann schon zwei. Ach, fuck it. Okay. Ah. Das ist natürlich eine super Hand, die Tobi hat, Asskönig suited. Die Hand, die Donny hat. Die finde ich auch super, um genau so eine Hand zu crashen, oder? Das ist ein schönes Blättchen, auf jeden Fall. Aber ich denke... Da laufen zwei Hände gegeneinander. Ja, man sieht ja die Problematik vom passiven Spiel. Das passive Spiel erlaubt jetzt dem Tobias mit einem großen Race das Ding einfach schon vor dem Flop klar zu machen. Und das ist oft immer gut bei Turnieren, um die Chips einfach einzusacken. Weil mit 8, 9 in Herz hat er immer noch 40% Gewinnchance gegen Asskönig. Also Asskönig sieht stark aus, aber das ist erst nach dem Flop zu entscheiden. Ich bin gespannt, wie sich diese Hand jetzt entwickelt wird. Ich auch. Das wird wahrscheinlich gar nicht zum Flop kommen, ne? Ja, er gewinnt. Er hat gefolgt. Das ist doch das Ding, es macht doch absolut Sinn und es ist eine gute Situation, um die Chips mitzunehmen. Und ja. Doppel 6 muss man raisern. Wenn du selber spielst, rechnest du immer alles sofort aus? Nein, geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Das kommt alles mit der Zeit. Man übt und übt und übt und übt und man rechnet nach,dem man die Session gespielt hat, nach. Und durch dieses ständige Wiederholen, genau wie beim Trainieren, wenn du Sport machst oder sonst was, geht das irgendwann in Automatismus über und dann weißt du ungefähr, wie die Prozente sind, weißt du ungefähr, was du erhöhen, was du setzen willst und so weiter. Das ist alles Training und Übung im Endeffekt. Das kommt mit der Zeit. Aber vielleicht schaffen wir es ja in dieser Folge mal irgendwie eine Hand mal grob auszurechnen oder Gewinnwahrscheinlichkeiten, die noch kommen könnten. Weil es gibt ja zumindest ein paar Faustregeln, die wir allen Zuschauern so mit auf den Weg geben können, um so auszurechnen, welche Karten helfen mir eigentlich, um mein Blatt zu kompletieren oder möglicherweise das beste Blatt zu kriegen. Stellt man zum Beispiel jetzt schon mal die Situation Asskönig gegen zwei Karten, die kleiner sind, wäre uns ungefähr 60-40. 60-40? 60 Prozent, 40 Prozent. Man ist gar nicht so weit vorne, wenn man eigentlich denkt. Man denkt ja immer, das ist 80-20. Genau. Aber es ist nur 60-40. Man ist nur wirklich weit vorne, wenn man eben eine Karte dominiert hat. Sprich, wenn man selber, wenn der andere eben auch einen Ass oder einen König hat mit einer schwächeren Beikarte. Asskönig gegen Ass 10. Genau. Dann ist es wie viel Prozent? Asskönig gegen König 10. Dann wären es ungefähr so 75-25 sogar. Ich glaube, dass der Tisch sitzt, der nicht wackelt und voll mit dem Flecken ist. Immer vor allem. So Cola-Korn von gestern. Du hast doch mal zu sehr gemeint, gerade generell Tisch. Ich probiere das generell Tisch, der nicht. So hier mal eben schnell den Chip-Count. Tom führt mit 11.350. Hannes der Zweite. Und Ben, Schlusslicht. Aber die liegen natürlich alle ganz nah beieinander. An dieser Stelle vielleicht auch nochmal sei erwähnt, dass natürlich die Blinds im Laufe dieses Abends auch steigen werden. Im Moment befinden wir uns wieder bei 50-100, also Small Blind 50, Big Blind 100, da könnt ihr es sehen. Und dann steigen sukzessive. Also jetzt gerade so ein bisschen Abtastphase, nur keine großen Fehler machen und dann nimmt das ganze Turnier so ein bisschen Fahrt auf. Und dann wird es auch richtig lustig. Es sei denn, man hat einen Iren am Tisch. Das stimmt. Das kann es auch direkt schon mal spaßig werden. Das kann gut sein. Man hat es ja letztes Mal gesehen. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Gott. Donny Kohl. 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 Tom Kohl. Fabian Kohl. Tobi Kohl. Kohl. Ben Kohl. 500. Flo, race auf 500. Jeder Typ. Der Typ. Hannes Kohl. Gladjana Kohl. Donny Kohl. Donny Kohl. Ach, ich bin irgendwie... Ja, ich bin irgendwie... Der Typ ist schon an Tilt. Tobi hat Damen und er hat ja eben auch gesagt, Pokern ist für mich Psycho-Krit. Ich bin jetzt mal gespannt, wie er die Damen spielt. Trifft vor allen Dingen auch noch auf richtig gute Hände. Das könnte knallen. Das ist der absolute Poker-Klassiker, Texas Hold'em. Zwei Overcards. Die Nutt-Overcards als König gegen zwei Damen. Hier sind wir bei 50-50, wenn die beiden gegeneinander spielen. Aber sie sehen ja zu dritt einen Flop. Aber ich sage vorher, dass da was passieren wird. Aber als Spitzname würde ich dir dann eher Big Ben. Klingt cooler. Ist auch... Fahrer. Fett ist. Donny Check. Donny Check, auch cool. Dobie Check. 1,5. Flo, bett 1500. Donny Folt. Tobi Folt. Bot geht an Flo. Ich darf aufdecken, ne? Ja, du darfst aufdecken. Ja, klar. Wenn Carsten guckt, als ob ich das nicht sollte. Matz hat es nicht gespielt. Also, das haben wir jetzt ganz anders vorgestellt. Er hat einfach mal weggeschmissen. Vielleicht hat er sich verguckt. Wir werden jetzt jeden einzelnen Spiel natürlich auch mal vorstellen. Und beginnen jetzt mit Tobi, der ja auch sagt, ich bluffe nur, wenn der Gegner noch härter blufft. Ach, Tobias Escher. Knuddeln möchte man dich für deine kompetent drollige Art. Der Chefredakteur von Spielverlagerung.de ist durch seine Auftritte in Bundesliga natürlich allen ein Begriff. Doch auch abseits des runden Leders ist der Nachfolger von Mehmet Scholl ein Phänomen. Er schaffte es bis ins Finale des Nerdquiz und spielt in der Serie Gotham bis heute den Pinguin. Und wie er es dann auch schafft, im Jahrestakt geile Bücher auf den Markt zu werfen, bleibt sein Geheimnis. So, weiter geht's. Aber die Hand müssen wir natürlich noch einmal besprechen. Da gibt's nichts zu besprechen. Da gibt's nichts zu besprechen. Es ist echt verwunderlich, dass er da die Damen weggeschmissen hat. Entweder hat er ihm wirklich Asse oder Könige gegeben. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hätte er sich wirklich einfach verguckt. Ich kann mir echt vorstellen, dass er einfach seine Karten nicht richtig angeschaut hat. Dass er seine Damen vielleicht nicht gesehen hat? Er hat vielleicht einfach nur zwei Bilder gesehen. Er hat gedacht, er hat Königdame und hat nicht getroffen. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man da direkt zwei Damen wegschmeißt. Selbst als Einsteiger. Selbst bei so einem Pott muss man ja vor den achten eigentlich keine Angst haben, weil es gibt ja nur noch zwei. Genau. Richtig. Man, er hat sich schon vor dem Flop sehr vorsichtig gespielt. Ich hab ja eigentlich schon vorher gesagt, dass da viel mehr Action passieren würde. Ich hatte mich eh schon gewundert, dass da nicht ein viel größerer Pott normalerweise aufgebaut wird. Also, wenn man zwei Leute gegeneinander laufen lässt mit Asse König gegen Damen, da gibt's ein Feuerwerk normalerweise. Aber in dem Fall ist das ausgeblieben. Also, Zehnterland, die hat überrascht. Aber du hast hingelegt... Katjana Fold, 300, Katjana Fold, Donnie Fold. Achso, da hab ich doch... Ja, sorry. Ich hab dumm geredet. Ich bin dabei. Call. Tom Call. Call your name, but... Ben Call. Drei Spieler. Hi. Und Tobi hat die Brille aufgesetzt, ne? Neues Level von Insane erreicht. Wo sind denn, sobald man aus der Hand raus ist, die Brille auf? Oh, man! Oh, crazy. Ja, baby, check. Tom Check. Tom Check. Jotre Tom Check. Tom Check, ey! Spielst du wie eine... Hast du Simitschki dabei? Check auch. Ben Check. Kann man, Hannes. Dann mach ich doch mal mit. 600. Ja. Und Hannes... Was hattest du gesagt? 600, oder? 600, sind nur 300. Das sind 600. Kann ich den jetzt wegnügen? Und dann ist... Ja. Dann ist Hannes... Das ist wieder ein Wettkohl. 600. Bitte nicht in den Pott. Ja. Ich hab vorher schon... Ich bin echt am Anfang echt ein bisschen einen Aufgeregten. Haus und Hof sind schon... Ich bin mir grad nicht sicher, ob das jetzt voll der Tell ist. Ich geh raus. Ich hab's bei Tom Fold auch schon gesehen, ja. Ben Fold. Ben Fold. Ben Fold. Fort geht an Hannes. Oder zwei Budi. Ich glaub, er hat einen König gehabt, der Hannes. Das war zu offensichtlich. Du kannst mich richtig gut lesen. Oder doch nicht? Das war gleichzeitig freundschaftliche Geste, wie auch Schweiß, einfach Schweißhände ab... war gleichzeitig irgendwie nett und einfach furchtbar gemeint. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ben Fold, Ben Cole. Was? Ach, shit. Ich muss aufpassen. Flo Cole. Rees auf 600. Hannes. Rees, 600. Ja. Cole. Katjana Cole. Uiuiui. Donnie Fold. Donnie Fold. 600. Das ist so geil, ne? Wie muss ich das? Wenn ich jetzt raisee, was muss ich da noch alles machen? Also ich raisee und dann? Wir hatten jetzt 100 auf 600, das heißt 500 nochmal drauf. Mindestens. Das sind 1100 mindestens, wenn du raisen willst. Dann raise ich auf 1500. Geht auch, ne? Natürlich. Ja, klar. Höher geht immer, ja. Aber das sind jetzt 3000. Das sind 3000 zum einen. Ach so, sorry. Das ist aber, was ich sage, stimmt ja, ne? Ja. Genau. Ah, Gottverdank. 1500, die drei wollte ich. Außer das ist, bevor du es sagst, reingeworfen. Aber du hast es vorher gesagt, deswegen. Aber eins war es richtig. Du hast es gesagt, du hättest es eigentlich jetzt auch liegen lassen können. Er hat es ja auf dem Schirm, auch wenn es zu viel war, du hast gesagt, 1500. Ich hätte es dir gewechselt, aber... Das war dieser Trottelbonus, den man dann hat, so, ne? So, Tom Rayser. Die sind zum ersten Mal 1500. Er kommt, ist das nicht cool? Fabian Cole. Okay, okay. Also das ist auch eine schöne Konstellation, da sind dir der Raketen bei. Also wenn es jetzt nicht knallt, dann bin ich schwer enttäuscht, weil das sind wirklich richtig gute Stahlhändler. Buben. Assbube. Assdame. Könige. Das Witzigste ist, die schlechteste Hand hat erhöht, die anderen spielen passiv und dann kommen die anderen nochmal oben drüber. Also Katjana callt mit dem Buben nur, Assdame hat nur bezahlt und jetzt gehen die Könige drüber. Jetzt bin ich mal gespannt, wer noch dabei bleibt. Ist dir aufgefallen, Katjana hat die Haare anders? Spielt sie jetzt schon mit den weiblichen Reiz um die Männer verrückt zu machen? Probiert alles aus. Da wird alle Register jetzt gezogen. Aber da könnte ein Unfall passieren mit dem Buben gegen König. Ich hab mich verrechtet halt und war so, weil jetzt stimmt. Ja, jetzt stimmt. Geil, Mann. Jeder normale Mensch auf der Welt bildet es mit dem Dealer einfach gut. Aber Hannes, was willst du von mir? Das heißt 400, ja? Nein. Wie viel? 600 drin, also 900. Das ist ein Rügenpot hier gerade und ich mach ja Scherze. Ich bin jetzt mal ruhig. 900? Ja. Zwei grau, ein blauer. Oh mein Gott. 200er und 500er. Nochmal zur Erklärung. Ja, genau. Warum geht das plötzlich so ab? Kohl. Keine Ahnung. Katjana Kohl. Vier Spieler. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich dachte, das ist... Oh. Du sollst scream jetzt, oder was? Don't do it. So, jetzt sehen wir den Flop. Zwei, drei, neun ist natürlich Grütze, aber gut für Tom und Tatjana und zwischen den beiden könnte ich mir vorstellen, geht die Action gleich weiter, oder? Wenn jetzt hier nicht mehr großartig viel passiert, kann es echt sein, dass Katjana eine schwere Entscheidung bekommt und vielleicht sogar gegen Königl schon ausscheidet. Vor allen Dingen ist der Pott ja schon bei 8.200. Ja, deswegen. Das geht teilweise ganz schnell, wenn vor dem Flop so hoch angesetzt wird. Und sie hat ja hinterher auch nur noch 7.850 Chips, also es könnte eine teure Runde werden. Da ist natürlich auch Vorsicht geboten, wenn es richtig kracht mit Buben, oder? Ja, oft ist das dann auch nicht mehr zu vermeiden. In manchen Situationen im Pokern musst du mit bestimmten Händen einfach gehen, weil die Wahrscheinlichkeit dann doch höher ist, dass du nochmal gegen einen Bluff spielst oder gegen eine schlechte Runde. Auch in der Situation, zumindest in der Anfangsphase. Kann man sich ein bisschen tighter verhalten, aber mit Buben auf einem Board von 9-2-3 wird es sehr, sehr schwer. Gerade für einen Einsteiger. Für einen Profi vielleicht, der kommt da irgendwie noch weg, wenn er gegen einen anderen Profi antritt. Aber wenn er da gegen den Amateur zum Beispiel spielt, kann der Amateur auch blöffen. Der Amateur kann auch alles Mögliche halten. Was? Ach so. Ich spiele das nie. Wo war die Kamera? Ja. Leute, was ist los? Was geht ab bei euch? Ich glaube, es sind tatsächlich alle Buben raus, wenn ich das richtig gesehen habe, weil eine Hand mit einem Buben wurde bereits vor dem Flop gefoldet. Das bedeutet, sie hat auch keine Chance mehr, ihren Buben zu treffen. Das heißt, ihre Hand ist eigentlich schon tot. Sie hat keinen Backdoor zum Flush, sie hat keinen Backdoor zu einer Straße, sie hat nur noch Chancen auf den Buben, aber alle Buben sind raus. Deshalb 0% Die einzige Möglichkeit, die jetzt noch besteht, ist, dass ein Ass kommt und das kann Hannes noch retten. Aber dass Hannes noch dabei bleibt, finde ich auch sehr interessant. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht auf dem Schrank gehabt. Lass uns hier mal tief in die Augen gucken. Die grübelt wirklich und die ahnt vielleicht was und die weiß, eventuell geht es hier direkt in der Anfangsphase schon in ihrem kompletten Schrank. Aber Jochen, jetzt finde ich es genial. Das finde ich genial. Tom checkt den Turn. Das ist richtig gut übrigens. Das ist richtig gut. Ich kann sich gleich nochmal erklären, warum. Katjana check. Der Gebelizer macht das nicht. Auch nicht schlecht. Mega genial. Der Check. Mega genial. Finde ich richtig gut. Weil jetzt kommt sie auf den Trichter, dass ihre Buben vielleicht wirklich gut sein könnten. Tom riskiert natürlich die freie Karte für beide. Das ist ein kleines Risiko. Oh, jetzt hätte er vielleicht nochmal ansetzen können, aber er will eigentlich nicht. Jetzt, wer für Katjana hält, lass den Check raus. Ich glaube, er hat vielleicht auch Angst, dass die beiden irgendwas wirklich Gutes haben. Sie überrepräsentieren die Hände ja stark. Die haben vielleicht sowas wie ein Drilling. Hannes check. Er hat aber auch Angst. Aber Ich habe Schiss gehabt. Hier siehst du, er hat es gesagt, er hat Schiss gehabt. King Kong. König Pärchen. Du musst aufdecken. Ihr müsst nicht. Nur wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr zeigen natürlich. Aber wenn ihr wisst schon, dass ihr verloren habt, könnt ihr auch machen. Sag das doch nicht. Die soll doch aufdecken. Ich will nicht passieren. Er hat das doch gecheckt. Er hat alle Paare, oder? Tom, geh mit dem Pott. Er hat auch gedacht, auch hoher. Ich habe mir was wie zwei Bogen gesetzt. Aber dann war er so zaghaft auf einmal. Ich dachte, du machst so eine Riesen-Nummer. Dann hast du irgendwie zwei, drei, acht Mal. Ich dachte, wenn ich jetzt eine Riesen-Nummer mache, dann geht es dir aber richtig ab. Fuck, ich deb. Also ich muss sagen, bei der Hand Respekt. Respekt vor fast allen Spielern, vor Katjana, die echt am Prüfer noch mal, obwohl sie Buben hatte, gecheckt hat. Die haben da was gespürt, glaube ich. Irgendwas war da in der Luft. Aber ich dachte eigentlich, dass Tom wirklich plant, den River All-In zu stellen. Das ist der aktuelle Chip-Count. Ich fand die Hand super. 19.700 Chips hat Tom und ist damit also wirklich ein großer Chip-Leader im Moment. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch mal angucken, wie eure Chips aussehen. Denn ihr spielt natürlich mit und solltet es auch weitermachen. René hat 80.000 Chips gesammelt, ist damit wirklich führend auf Platz 1. Der Pro-Nub auf Platz 2 mit 40.000. Dann geht es so weiter. Also gleich könnt ihr weiter mitspielen. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Warten an. Zurück beim Final Table. Katjana ist leider nicht da, wo sie am Ende hin will. Sie wollte ja erster werden. Sie ist jetzt mit Chips ganz am Ende, ne? Sie hat noch Chips. Solange du Chips hast, kann alles offen sein, ist alles möglich. Aber für Tom gibt es von mir eine Hammer. Die Könige, ja? Das müssen wir nochmal drüber sprechen. Katjana hat uns übrigens gesagt, sie hat eine Lieblingshand, ihre Linke. Mehr zu Katjana jetzt. Katjana Gerz hat das Poker-Gen im Blut. Ihre amerikanischen Vorfahren haben mindestens schon zwei bis fünf Spiele gespielt und bis heute hat sie Blutsverwandte, deren Meldeadresse im Poker-Paradies Las Vegas ist. Die Kunst der Poker-Face-Mimik sollte für die studierte Schauspielerin und Comedy-Lady kein Problem sein, wenn man zum Beispiel ihre jüngsten Auftritte aus der phänomenal guten YouTube-Serie Gute Arbeit Originals kennt, wo sie an der Seite von Florentin Will wöchentlich zu sehen ist. So, wir haben jetzt 13 Hände gespielt. Jetzt geht's weiter und jetzt kann's wieder krachen. Wunderbar. Kim Mayer. Sonier wird fortgesetzt. Geil, das ist ein All-Blind. Spreter, Klickslein. Ich bin sehr gut. Ja, ja. Hamstern, ne? Wieso nicht so gut mit Toya befreundet? Schön, nur die Backe reinbefreundet. Ja, schon, ganz lange, ja. Latoya. Toya. Jackson. Ja, hatte ich ja auch gerade. Tobi Fold. Ich glaube Latoya Jackson, das wäre so eine gewesen, die heutzutage so bei Instagram und bei Dings-Jugend wäre. so wie diese Dings-Schwestern da. Hannes Fold, Katjana Fold, Donny Fold. Wie heißen die mit den großen Hintern da? Jenna. Kardashians. Das wäre genau so eine, finde ich, die da glänzen könnte. Mit den zwei Müttern. Ja, wäre doch nicht halt das ganze Crack, ne? Äh, was? Achso, ich bin dran, ich bin raus. Ich glaube, man kann generell sagen, Crack ist nicht gut für die Karriere. Tom Fold. Ich bin Fold. An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, wir haben bei Fabian ein kleines technisches Problem. Ihr werdet das schon mitbekommen haben. Ja, ich muss ihn noch anschauen. Es ist bei euch im Moment nicht möglich, auf Fabian zu setzen. Das ist natürlich sehr traurig, weil viele das natürlich machen wollen. Wir arbeiten dran, finden eine Lösung, dann wird es mit Sicherheit gleich für euch dann auch wieder möglich sein. Lochkrampf. So. Der Chip bitte noch. Wow. Wer das jetzt gewinnt, der Chip wieder. Heads up. Heads up hier. Du dickes Arschloch. Breites Arschloch. Ach du dickes Arschloch. Das ist South Park, man. Vielleicht 200. Ich zitiere hier nur. Fabian Bett, 200. Tja, Fabian. 200 sagst du. Das ist so genial. Ben Fold. 200. Folt. Geht er. Kein Schein. Felix, bis jetzt haben wir aber auch noch alles solides Play irgendwie gesehen, bis auf den Wegwurf der Damen eben, aber ansonsten ist das im Moment alles noch solides, solides Poker, ne? Und die halten sich alle noch ein bisschen zurück und es wird auch noch nicht gewlafft. Es ist sehr vorsichtiges Poker, das ist in der Anfangsphase ganz normal. Jeder tastet sich erstmal ran, die beschnuppern sich jetzt erstmal und dann wird irgendwann wahrscheinlich ausgelötet, wo steckt derjenige, der immer Action machen will und wo steckt die Maus quasi. Es gibt ja immer so eine Dynamik am Tisch, dass in den Anfangssituationen der eine Spieler sich ein bisschen herauskristallisiert und dann gibt es die nächste Phase, wo der andere Spieler... Hast du denn im Moment jemanden, wo du sagst, alles klar, der wartet nur ab? Wie würdest du die Runde so einschätzen im Moment? Das ist schwierig. Ich finde den Tabletalk von Tom sehr gut. Der ist sehr... Interagieren mit allen. Der versucht immer, die Laune so oben zu halten. Das Gespräch am Laufen, das finde ich sehr gut für einen Pokertisch. Also das macht er schon top. Und auch, wie er seine Hände jetzt gespielt hat, vielleicht hätte er aus dem König noch was rausholen können, aber ansonsten würde ich jetzt sogar fast sagen, Tom wird wahrscheinlich mein Favorit. Ich setze auf Katjan. Tom Fold, Fabian Fold. Katjan hat auch einen guten Fold hingelegt. Sehr vorsichtig auch, ja. Ja, im Grunde, ja. Heads up. Ich glaube, ja. Seth MacFarlane. Die haben auch schon eine Crossover-Sendung gehabt. In Archer kenne ich mich halt selber wieder. Was ist Archer? Das ist der Typ, oder? Nee, Archer ist eine andere Serie. Donny, du bist leider an der Strandstadt. Die ist so old, ey. Oh Mann, ey. Als würde Colin hier sitzen. Kein Unterschied. Du bist der... Jetzt kannst du wahrscheinlich nicht sagen, ist er ein Checker? Muss er auch checken. Oder kann er halt noch rausgehen. Aber man muss sagen, alt, aber nicht kalt, sage ich mal. Richtig, richtig alt ist kalt. Ihr seid euch auch nicht ganz unähnlich. Tobi, check. Das ist das gleiche Gag-Niveau. Donny, Auto-Check. Immer schön auf dem Boden des Topfes kratzen. Der alten Gags. Warum hast du es wieder genommen? Ja, aber so... Der gelbe Clash wäre natürlich nice gewesen. Nein. Da kommt man ja immer so in alte Rollenmuster. Da könnte ich jetzt dir eine Strafe auffälligen. Tobi, check. Donny, Bett, 600. Tobi, fold. Pott geht an Donny. Ich habe einen Scheißblatt, aber den Pott kriegt er nicht. Das war natürlich... Richtig, richtig, richtig peinlich. Ja, so richtig riesen Kindheitsgeschäß. Dafür habe ich mich noch bis acht eingekackt. Da komme ich jetzt zum richtigen Zeitpunkt wieder. Das geht mal wieder ums Eich. Ja, sauber. Da kann ich mitreden. Nein, da konnte ich eine Karte mehr sehen. Der geschlafen hat, ihm einen Karten gelegt. Mann, immer noch. Du, immer noch machst du die Hose. Das ist eigentlich so eine Geschichte. Tobi, small blind. Du hast mit drei Jahren die Schau aufgehört. Ich habe dir fünf Jahre lang in die Hose geschissen. Ah, okay. Jetzt ist zu diesem Tag, wo die Familie eine Videokamera ist. Das ist so ein ganz brauer. Der D-Übermachungsaufnahme. Flo-Fold. Ich will mir das nachher nicht angucken. Bestimmt die Kommentatoren machen so fertig alle. Hannes zu Raze von 600. Was ist das denn für ein Larry? Ich vergesse das jetzt hier natürlich. Geben Scheiß, den wir falsch machen. Raze auf 600. Katjana-Fold. Donny-Fold. Tom-Fold. Fabian-Fold. Was sagst du, hab ich das hier noch nicht angucken? Nee, wenn du Eltern. Ich fände alles noch gerne, was die Eltern sind. Um den dann runterzumachen. Tobi, call. Solange du noch in die Wendeln kackst, dann kriegst du die so nicht. Ben-Fold. Heads up. Und das Schöne mal rausholen aus dem Klo. Heads up. Yes. Das war ein Flock, ne? Ben-Check. Äh, Ben-Fobi-Check. Warum? Gehen wir doch noch mal mit 600. Okay. Hannes, Continue Bet, 600. Ich hätte gerne in die Augen gucken. Continue Bet? Nee. Für uns, ne? Täter. Das war einfach noch ein bisschen klugscheißen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich, call. Tobi, call. Continue call. Ist ja ein bisschen Hollywood hier, oder was? Von Tobi. Sehr lange gebraucht für den call. Oh, das hat jetzt aber sehr schwer gefallen. Psycho, psycho. Psycho-Terror. 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 Check. Tobi, check. 1,5. Okay. Pentagram is coming, coming. Hannes, bett 1,500. Tobi, fold. Portia, Hannes. Sehr gut. Danke, Benjamin. Hannes holt sich 1,300 Chips. Auf den König kann man mal betten, oder? Ja, Aggression gewinnt halt so oft im Poker, wie man sieht. Wenn keiner was trifft, dann gewinnt der, der die Initiative hat, der bettet. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Das Problem ist natürlich ja auch, dass Tobi es einfach mit irgendwas bezahlt hat, um zu hoffen, dass vielleicht noch irgendwas für ihn da entstehen kann. Aber mit Dame 5 kann ich nicht sagen. Das ist so eine Dame 5 Hauptsache suited. Ja, ja. Das ist offene Hand. Alles klar, ich habe suited Karten, die sind nicht so schlecht, aber eigentlich sind sie gerützt so oft. Ja, und vor allen Dingen hat er sie passiv gespielt und hat einfach gehofft, dass irgendwas passiert für ihn. Das ist ganz oft die Herangehensweise von vielen Einsteigern, die ihm einfach nur versuchen, die Karten zu spielen und zu gucken, dass irgendwas passiert. Aber man muss einfach selber die Initiative ergreifen, das ist ganz wichtig. Ihr könnt ja auch mitspielen, logischerweise. Und gerade in der Runde haben sie richtig viel gemacht und viele gewinnen viele Chips. 99 Prozent haben in dieser Runde auf Hannes getippt. Ja, Glückwunsch euch da draußen. Das Problem ist, wenn so viele auf Hannes tippen, gibt es halt auch kaum Verlierer. Also die Chipsverteilung bleibt dann eigentlich gleich. Man braucht also einen Favoriten, der Underdog eigentlich ist. Man muss irgendwie auf die versteckten Karten setzen. Wer ist für dich denn im Moment der unauffälligste Spieler, von dem wir noch gar nichts gesehen haben? Also da gibt es eine ganze Menge. Ich finde hier unser Mr. Robot, der Fabian, von dem wir keinen Ton haben bisher. Und auch... Wir haben schon Ton, aber wir können nicht drauf setzen. Also ich denke, Benjamin hat sich auch sehr ruhig verhalten bisher. Obwohl jetzt kommt er aus dem Gebüsch gesprungen. Hat aber auch Arskönig. Okay, Katjana kann schon wieder lachen. Ist zwar Smallstack, aber hat erstmal diesen Beat mit den Jacks erstmal verdaut, glaube ich. Ja, aber wenn man direkt am Anfang der Shortstack wird, dann muss man sich zurücknehmen. Ist auch mit diesem Surren der Lampen, das ist aber auch so andächtig. Re-Race auf 3000. Nur abgefallen. Den rausnehmen dann? Oder so. Oder so, genau. Nochmal ein Re-Race von Hannes 3000. Ein sogenannter 3-Bet. I love it. I love it. Ich freu dich. Band call. Okay, krass. Heads up. Ich halt ihn raus jetzt. Jetzt ist viel drin. Der Stopp. Yes. Für einen heißt es durchatmen. Okay. Guckst du auf die Uhr? Auf deine Uhr? Was machst du denn da? Ja, der guckt nicht auf die Uhr. Wie viel Zeit hat er denn? Ja, der streaked ihn auf dem Uhr. Ich habe mich eben geguckt. Ja, der checkt die Odds direkt mit so einer Poker-RB. Die verbunden ist mit dem Stream gerade. Ja, genau. 100% gewonnen. Du hast bessere Karten. Ich geh all in. Du hast bessere Karten. Das ist schon der schlimmste Poker. Check. Das ist schon ganz gut. Ich würde es machen. So eine launische Karte. So, Hannes überlegt. Wird von der Seite mit Trash-Talk belegt. Ist das eigentlich störend, wenn die Leute sich während deines Spiels unterhalten? Das kann definitiv störend sein. Also, man muss sich natürlich... Wir finden das natürlich gut. Klar. Wir finden das natürlich gut, aber... Man muss damit klarkommen. Am Live-Programm passiert das andauernd, dass Leute in deine Hände reinquatschen. Das ist von der Etikette her nicht so schön, aber... Wir können damit umgehen können. Ihr knallt jetzt. Das sage ich schon mal direkt voraus. Ihr knallt, ja? Ja, weil der Pott ist schon wieder so riesig. Also, wenn jetzt Hannes als Aggressor top her trifft, wird er nicht vom Gas gehen. Da bin ich ziemlich sicher. Und er setzt wahrscheinlich auch Ben nicht auf Askönig. Weil Ben hat passiv nur bezahlt vom Shop. Dann ist nicht noch mal drüber gegangen. 43% haben auf Ben gesetzt. Der Rest auf... Fast der Rest auf Hannes in dieser Runde. Ich kann dich nur all-in setzen oder nicht. Und ich weiß nicht, ob ich das mich traue. Du hast ja natürlich auf jeden Fall richtig was auf der Hand. Wenn du nicht die Asse hast, dann hast du irgendwas... Ein Drilling oder Glück ab... Naja, zwei, ein paar hast du nicht. Du hast entweder die König... Du hast es ja auch nicht nie. Die Asse. Du hast so König Ass vielleicht. Das wäre ein bisschen lame, oder? Vielleicht habe ich ja auch. Das wäre ein bisschen lame. Ich glaube, dass du richtig getroffen hast. So was... Ben Fold. Was geht der Hand? Never ever. Dick. Zeit für mich. Wieder so ein Fold, wo ich sagen würde, als Nicht-Profi... Ah, aber nein, Kawhi. Why? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Hier werden Damen gefoldet. Hier wird Top-Pair-Top-Ginger gefoldet. Hier wird ein Over-Pair-Jacks gefoldet. Hier wird alles gefoldet in der ersten Phase. Ich bin raus. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist die erste Phase. Die Leute haben wirklich scheinbar Angst, auszuscheiden. Und Hannes sackt sich die Chips ein. Und was Hannes so für ein Typ ist, das zeigen wir euch jetzt. Super! Hannes. Marvin Kersting aus Neubrandenburg sitzt auch mit am Tisch. Aber das habt ihr ja bereits gemerkt. Der bärtige Glatzkopf mit Fable für mittelmäßigen Sprechgesang und pubertäre Peniswitze verdoppelt sein Geld für gewöhnlich in verrauchten Spielotheken. 2014 wurde er Bremer Meister im Röbsen und schafft es noch heute auf eine Lautstärke von knapp unter 100 Dezibel. Seine große Stärke beim Pokern? Der perfekte Bluff. Dank des fast blinden rechten Auges. Und wenn er heute früh verliert, dann arscht er die Jungs auf dem Weg zur Losers-Lounge. Der perfekte Bluff ist seine Stärke, haben wir gerade gehört. Das war aber jetzt, würdest du sagen, das war ein Bluff? Man weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind einfach sehr, sehr ängstlich und wissen nicht genau, wo sie gegenseitig bei sich dran sind. Und keiner will jetzt ausscheiden, habe ich das Gefühl. Das ist für die erste Phase. Aber es gibt im Poker bestimmte Situationen und bestimmte Hände, von denen du einfach am Ende nicht mehr loskommst. Und wenn der Gegner dann eine bestimmte bessere Hand hat, von denen es nur wenige Kombinationen gibt, dann ist es einfach your time to die. Dann muss er einfach ausscheiden. Ich finde auch einen großen Unterschied zur ersten Staffel, da lief es irgendwie ganz anders. Da war es Vogelwild. Da war es Vogelwild. Hier sind sie sehr diszipliniert, sie holten viel, wollen nicht früh ausscheiden. Möglicherweise haben sie sich die erste Staffel angeguckt und wollen halt lange am Tisch bleiben. Was ja auch gut ist. Aber man hört es ja auch an den Gesprächen. Die haben sehr viel Spaß. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man vielleicht noch ein bisschen dabei bleiben will und Katjana sitzt neben dem Rülpsweltmeister. Ob ihr das schmeckt? Schauen wir mal. Hat der aber auf alle Fälle die Haare schon wieder anders. Das ist auch so ein Thema bei uns, muss ich zugeben. Sauberkeit der Wohnung und so weiter. Das ist nicht meine Stärke. Da kommt es zu vielen sehr hässlichen Szenen. Häusserliche Gewalt etc. Katjana call. Donnie fold. Äh, call. Tom call. Fabian. Tobi fold. Ben fold. Flo füllt auf, call. Hannes Option. Raise um 300. Hannes, raise 400. Jetzt wird gepulligt hier. Eins, zwei, 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 zwei. Katjana fold. Damit mir nicht langweilig wird, gehe ich mal mit. Don't call. Auch 300. Ne, fold. Ne, sorry. 400. War das richtig? Ja. Heads up. Sehr gut. Sehr gut. Auch sehr gut. Was für ein Sechser? Sie wird perfekt getroffen. Was für ein Sechser? Ja, Angstgegner, ne? One million. Dieser lange Blick. One million. Tausend. Wie nennt man das, wenn man drei hat? Hannes, Bett. Eintausend. Sogenanter Drillinger. Ähm, ich bin raus. Tom, fold. Pott geht an Hannes. Gewinnt euch dran! Wütend macht mich der Team. Warten auf, ne? Hannes gilt es zu schocken. Ja, Momentum liegt da drüben. Wir müssen ihn langsam zum Fall bringen. Gleich mit Kommentaren zu sagen. Teamwork ist verboten. Sie reden von Hannes als Chip-Leader. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja nicht wahr. Ja, mega aggressiv. Was mir auffällt, es kristallisiert sich im Moment kein Spieler heraus, wie es in der ersten Staffel war, wie Ian, wo alle sagten, boah, der rennt über den Tisch und der bestimmt und dominiert oder er hat irgendwas. Die sind alle sehr verhalten. Gerade eben hat es im Chat ja schon mal jemand perfekt auf den Punkt gebracht, wenn Ian in der Runde gesessen hätte, die hätte ich schon alle komplett wegrasiert. Also der hätte alle schon mal links und rechts weggeblufft und die hätten ihm wahrscheinlich erstmal den Credit gegeben. Aber das ist interessant zu sehen. Also das ist eine ganz andere Dynamik als beim letzten Mal. Das ist das, was ich meine. Beim Poker kann alles passieren. Man weiß es nie vorher. In zwei Runden, glaube ich, steigen dann aber auch die Blinds und im Verlauf des Spiels wird es natürlich irgendwann so weit sein, dass die Leute Action machen müssen. So richtig, ne? 400. Flo, race auf 400. Hannes Fold. Ich glaube, wenn er noch rausfliegt, oder? Wie lange hat es bei der ersten Sendung gedauert, bis du mal rausgeflogen bist? Ich glaube, es ging fixer. Ich glaube, irgendjemand hat sich dann doch mit Ian angelegt. Da saß nämlich einer am Tisch. Der hat, glaube ich, da müssen wahrscheinlich die Kommentatoren berichtigen, aber ich glaube, der hat von, wie viele sind wir, acht? Der hat bestimmt vier oder fünf. Nee, mehr. Ich glaube, der hat sieben Leute oder so rausgekriegelt. Der hat auf jeden Fall einen so einen Run, wo er innerhalb von einer halben Stunde drei oder viele Leute nacheinander rausgekriegelt hat. Ian oder was? Der hat richtig krass, also gut gespielt, Glück gehabt und die Leute so richtig erwischt. Dann call. Ich sag's dann nur. Donnie call. Wie sehr hast du ihn jetzt? Donnie, was ist los? Nervös? Schon der zweite Patzer. Die ganze Zeit ruhig. Jetzt fängt der Terror. Fabian call. Das ist mir auch selber gerade sehr peinlich. Dass ich genau das vorhin selber als klug geschissen habe und jetzt ist es falsch gemacht. Fanfold. Drei Spiele. Wie geht's nach Tiefkühlpizza? Ja, ich habe Hunger. Dürfen wir Pizza essen. Aber so, was ist das? Rucola, ne? Tiefkühl-Rucola. Guter Mann, du brauchst es nicht. Das ist aber dich. Nee, ich wollte gerade aufhören wieder. Okay. Nee, weil dann ja oft Geschmack und Geruch sind ja... Für mich war es nur... 700. Tjaik. Donnie, mit 700. Die Nase eines Rauchers. Hilfe, irgendwie. Nimm was mit. Schon mal kein Benzin und kein Kot. Fabian call. Flo fold. Die Gerüche, die ich kenne. Heads up, Heads up. Nicht nur Kot. Das sind die zwei Sachen, die wir noch riechen können. Essen. Bei Benzin ist man sich immer ganz sicher. Bei den anderen Wagen ist es immer... Das ist eine 50-50-Entscheidung. Das ist echt mega warm. Das macht der Erfolg. Das ist eine interessante Hand jetzt, finde ich. Ich bin halt gespannt, wie Fabian auf ein mögliches Bett von Donnie reagiert. Donnie hat sich eigentlich keinen guten Spot zum Bluffen ausgesucht. Aber er muss jetzt was machen. Also er kann jetzt nicht checken. Ich gehe davon aus, dass er jetzt 1400 Chips reinsteckt. Weil sonst ist die Hand verloren für ihn. Er muss jetzt eigentlich noch was machen, oder? Ja, es kann nicht sein. Die Situation ist nicht so schön, weil auf dem Board ist nicht viel möglich, was er dem Fabian verkaufen kann. Er müsste ihm jetzt wirklich ein Overpair, also ein höheres Paar, verkaufen und es wird schwierig. Und seine Chancen zu gewinnen sind sehr gering jetzt. Das ist übrigens Flo und Donnie mit 44, 29 Prozent und Katjana mit 16 Prozent. Das habt ihr gesagt, wie eure Favoriten sind für diese Runde. Ich glaube, Donnie wird nochmal angreifen. Hast du einen Pott? Das ist übrigens... Vor allem auch Fabian checkt natürlich die Neun. Korrigiere mich, vielleicht hat er ein bisschen Schiss oder wartet er jetzt, dass er noch was kriegt. Kann beides sein. Das ist eine lustige Situation, die oft passiert. Nachdem es auf der Turn-Situation Check-Check ging, denken viele Spieler da, der andere Spieler auch gecheckt hat, dass du es jetzt nochmal probieren kannst. Auf die vier ist natürlich gut. Gerade in dem Fall wird Fabian mit Sicherheit bezahlen. Aber Donnie bettet fast Pott rein. Das ist ordentlich. Und jetzt muss Fabian überlegen, ist meine Neun hier noch gut? Oder hat er vielleicht die Sext, der Donnie? Ich bin immer so ein Salami, Pizza Salami, wie ich es kenne, allhergebracht, so richtig old school. Die deutscheste Pizza. Er wird auf einmal ganz ruhig auf jeden Fall. Aber ich finde es, Donnie macht es gut, vielleicht seine letzte Chance, aber Fabian macht es natürlich auch geil. Es ist eine ungünstige Situation, um mit Ass 2 zu blöffen. Aber gegen Fabian? In komplette Straße, Ass hoch. Da kommt ein anderer Punkt für mich noch dazu. Fabian war bisher sehr Titan, hat nicht viel gespielt. Ich hätte mir nicht Fabian ausgesucht zum Blöffen. Okay. Deshalb haben wir dich. Aber auch die Situation eignet sich nicht. Du kannst einfach nicht viel repräsentieren auf 9, 6, 6, 3, 4. Da ist nicht viel Tolles möglich. Das heißt, Fabian wird immer denken, dass er eine Neun gut ist. Und er hat auch noch die beste Beikarte mit der Neun. Das heißt, Donnie könnte eine schwächere Neun halten. Und die schlägt er auch noch. Das kommt dazu. Wollte ich mich gerade rauskaufen. Ich wollte mich gerade komplett rauskaufen. Okay, sorry. Ich dachte, er sagt das mal. Das ist das Zuschauer-Ranking im Moment für Trené. Mit 160.000 Chips vor. Kit Castro 06 mit 53.000. Dahinter Fischbrunner mit 40.000. Weiterspielen, liebe Freunde. Es gibt fette Preise. Und wir haben noch viele, viele Runden vor uns. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist nur, warum du das gekort hast. Weil eigentlich, die 6 hat dir keine Angst gemacht, ne? Nein. Aber die hättest du eigentlich auf dem Schirm haben müssen. Weil die habe ich eigentlich repräsentiert. Doch, ich war vorher. Also könnte man ja auch sagen, ein Scheißkorb. Dass du das ansagst? Das ist das, am besten, wenn... Ja, Alter, du hast gut gespielt. Gute Hand. Also wirklich... Dankeschön. Gut gemacht. Und du? Ich habe einfach nicht geschafft, mich da rauszukaufen aus dem... Am besten, wenn ihr es einfach selber macht. Okay. Wenn ich selber mitbekomme und sehe, dass der Button nicht gerufen ist, dann bitte ich euch darum. Nach der Hand gehen die Blinds hoch. Das ist ja doch nicht die Katastrophe. Lass uns mal so richtig reinbuttern jetzt hier. Was macht denn der, wenn die... 100 Zonen. Was machen wir dann? Haben wir erhöht? Tom Fold. Fabian Call. Tobi Call. Ben Call. Ich stehe da doch einfach da. Wir nutzen alle nochmal den niedrigen Blind. Das ist ganz gut. Option. Das ist ein gutes Blatt. Nee, ich meine... Floor Call. Hannes Call. Die Dame. Fold. Race. Donny nutzt dann Option mit einem Race. Um 700. Auf 800. Das ist doch jetzt, wenn man nicht auf dem Tilt ist. Ja. So nennt man das gar nicht. Fabian Fold. So. Aus deiner Erfahrung, Felix. Kannst du Donny lesen in seiner Körperreaktion, dass er Asse hat? Oder eventuell auch eine schlechte Hand eben? Ich bin jetzt ganz gespannt. Ohne Witz. Weil Asse, wie er sie jetzt spielt, jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie er reagiert. Weil eben in der Hand, wo er geblufft hat, ist er auf einmal ganz ruhig geworden. Da hat er nicht mehr gesprochen und war auf jeden Fall ganz in sich gekehrt und war so mit verschenkten Armen. Ob das jetzt auch so bleibt, weil er Asse hat, bin ich gespannt. Ben Fold. So nicht. Flo Fold. Kleiner. Blind. Honest Fold. Pot geht an Donny. Hast du den Mann sehen, hat er ihn wieder zurückgeholt? Die Karten noch, bitte. Das ist natürlich ärgerlich für Donny. Du hast Asse, keiner geht mit und einfach schade. Aber trotzdem hat Donny Chips gekriegt und das ist die Vorstellungsmanns für Donny. Johnny O'Sullivan, unser irisch-schwäbischer Grauburgunder mit dem Hang zur Zartheit, moderiert bei Rocket Beans TV unter anderem Bada Binge, den Talk für Serien-Nerds und plaudert uns Montags bei Moin Moin entspannt in den Wochenstart. Heute will er auch am Final Table seine vierschichtigen Begabungen unter Beweis stellen. Poker ist für ihn kein Glücksspiel und auf der Hand hat er am liebsten die Doppeldamen. Möglicherweise erleben wir heute den ernsthaftesten Mr. O'Sullivan aller Zeiten. Das weiß ich selber, die werden sich oben gerade auch so lustig machen drüber. Das war einfach nicht gut gespielt, das war nix. Aszweig, da, mega dumm geblufft. Den hätte ich einfach rausholen. Siehst du, Felix, du hattest recht. Ich habe nichts gesagt. Er hat genau das gesagt. Aber zumindest ist er mit den Assen genauso ruhig gewesen. Also zumindest hat man da schon mal keinen Tell rausgesehen, wenn er schwach ist. Also ich meine, das ist ja schon mal geil. Er kriegt Asse, nachdem er so einen Bluff durchgezogen hat und kriegt trotzdem keine Action. Da sieht man, dass manche Leute auch auf Table-Image gar keinen Wert legen. Und das passiert ja selbst in den besten Live-Tischen noch. 100 bis 200. Aber ich glaube, Casino-Regel wäre jetzt, wenn dir das nicht aufgefallen ist, bevor du die Karten gegeben hast. Dann gilt das, was da drin liegt, ne? Das wurde ja angesagt. Das muss nur einmal angesagt werden. So, für alle da draußen. Wir sind jetzt in der nächsten Stufe des Tunes. Jetzt die Kleins sind nämlich hoch. 100, 200. Jetzt wäre 100, 200. Nächste Stufe wäre dann 250, 500. Da sieht man es. Das geht immer weiter. Sobald dieser Gong ertönt, muss noch nicht mal ausgesagt werden. Wo ist der Gong? Wo ist der Gong? Tut mir leid. Ich bin nur der Dieter in diesem Etablissement. Hannes, race auf 800. Ich weiß. Alles gut. Hannes, 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 Hannes. Katjana Fold, Donny Fold, Tom Fold und Fabian Fold. Pod geht an Hannes. Dieses bärtige Monster da drüben. Sexuelle Entspannung inzwischen. Das könnte auch sein, ja. Wahrscheinlich. Schön die Blinds farben. Ach, Leute, Leute. Jetzt, wo die erhöht sind, catch ich mir die da sofort. Am Anfang alle Scherze, alle Witze. Und jetzt schaut uns an. Schaut uns an, als ob es uns geworden ist. Starr auf unsere Karten. Hast du da gerade mit deinen Handys? Was ist denn eigentlich die Regel hier mit Handys? Wurde das vorher irgendwie... Flugmodus, oder? Ich habe tatsächlich gerade nur WhatsApp. Also, könnte ja sein, dass... Die drei Freunde, also die einzigen drei auf der Welt, die das heute nicht gucken, haben wir gerade geschrieben. Aber, also ich glaube, da vertrauen wir uns doch auch alle, oder? Das sind doch alle Freunde. Das letzte Mal haben die Herren sich abgesprochen, dass alle ihr Handy in Flugmodus schaffen. Ja, ich denke auch, oder? Hier ist noch der Smart Line. Ich habe auch schon gemacht. Das ist jetzt das Modus. So, Flugmodus fertig. Flugmodus. Warte. Tobi Fold, Ben Fold. Die höchste Karte im Poker-Karten ist doch 10, oder? Nein. Bist du es jetzt gerade hier mit den Blinds? Geht es da noch höher? Das ist das Modus. Ich höre 100, 200 gerade. Blinds im Hochhören. Ach so, okay, das ist ein Brauner, kein Lilaner. Ich bin ein bisschen farbentaub. Fabian ist ein Brauner? Slow Call. Heute Abend noch los? Ein bisschen Basic? Hannes Fold, Katjana Fold. Danke. Du hast gecallt, ne? Bist du 200? Mhm. Äh, call. Ich finde übrigens geil, dass Carsten auch schicke Schuhe anhat, die man nie sieht. Ähm, Raze. Donny call. Raze von Tom. Richtig schön arschweißig. Minimum wäre 400. Ja, ich gehe auf 600. Tom, Raze, 600. Umf. Call. Fabian call. Call. Flo call. Meck, meck. Und Donny call. Also von Ben wird heute alles mit Applaus bedacht. Nicht alles. Geile Calls, Jungs. Das ist jetzt immer, ich spiele mit vier Leuten, es ist was drin, es macht Spaß. Ja, klar. Ich muss mal zu gucken. Ich muss mal pibli. Freuen die Sonnenbottet. Tom, Raze. Äh, was heißt es? Tausend. Es wurde ja vorher noch nichts gemacht, von daher ist das ein Bett. Es ist jetzt ein Tausend Pentagramme. Bett, ein Tausend. Also eine Million. Ja, also eine Million. Fabian fold. Weil du musstest ja nichts callen. Das war ja noch, der Tisch war frei, deswegen reicht der eine Tipp. Nehm es dir. Flo fold, Donny fold. Tom gewinnt den Pot. Das war ja eine easy Nummer gerade. Das war eine richtige easy Nummer. Da hast du nochmal recht. Willst du immer die Kommentatorenkabine geben, was auch nochmal sagt? Das war eine easy Nummer. Ich will da nicht mehr. Das war eine easy Nummer. Wir kriegen die Chip-Standler nicht gesagt, oder? Ich wünsche ich mir ein Mann, dann wäre es nicht so peinlich. Achso. Ja, weil jetzt bin ich noch die einzige Frau und... Es wird auf jeden Fall den Zuschauern eingeblendet. Ich weiß nicht, ob das uns verwehrt wird. Ich glaube, der größte Verlierer bin ganz sicher gerade ich. Das kann ich dir aber sowas bestätigen. Die Regie kann mir ja die Chip-Stände irgendwann mal durchsagen, dann kann ich sie auch am Tisch verkünden. Die Regeln verpeilt, die ich am Anfang noch selber gesagt habe, so geht das, Freunde. Die habe ich beidem verpeilt. Ich habe den dümmsten Bluff vorhin gemacht mit Ass 2 gegen Fahne. Da können wir nach der Hand machen. Das würde ich normalerweise gar nie machen. Das war einfach wirklich so dumme... Ich habe einfach Bock Kameras... Ich kann nichts mehr machen hier. Mega viel Chips verloren dabei. Das nervt mich. Aber ab jetzt ist einfach nur noch Turbo-Mode. Sicher, ich habe einen Schirm, Tobi. Donnie, stimmt das eigentlich, dass du bei der WSOP warst? Ja, aber das klingt krasser als das. Dann da, Bandfold. Die Leute denken dann immer an den Main-Event. Flofold. Du hast Oma H geschenkt, bitte schnell. Ich war während dem Main-Event da, habe mir das angeguckt, bin halt großer Poker-Fan, er hat mir das so ein bisschen reingezogen und ich habe dann da im Rahmen der WSOP im Rio, im Casino im Rio, habe ich eine der Side-Events gespielt. 100 Dollar Bayern und dann habe ich da mitgeschrieben, bin ich sogar ans Final Table gekommen. Echt? Wie viel hast du denn da rausgeholt? Leider nicht original, ich bin als Siebter raus, Sechster wurde bezahlt. Bubble Boy oder was? Ja, ich war der Bubble Boy. Tut mir leid, Mann. Es hat aber mega Spaß gemacht, es war eine krasse Erfahrung. Also mit diesen WSOP-Chips einfach auch allein und diese Karten von der WSOP. Auch mal da sein, die Spannung, die da im Raum liegen. Das war schon krass, finde ich. Und diese ganze Kameras, also als ich da war, war genau die Aufzeichnung von dem ersten Tag Final Table. Das heißt, diese ganzen Kran-Kameras, das, was man aus dem Fernsehen kennt, wo diese ganze WSOP-Anzeige durchläuft, da war ich quasi dahinter. Wo die Freunde und Fans dabei sind. Bist du extra dafür geflogen? Nee, nee, ich weiß nicht, es war ein bisschen Zufall. Und zu der Zeit liegen auch noch andere Turniere. Ich dachte, das ist dann das letzte und danach dazwischen der Lock war gar nicht mehr. Nee, also die WSOP geht ja länger, es geht glaube ich fast vier Monate. Katjana Froll. Und da gibt es das Main Event, das ist ja das, was 10.000 Dollar Bayern kostet. Das große Ding, was Pio Sainz ja gewonnen hat, 2014, glaube ich. Donny, du bist dran? Sorry, zu viel gelabert raus. Donny Froll. Während dieser WSOP ist Kohl. Das sind ganz viele Seiten Turniere. Fabian Kohl. Genau, aber ich dachte, das große ist das letzte und da haben sie dann ein kleines mehr nebenbei. Doch, doch, die sind immer wert, das läuft. Ach so, so kleine Turniere oder auch 7K Start oder 5K Start und sowas. Also auch verschiedene Arten von Poker. Das sage ich ja. Vier Spieler. Wie viele Leute haben sich denn dann da bei dir eingekauft, wenn du mit 100 Dollar Bayern, du kommst dann in sieben, kriegst du schon keine Kohle. War nicht ein großes Fels, war wirklich ein kleines Fels. Das war glaube ich, waren vielleicht so... Sieben Leute halt, ne? Nee, nee. Sorry. Ich glaube, es waren irgendwie 70 Leute oder so. Fabian, Bett, 600. Drei, vier Tische. Tobi Fold. Weil du überlegst, bei dem Main Event kriegst du ja als Achter Platz immer noch eine Million. Also so, weiß ich nicht, wie viel ist das? Mehrere Millionen. Hundertfache von deinem Einsatz. Ich glaube, als Achter mittlerweile mehr als eine Million. Das ist ja schon richtig krass geworden. Ich glaube, der letzte beim Final Table war, glaube ich, knapp über eine Million. Gott geht an. Fabian. Als Gewinner waren es irgendwie neun oder so. Okay, hast du vielleicht sogar recht, ja. Aber darf man dann da während die Spiele bei dem Main Event, darf man da so rumlaufen zwischen den Tischen und so ein bisschen rumglotzen, so ein bisschen rumnerden? Ja, also man darf nicht rein in das Ding, da dürfen halt nur Familie und Freunde rein. Das ist ja nicht richtig, dass so eine Tribüne ist da halt. Das weiß ich, aber du kannst vorher schon bei diesem Tisch, wenn das noch tausend... Ja, da kann man so rumlaufen. Aber ich war ja zu spät. Ey, aber ich mache das ganz oft. Ich war ja zu spät. Da war ja quasi der Finaltisch. Und da war das alles schon abgeräumt. Aber mein Cousin ist ja professioneller Pokerspieler. Du hast eben gerade das Gemüse. Du kannst dann einfach da rumlaufen. So, wir haben gerade die 18. Hand erlebt. Und einen schönen Table Talk von der World Series of Poker. Gleich geht es hier weiter am Tisch. Liebe Freunde, jetzt eine kurze Pause entspannen und dann sind wir gleich wieder da. Ja, ist doch ein guter Ice-Ranker. Gleich gucken wir uns natürlich das Zuschauer-Ranking an. Wollen gucken, wer bei euch ganz oben steht. Jetzt erst noch mal Danke an Jobstairs.de. Die machen die ganze Party hier mit möglich. Sind unsere Unterstützer. Gestattet denen gerne mal einen Webseitenbesuch ab auf Jobstairs.de. Nicht nur, wenn ihr einen coolen Job braucht, da sind die genau die richtigen, sondern natürlich auch, um was zu gewinnen. Und in diesem Fall sind es 50-Dosen-Beats-Ticket für die Gamescom. Ja, 50 Stück haben wir. Jobstairs.de. Ansurfen und mit ein bisschen Glück gewinnen. Jetzt schauen wir mal, wer möglicherweise im Zuschauer-Ranking gewinnen könnte. Im Moment steht es nämlich so. René, er hat eben schon geführt, hat seinen Vorsprung so ein bisschen ausgebaut. 160.000. 160.000 Chips ist im Moment der führende. Bei uns beim Final Table am Realtisch sieht es ein bisschen anders aus. Ja, wir haben inzwischen vier Short-Stacks, sehe ich gerade. Das ist ja der Wahnsinn. Also Ben, Katjana und Donny sind sehr, sehr short. Und dahinter direkt Tobias. Und die anderen halten sich ein bisschen die Waage. Tom ist weit vorne mit 20.000 Chips. Also da bin ich jetzt mal gespannt, wer als erstes droht rauszufliegen. Wir gucken uns jetzt mal Ben ein bisschen genauer an. Benjamin Koch geht bei Rocket Beans TV als Grafikgenie und steckt natürlich auch hinter dem gesamten Grafikdesign von Final Table. Unter den privaten Pokerspielkreisen der Kollegen ist er berühmt berüchtigt. Konzentriert und geschmeidig wie ein zahmes Reh soll er sich geben, um seine Gegner gekonnt vom Tisch zu kegeln. Sein vorauseilender Ruf lässt uns auf einen spannenden Abend hoffen. Hattet ihr noch gehört? Sind wir wieder drauf eigentlich? Wir bekommen den auch wieder an. Gibt es dann jemanden, dafür doch um was ich es einfach nenne. Hey Kebab. Oh bitte nicht, Alter. Ich habe nur den Einsatz gesagt. Oh nein. Floffold. Bier, Tom. Sehr, sehr gerne. Und dann werde ich euch ein Spiel präsentieren, das seinesgleichen gesucht und gewaschen hat. Hannes Call, Katjana Folt, Donny Folt. An dieser Stelle, bevor wir gleich die Hand kommentieren, Fabian ist jetzt wieder mit im Spiel. Ihr könnt wieder auf Fabian setzen. Wir haben es gelötet. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, wenn ihr auf Fabian setzen wollt, einfach nochmal eure Seite refreshen. Ja, und dann sollte das funktionieren. Mr. Robot. Ast Dame gegen Ast König. Uiuiuiui. Jetzt wird es lustig. Könnte knallen. Aber man weiß es nicht so genau. Bisher haben wir ja auch nicht wirklich die Knaller gesehen. Selbst mit stellen, stärksten Händen. Und Ast Dame gegen Ast König. Mal schauen. Können wir bitte was anderes singen? Ich heb... Bin ich dran? Ich hab... Ein Call. Tequila. Tom Call. Richtig, ne? 1200 war es, oder? Einer fehlt. Ja, einer fehlt. Oh, da ist aber einer. Richtig geil drauf, dass er... Da ist noch einer. Einer fehlt noch. Heads Up. Heads Up, Leute. Ist das aufregend? Ist das aufregend? Yes, Baby. Das glaube ich dann relativ egal. Check, Baby. Check. Tobi checkt. Tom checkt. Tom Selection. Yes. Yes. Check it. Check it, Baby. Tobi checkt. Tom checkt. Yes. Alter. Ein Traum. Also, ich kann dir schon mal was sagen. Ich kann dir schon mal was sagen. Ich checke. Tobi checkt. Jetzt geht aber, als zeigt er seine wahre Seite. Tom, Bett 1000. Die wahre Seite ist die schöne und bessere Seite. Das zahl ich. Ah, dann könnte ich erforschen, dass du gewonnen hast. Tom, schau da. König Bube. Asskönig oder sowas, ne? High, cut, ass. Ich wusste es dann. Ich wusste es halt nicht. High, cut, ass, König, Kicker. Aber du hast gewusst, das war was. Oder? Ja, ich dachte irgendwie, er hätte dann doch, aber als er dann gecallt hat, wirst du es dann. Ich bin halt so wie du. Weißt du, Donny? Ich kann gar nicht mehr. Tobi gewinnt den Pott. Scheiß nicht. Ich habe so einen schönen Pott, hat Tobi gewonnen. Ich finde Toms Bluff ganz gut. Der hat zweimal gecheckt und hat dann am River die Schwäche von Tobias gewittert und hat dann einfach 1000 gebettet. Dass Tobias da callt, finde ich aber auch, der hat was gerochen. Eiskalt. Gut gespielt, oder? Aber vielleicht war vorher schon der Talk so ein bisschen irreführend so mit dem Check-Baby. Also, ich habe nichts, Baby. Ich weiß es nicht. Ich bin eben locker, oder? Ich bin locker, nicht locker, oder? Du kriegst jetzt richtig durch. Die Leute lachen über mich, weil ich einen Schlips trage, aber du hast eine Weste an. Und er lacht über dich. Tobi, die Frage ist, hast du die Weste von Marco ausgeliehen, oder hast du die tatsächlich einfach dann nochmal selber, also mit Inspiration? Die Weste ist mein eigen. Mein eigen Blut ist die Weste. Von Marco, sehr gut. Jetzt tilte ich natürlich, das ist klar. I call. I call. Katja, I call. Donny fold. Call. Tom call. Schlange. Fabian call. Race 600. Tobi, race auf 600. Tobi, 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 was mache ich noch mit dir? Er macht einen auf netteren Jazzsänger. Stimmt beides nicht. Und in seinem. Stimmt beides nicht. Aber dein Wikipedia-Eintrag sagt, du hast den Newcomer Jazz Award 2006 gewonnen. Stimmt das? Stimmt das, wie alt ich bin. Ben Fold. Flo Fold. Das ist die erste Sendung, wo sich Leute aufs Maul hauen bei Final Table. Call. Naja, es ist nur, weil Leute gesehen haben. Latjana, call. Aber nur, weil sich Leute angegriffen brüfen haben. Ja, call. Call. Tom call. Fabian call. Ah, Fabian ist noch dabei. Dann wäre ich rausgegangen. Ach, shit. Jetzt wäre ich rausgegangen. Jetzt wäre ich rausgegangen. Ich würde sagen, dass diese Biere mir so eine gewisse Lockerheit bringen, auch an einem Tisch, der mir sehr gut steht. Bier spiele. Kriegst du auch, Tobi? Krieg auch, ja. Ah, sehr gut. Das erklärt natürlich dann doch einiges. Du hast dein Opfer gefunden, ne? Du bist derjenige, der dem Psychoterror angesagt hat. Der schlägt nur gerade zurück. Das Schlimme ist, weil ich schwitze so doll, dass sie beschlägt hier oben. Das ist ganz unangenehm. Katja, check. Check. Tom, check. Tom, check. Tom, check, finde ich gut. Das wäre eine gute Gastrolle in Ostboys. Du hast ein T-Shirt von dem, ja. Ja, sicher. Mir wurden die jetzt auch schon mehrfach empfohlen. Alter, musst du gucken. Genau die Rolle, die Fabian heute macht, die wollte ich eigentlich auch mal machen. Also einfach nichts sagen. Das kriegst du nie hier, dass die vielleicht 10 Minuten machen. Er ist jetzt so geil etabliert mittlerweile. Er ist der Mysterious-Millan hier am Tisch. Fabian, wett 1000. Da fragt man sich, ob die Funke kaputt ist. Donny. Ich glaube, das kannst du nicht. Nee, das kannst du vielleicht 5 Minuten. Aber ich wollte einem das Gegenteil beweisen. Ich muss nicht immer Witze machen. Ich kann auch mal ruhig sein. Not gonna happen. Tobi Folt. Schöner Folt, Tobi. Gefällt mir. Gut gemacht. Somebody's gonna get cabalized. Ja, die Kameramänner machen so ein Moe auf. Der Moe, wo der ist gekämpft hinten. Ja, wo die noch ein Sternburg haben. Ja, ja. Wir machen hier mal schon den. Wie viel ist das jetzt? 1000. It's a pentagram, baby. Katjana Folt. Äh, Folt. Tom Folt. Folt geht an Fabian. Das ist der Serious-Fab. Nicht schlecht. Kannst du eigentlich, ähm, Fabian, auch so richtig geil so auf so, ähm, so Gebäude klettern so rein schnell und dann auch so, ähm, also wenn du dann irgendwie, kannst du auch so, ähm, wie so Heu wetten, kannst du da runterspringen, ne? Ist ja ganz gut. Meinst du über Assassin's Creed? Sag doch, wen du hinaus willst. Ja, das war so. Baby Driver? Falls die es nicht verstanden haben, Assassin's Creed. Ah. Oh Mann, das ist schlecht. Small und Big, aber... Oh Mann, war es schlecht. Wir sind dumm, an sich schon einen schlechten Gag auszuführen. Aber du hast ihn gebracht, das ist ja das was. Ja, das finde ich auch. Go direkt normal for the joke. Mut ist wichtig. Katjana Folt. Das ist auch die Welt. Donny Folt. Call. Tom Call. Irgendwie scheinst du richtig geile Graten zu bekommen. Tobi Folt. Ach, das ist alles. Ja, du hast ja gesehen, wie ich mit Ast-Dame verloren habe. Du bist der Gas Hansen von uns. Du bist einfach so ein... Ben Call. Loose aggressive. Nee, nee. Tight aggressive. Low Call. Hannes checkt. Du kannst davon aus, dass ich immer was habe. So ein Spieler. Und wenn du dich nachher auf so einem Dol-Brunson-Stuhl hier raushangen. Wie lebt der eigentlich noch? Ja. Ich spiele besser als immer. Flo check. Hannes check. Check. Tom check. 1000. Fabian Bett 1000. Ben Folt. Fabian ist nicht der Mann des Blöds. Flo Folt, Hannes Folt. Image ist alles, ne? Aber er hat mit Fabian schon nächtelang auf Gran Canaria Poker gespielt. Ah, ich dachte. Ach so. Poker. Immer mit dem selben Aufhörer. Was hast du gelernt? Ist das Kunt für... Was hast du dabei gelernt? Poker und Poker gespielt. Es fängt mit Po an. Und dann ging es falsch weiter. So geil, wie vier Leute genau den gleichen... Yes, baby! Darf ich den String machen? Darf ich den String machen? Nein. Da den 1000 nochmal 1000 drauf. Tom Race auf 2000. Fabian Call. Heads up. Gonna be dirty, baby. Nobody's gonna get gableized. 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 Ja, perfekt. Komm. 3. Tom Bett 3000. Das ist jetzt eine interessante Hand. Jetzt wird's spannend. Weil der River kann... Pick Flush Draw mit dabei. Und die 8 macht das voll Kläuschen für Tom. Ändert nicht mehr... Ändert nicht mehr so viel wahrscheinlich, weil Tom eh vorne war. Das sind die schlimmsten Situationen. Wegzukommen von einem schwachen Ass. Wenn du drei Assen floppst und dann auch noch so ein Mega Draw auf dem Turn aufpickst. In der Kommentatorenkabine ist das eigentlich gerade die Hölle los. Hat er nicht Unrecht. Weiß genau, was abgeht. Aber das ist ein Tell, den er gerade rausgehauen hat. Ja? Ja, das ist ein Tell. Was sagt er damit? Er hat gesagt, in der Kommentatorenkabine ist gerade die Hölle los. Wir wissen, dass er ein super starkes Blatt hat. Und wahrscheinlich hat Fabian auch ein starkes Blatt. Das gibt eigentlich Preis, dass er stark ist. Hat er die Sonnenbralle abgenommen? Nee. Der bewegt sich nicht mehr. Gable eyes. Gable eyes. Gable eyes. Gable eyes. Foo me once. Foo me twice. Reimt sich mit Gable eyes. Musst ihr weitermachen. Okay, wir haben abgemacht. Traust du Fabian jetzt ein Fold zu? Ja. Denk schon. Sehr gut. Applaudieren hier an dieser Stelle. Super Fold hingelegt. Super Fold hingelegt. Zeigt. Full House. Ich hab's dumm gespielt. Hast du gut gespielt? Nee, ich hätte einfach nichts. Ich hätte ihn blöffen lassen sollen. Guck dir an, was du hast. Ja. Ich hätte ihn blöffen lassen sollen. Wahnsinn. War eine tolle Hand. Wir schauen uns jetzt mal Fabian ein. Fabian Käufer aus Haunig. Der ruhige Games-Redakteur kam über den Cypress-Verlag. Die Bravo Screen Fun und IGN 2011 durch seinen ehemaligen Mitbewohner Trant. Endlich zu Game One. Nachdem er dann nochmal kurz irgendwo anders arbeitete, lieben ihn die Zuschauer heute für seine zynische, trockene Art. Man kennt ihn vor allem als Host von New Game Plus oder in Form des tollkühnen Wolves Anton in 9-11 Animal Squad. Doch ob ihm das nun am Pokertisch hilft, wage ich mal zu bezweifeln. Zumindest hat er im Gran-Canaria-Urlaub ein paar Mal gegen Max, Ben und Gunnar gewonnen. Aber das heißt ja nichts. Du hättest ja auch eine Straße haben können, wenn du... Ja, ja. Du hättest einfach geschenkt wahrscheinlich. Fabian, Geld, das man nicht verliert, ist Geld, das man auch mal gewonnen hat. Gut, ich habe halt vorher ein bisschen viel reingeworfen. Nee, das stimmt auch nicht. Also mit drei Aßen. Das gewinnst du ja nichts. Was du nicht verlierst, gewinnst du. Kannst du unterschreiben, ne Felix? Absolut, absolut. Das ist eine Situation, da unterscheiden sich die wirklich erfahrenen Spieler von den nicht so erfahrenen Spielern. Denn drei Asse sind nicht gleich drei Asse. Du musst halt die Bortsituation gut lesen können. Und an dieser Stelle ist es wirklich sauschwer für Tom überhaupt noch zu bluffen. An der Stelle, wenn er den River ansetzt nach der ganzen Aktion, die vorher gelaufen ist, muss er stark sein. Und dass das Fabian erkannt hat, ist super und mega wichtig. Und genau wie Sie gerade gesagt haben, Chips gespart, ist Chips gewonnen. Aber es ist nicht einfach, das wegzuschmeißen. Es ist das Schwierigste in der Welt. Das braucht Megadisziplin. Aber genau das ist es, was du brauchst, um profitabel zu pokern. Vier Spieler. Ich check. Arnes check. Donny check. 500. Tom bett 500. Fabian fold. Da schauen wir mal, wie viele Leute in dieser Runde auf Tom gebettet haben. Eine Menge. 93 Prozent. Ich hätte aber auch versucht, auf Fabian zu setzen. Wegen dem Flashtor noch dabei. Das hätte noch mal schön rappeln können am Ende. So, Middle-Pair gegen Top-Pair. Beide haben den besten Kicker, also das Ass dabei. Die Sieben schmeißt weg. Und Donny auch. Tom. Bei Tom läuft es aber auch einfach, ne? Ja. Treffer, Treffer, versenkt. Wie wir gucken das? Zwei Millionen? Aber ganz ehrlich, der wird am meisten die ganze Zeit sagen. Katjana ist jetzt ein bisschen ruhig, hat aber die Haare wieder offen. Ich versuche es wieder so rum, dass alles ausprobiert werden. 100.000 würde ich auch sagen. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass er einen sehr guten Laufkopf hat. Ich habe nicht immer sehr gute Karten. Dass er richtig heute einen guten Tag hat. Können wir Plätze tauschen? Smallblein. Das ist Radiana. Ich bin schon im Alter, wo man auch so über Leute redet. Tom hat heute einen guten Tag. Ist aus dem Bett gekommen, alleine. Hose war trocken. Naja. Nicht so einen guten Tag. Was muss ich nochmal machen? Ist jetzt einfach nur dran. Oder callen oder raisen. Oder folden. Fold. Call. Tom fold. Fabian call. Call. Ich call auch. Tobi call. Ben call. Flo fold. Raise auf 600. Hannes, raise 600. Tatjana fold. Donny fold. Donny fold. Call doch einfach. Fabian fold. Wie, wer ist 1200? Tobi raise 1200. Mach es mir immerhin einfach. Ben fold. Tobi, ne? Kann ich mit Daniel noch allein übrigens, Flo? Falls ich sie mal brauche, die Brille. Wieso, du bist doch vor mir raus. Ja, wahrscheinlich, aber irgendwann. Ach so, irgendwann ja. Ja, das geht. Du bist doch vor mir raus. Sag mal, trink doch mal einen Schluck Bier. Ja, das ganze Getatter kann sich ja kein Mensch mit angucken. Krass, ne? Ja, ich muss echt einen Schluck Bier trinken. Ja. Katja, hast du da irgendwas, wo man mit einem armen Mann mal eine Bierflatte aufmachen kann? Re-Race 2000. Klingt wie eine Band aus Hamburg. Re-Race 2000. Hallo Leute, wir sind Re-Race-Hannes. Re-Race-Hannes 2000. Ich hab's aber drei, ne? Ich trink mal mit dem. Er wäre 2000 ja gesagt. Re-Race um... Ach so. Ach so, okay. 2000. Das Rest muss weg. Call. Ah, ich wollte natürlich seins und nochmal 2000. Das Re-Race um 2000. Hätte ich dann. Das ist natürlich eine Situation, die ist halt schade, ne? Er wollte eigentlich nochmal 2000 drauf, hat aber auf 2000 geracet. Und da war Carsten unser Dealer natürlich, dafür sei er da, streng. Genau. Aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass er gar nicht so viel gereraced hat, weil jetzt hat er zumindest noch die Initiative auf seiner Seite und kann vielleicht, wenn... Ja, ne, leider trifft Tobias. Also wenn Tobias nicht getroffen hätte, hätte er die Möglichkeit gehabt, ihn jetzt rauszudrücken. Und damit ist die Hand wahrscheinlich jetzt durch. Ah, weiß ich noch nicht. Vielleicht versucht er jetzt den König zu repräsentieren, denn wir sehen tatsächlich noch den Hero-Fold von Tobias. Wer weiß, wer weiß. Glaubst du? Naja, wir haben alles schon an Folds gesehen in dieser Runde. Mich würde es nicht überraschen. Hannes denkt auf alle Fälle drüber nach. Er rechnet. Jetzt lasst du ja fertig. 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Jetzt macht er vor mich schon entspannt. Jetzt schnitt in seinen Kopf, wie bei Homer Simpson mit so einem Faden. Ja, oh ja, ja, oder dieser kleine Affe. Check, 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 check. So ein Rechenschieber. Hannes, Bett, 4000. So, Felix, lass jetzt noch mal über Tells bei Hannes gucken. Also er sieht sichtbar. Erwischt. Wie lässt du den Zirkern noch? Kannst du das sagen? Also Tobi hat ihn auf alle Fälle scheinbar erkannt beim Bluffen. Eis kalt erwischt. Hannes sah auch nicht wirklich komfortabel aus, muss ich sagen. Der sah so ein bisschen angespannt aus. Ist es denn so, dass man eher angespannt wirkt mit einer schlechteren Hand aus der Nachfahrung oder mit einer besseren Hand? Gibt es da bestimmte Zeichen des Körpers? Das ist bei jedem unterschiedlich. Also ich glaube, manche Leute werden nervös, wenn sie sehr, sehr starke Hände haben. Manche Leute werden sehr nervös, wenn sie bluffen. Und das äußert sich bei jedem anders, sieht man ja. Es gibt so Indikatoren. Wenn man stark ist, zum Beispiel Tom hat gerade an seinem Bier genippt, als er das vor Haus gemacht hat und hat sich dann zurückgelehnt und getrunken. Das ist ein typisches Zeichen, ne? Das ist ein typisches Zeichen. Das hat man letztes Mal bei der Sendung auch schon gesehen, das Zurücklehnen und Trinken. Hier hat man einfach gesehen, er war ein bisschen angespannt, war so an den Tisch gelehnt und sichtlich Unbehagen irgendwie hat man irgendwie gespürt, fand ich. Also für alle da draußen ein gutes Zeichen, wenn sich einer wegdreht vom Tisch, eine Cola trinkt, einen Kaffee. Oft ist es so, der ist durch mit der Hand und der hat die Nutz auf der Flosse. Zum Tisch hin gewandt und sehr unbequem irgendwie deutet er darauf hin, dass irgendwas nicht stimmt, finde ich. Bei professionellen Pokerspielern, gehen die im Psychotraining und sowas zu erkennen? Machen die sowas? Also als Online-Spieler natürlich nicht, aber wenn du live spielen gehst, kann das schon helfen. Aber es ist nicht immer das Ausstattgebende. Menschenkenntnis ist wichtig und du wirst dann auch, ich nenne das einfach mal sowas wie, du spürst an der Tischdynamik, wie jemand drauf ist und du merkst ja auch, wie viel hat er getrunken, wie viel hat er gespielt, passt das jetzt zu seinem Verhalten und so weiter. Family Pod könnten wir machen, kann das sein? Ne. Das sieht ein bisschen so aus, ja. Was ist ein Family Pod? Ohne, ohne, wenn es Adel dabei wäre, aber zwei sind schon raus. Donny Call. Die Option. Check. Check. Richtig. Können wir mal die Garten sehen hier jetzt. Sechs Spieler. Family Pod war es noch gar nicht. Der Mach aber auch nicht. Ne. Was ist der? Check. Nix. Donny check. Check. Tom check. Tom check. Fabian check. Ehrlich setzte 1.000. Ben Bett 1.000. Ich bin hinaus. Du meinst mich Jan. Flo Folt. You're one in it. What's in her life. Wer war denn das überhaupt noch? One in Wonder waren das, oder? Äh. Du bist hier der Musikprofi. Ja, ich bin nicht so charts-affin. Ja, bist halt cool, ne? Na klar. Ich fand es im Verbrechen cool zu sein. Jetzt mal ernsthaft, weil du mich vorhin für Jazz angemeckert hast, wie würdest du es beschreiben? Wo hab ich mit Jay? Ach, das war ein Witz. Das war ein Scherz. Okay. Der Tater war einfach nur Jay. Für einen richtigen Jazzer ist das Schlager, was ich mache. Ich mag deinen Hand. Echt? Ja, ja. Es ist Unterhaltung. Ist das nicht Big Band? Ja. Ja, aber schon. Jazz ist natürlich auch so. Das klingt jetzt so nach Understate. Da geht es nochmal knallhart zur Sache. Ich bin ja Ewigkeiten auch mit der Brenner auf Tour gewesen. Ich kenn das, ja. Ja, immer mit seiner Trompete. Ja, ja. Das nervt ja auch irgendwann, ne? Gerade auch im Bild auf dem Schiebetrompete. Ja, ja. Das nervt ja auch irgendwann, ne? Komm. Das ist immer eine Chance. Gerade beim Frühstück. Wie oft hab ich dem Tele gesagt, komm, lass doch mal. Lass doch mal. Hör doch mal auf. Cardiana Fold. Mach doch mal was anderes. Sonny Fold. Warst du wirklich mit ihm auf Tour? Nein. Tom Fold. Fold. Fabian Fold. Pott geht an, Ben. Just everything. Ich hab mal einen Roadtrip gemacht mit Jerome Boat. Dankeschön. Ja? Das war cool. Das ist ja nett. Wie so ein Datt? Ja, das ist echt was. Wie kann denn das zustande sein? Wie gleich, glaub ich, bist du denn? Ja, ey, ich bin leider auch so gleich noch. Wie kann das sein, dass das... Ein Roadtrip mit Jerome Boat. Kann doch sein, dass da irgendeine Aktionen machen wird. Hört mal an, ich brauche mehr Brillen. Ja, mein Gott. Du bist der Verwandte. Das ist geil. Alter, der macht sich lustig über dich, Mann. Ich hab mal Lust. Ich schnapp dir in die Reine. Das Beste, was ich erreicht hab, hab ich saß noch mit Franz im Studio. Wie ist das? Franz. Der Kaiser. Oh, ja, ja, ja. Was hast du mit dem gemacht? Tom Small. Der ist der beste Mensch. Der Name wandert. Ja? Ja. Der kommt erstmal an mit seiner alten Aktentasche, wie so ein Lehrer. Also wirklich so eine alte Lehrer-Aktentasche. Du grüßt erstmal alle mit Bussi. Wer jetzt? Ich hab's verpasst. Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Okay. Der ist natürlich, der nennt mich Franz. Der nennt mich Franz. Ich call. Tobi call. Ich raise auf 600. Ben raise 600. Flo Fold. Nun Fold. Weil er jetzt einmal... Das denkst du nicht. Tom Fold. Stimmt, seitdem hast du... Aber wir haben da oben... Du bist ja bei Sky Champions League, du guckst die Spiele. Ja. Und der hat nur Bayern geguckt. Und der hat mitgepult. Fabian Fold. Echt? Er war richtig die ganze Zeit. Du musst doch schießen. Aus der Vorstellung muss doch mal einer schießen. Ach geil. Jetzt um einer Zeit. Du wirst froh gehabt über die Zeitlupe. Was war jetzt? Wie war es? 600 sind wir. Müssen wir denn in... Wer denn? Wie raced du da? Müssen wir denn in den Sparstrumpf? Ein raise, ein call. Mhm. Ich call. Call Tobi. Ich bin mit dem ganzen kleinen Schweiß hier los. Drei Spiele. Ich hab mal ein Spiel zusammen geguckt mit Hansi Küpper. Oh. War auch sehr interessant. Der natürlich immer Pro Evolution Soccer jahrelang, leider nicht mehr, aber immer kommentiert hat. So und irgendwann hast du das halt, wie ich zum Beispiel jahrelang immer wieder hunderte Spiele gespielt. Du hast halt diese Floskeln einfach quasi aus dem FF. Da liegt ja stehen drauf und so. Wolf Fuss, also hat das... Also die Floske war jetzt von Wolf Fuss, aber die haben das immer zusammen gemacht. Hab ich einmal mit dem was trinken im Westfalenstadion, haben wir da so ein Spiel zusammengekuckt. Du hörst halt nur, wenn er mit dir redet, die ganze Zeit immer nur diese ganzen Sachen. Egal was er sagt, so. Ja, wie geht's dir so? 600, race. Er muss gleich den Konta von dem Kuhn oder das. Ich glaube, jetzt kommt Wolf Fuss in die Ecke und sagt irgendwie so, ich mach das nicht. Bitte was? Ben, race 2000. Bitte was? 2000. Bitte was? Vier sterben. Oh. Jetzt hab ich nachgerechnet. Oh, ich bin nicht. Ja, das war ja vor der Kamera. Fabian Call. Ich hab's vor der Kamera gehabt, das fand ich gut. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Also jetzt wird's eine interessante Hand, weil möglicherweise kann es schon die letzte sein von Ben, denn wenn ich mir so den Stack angucke, den er noch dahinter hat, das sind übrigens erstmal die Bets von euch, 82% haben Fabian gesetzt, Ben noch 16%, aber ganz unten steht Ben's Stack mit 2750, der Pod ist schon bei fast 10.000. Da kommt er schon fast schwer raus, wenn er jetzt selber schon 2000 wird, oder? Vor allem hat er gutes Entwicklungspotenzial, wenn jetzt ein Pick noch dazukommt, wird es sehr schwer, auf ihn rauszukommen. Die einzige Hoffnung, die er jetzt hat, ist Bubu oder 10 zu treffen, oder dass es auf einen Turn-Check-Check geht, wenn er sich nicht verbessert. Aber Tobi macht eine 3-Bit auf 4.000. Erased. Der ist gierig geworden, sag ich euch. Aber das ist seine Chance, jetzt auszusteigen. Für Ben gut, wahrscheinlich. Denn wenn jetzt Fabian auch noch callt, dann weiß er, meine 10 ist wahrscheinlich, da kann man gut raus. Aber Fabian wird wahrscheinlich nicht folgen, und das könnte jetzt sein, dass die beiden hier ins All-In gehen. Oh, baby! Okay, ich halte die Fresse jetzt. Jetzt geht's um echt. Jetzt geht's um was. Heads up! All-In. Fabian, All-In. Wie lassen Sie? 3.000 noch was? 2.000, 3.600, 700, 800, 3.900. Er hätte, wäre dann Empfehlung jetzt eigentlich zu checken, Fabian? Ich würde checken, ja. Checken, ne? Weil jetzt gibt der Tobias tatsächlich noch die Möglichkeit, aus der Hand zu kommen. Denn jetzt schlägt Tobias im Grunde nicht mehr viel. Eine Straße liegt da, zwei Park-Kombinationen. Du musst sofort aufdecken, oder wir decken sie dann nach. Sieht sehr stark aus. Wenn du callst, drückt ihr beide auf, um die Spannung zu erhöhen. Tobi kann das eigentlich nicht callen, oder? Nee. Nach der Action sollte Fabian ja auch nicht mehr flürfen. Du kannst ihn aber auch nicht einschätzen. Man muss immer sagen, wir kennen die Karten. Ja, ja, klar. Die kennen die Karten nicht. Wir haben hier leicht reden. Ja, das ist immer das Gleiche. Das ist logisch. Als Kommentator bist du allwissend. Ja, aber die verlierst du ja gleich. Ich calle. Ich calle. Oh! Schiech! Showdown! Schiech! Oh, das sieht aber nach wie das Gesicht von Fabian. Ist egal. Tobi call. Ach, scheiße. Showdown. Ja, gewinnt er. Two pair. Nein, das haben wir ja nicht gemacht. Aber ganz kurz. Tobi hätte das jetzt auch nicht zeigen müssen. Hätte jetzt auch sagen können, nach dem Ast. Ach, hätte. Nee, ist ja all in the showdown. Naja, ist ja all in the showdown. Hätte ich schon von mir? Just saying. Als wurde das zuerst gesagt, er hätte jetzt auch einfach in den Mock schweißen können. Hätte er machen können. Dann wäre, aber egal was gekommen wäre, wäre seine Hand tot gewesen. Aber seine Hand ist schon tot. Ah, ja, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass du da so reingehst. Das war mir klar, deswegen habe ich ja gefragt. Hannes, stark, Fabi. Wenn ich gefragt hätte, hätte ich ja gesagt, geh raus. Geäschert. Die Psychotricks. Und die Regie denkt, ich habe immer noch keine raus. Soll ich es einfach abziehen von deinen? Ich sitze hier noch bis morgen. Aber ich weiß, welche Matze ist nächstes Kluar. Gibt das deins noch gewesen? Das war meins. Dann gibt es deins mal her. Also was wir hier gerade gesehen haben, war der größte Pott des Abends mit 19.800 Chips, der da noch gezählt wird. Hier kann man daraus mitnehmen, mit einem Ass und einem schwachen Kicker, also einer schwachen By-Karte ist es immer ungünstig, so einen großen Pott zu eskalieren, weil genau das passiert am Ende. Man kann seinen Ass dann vielleicht nicht loslassen und hofft, dass der Gegner blöfft, aber in dem Fall. In dem Fall glaube ich aber tatsächlich, dass Tobi ihn anders gelesen hat und irgendwas an ihm erkannt hat, dass er sagte, ey, erzähl mir hier keinen Müll. Ich glaub dir das erst nicht. Tobi hat sich auch von seinem bisherigen Auftritt, von Fabiens bisherigen Auftritt irgendwie beeindruckt. Das hat er gerade selber gesagt. Er hat gesagt, ey, man kann ihn nicht einschätzen, man weiß nicht, wo man dran ist, er redet nicht, er hat den Hoodie auf, er hat die Sonnenbrille auf, er spielt die ganze Zeit so verhalten und man weiß nicht genau, wo man dran ist. Also da hat sein Image natürlich schon geholfen. Fabiens Image. Während man gerade so einen Korb einwirft und dann in die Kamera so, ey, ich bin Donnie und ich gewinne das Ding. Wir spielen ja keinen Basketball. Achso, der Spiegel geworfen hat und dann so, Schnitt, okay, kommt nochmal her und dann so Karten wegwerfen, ey, ich bin Donnie und ich gewinne das Ding. Ich krieg immer alles ins Loch. Du meinst Shuffleboard. Ich mach 600. Ich hab gedacht, du spielst Image. Aber Donnie, man muss gar nichts einlochen beim Pokern. Na ja, gut. Ben Race 600. Flo Fold, Hannes Fold. Ah, jetzt, diese Kommentatoren labern bestimmt wieder Müll hier, ne? Die labern wir doch die ganze Zeit Müll, oder? Die halten sich grad voll den Beinig, ja. Tobi, Tobi. Was ist denn da oben? Wie viel? 600 sind wir gerade. Wie viel? Ich hab übrigens die... Das sind wirklich no one ever. Ein blauer und grüner. ...die Vorstellungsmatzen von dir, Fabian, und von mir gesehen. Und meine war halt, also ich weiß nicht, ob das bei allen dann so ist, meine ist mega gemein. Und eure sind so total nett. So, ey, ja, Donnie, ihr kommt da und da her. Ja, mal gucken, ne? Unser Grauburgunder, so. Das war so das härteste, wo ich schon dachte, okay. Und bei mir fängt's direkt an. Flo, unser pummeliger erster Aufnahmelander. I Race. Nur mit Furzgeräuschen unterlegt. Race 2000. Von Kostjana. Von zerte Bilder so. 1000. Von Furz und Kotzgeräusch. Besoffen ist er auch die ganze Zeit. Donnie Fold, Tom Fold. Also meine lief ja schon. Fabian Fold. Und wenn ihr es noch nicht wusstet und die Leute da draußen, mein Zweitname ist Marvin. Also ich wusste es bis heute nicht, aber anscheinend. Das ist mein Zweitname Marvin. Ich weiß nicht, ob meine schon lief, da wird auch noch dann meine Heimatstadt auch noch falsch ausgesprochen. Das kommt auch noch dazu. Ja, mal 1000. Meine Matze ist sehr nett. Ja, du hast ja 400 erhöht. All in, Ben. Wer ist denn überhaupt dabei? Ben ist all in. Zwei zartes Stacks. Finde ich einen schönen Ausdruck. 4, 7, 4, 7, 50. Ich kann ja nicht mehr rein. Nee, du kannst es immer noch callen. Also wenn du jetzt denkst, du hast eine gute Hand, dann kannst du es machen. Was hast du denn da zusammengezählt? Ich habe total scheinbar. 2,560... Oh, ich habe die vertauscht. 2,650. Ich hatte gerne 4,750. Also 1,650 noch zu bringen. Ich habe sie verwechselt. 20.000. 11.200. So, die Aktion, die wir jetzt so gerade gesehen haben, dass Katjana Donny die Karten zeigt, er schüttelt und sich in die Hand einmischt. Das geht eigentlich nicht. Im Casino wirst du dafür gebandt, glaube ich. Wenn man ganz ehrlich ist, das ist ein No-Go eigentlich, oder? Sollte man nicht machen. Also der Runde, alles klar, aber während man an der Hand spielt, sollte man eigentlich niemanden seine Karten zeigen. Keine gute Etikette, nicht nur nicht zeigen, sondern man darf dann auch nicht sagen, nee, dann schmeiß weg. Genau, Tipps holen und so weiter, ist auch ein No-Go. Aber es hängt immer von der Runde ab, wenn sie es alle akzeptieren und für ihr alles okay ist und es ist das für fun. Hier geht es um den Spaß. Hier geht es um den Spaß, alles gut. Und es gibt Hausregeln, beim Poker gibt es immer Hausregeln. Wenn das ein Homegame ist, ist es eine Hausregel und dann ist es gut. Ich bleibe, ja. Ich oder was? Ja. 700, ich hoffe, du brauchst aber auch noch mal ein Bier. Flo, Raze, 700. Hannes, Fould, Katjana, Fould, Donny, Fould. Ich muss mal mein Kostüm anziehen. Tom, Fould. Don't splash the paw. Fabian, call. Tobi, Fould. Ich muss jetzt anziehen, wenn es Action gibt. Ben, call. Darfst du schon, ich will dir nichts vorschreiben. Das kommt natürlich cooler, wenn du... Die Mitwirkung hier beim Poker, ist sie das eigentlich so... Ich mach dich, ich will nicht. Was meinst du jetzt? Oder im Sinne, weil sie eben von Tinder gesprochen hat. Ist das so ein Ding, wo man sagt, hm... Also jetzt, wo Lars Eric Pausen im Urlaub ist, kann man auf jeden Fall wieder auf Tinder in Hamburg. Kann man auch was nicht sagen. Jetzt wieder so ein bisschen was... Das ist ein sexy Paar Poker. Ihr habt doch schon mal ein Table dabei gehabt. Oder ist das eher so ein Lose-Nerd? Du meinst jetzt, wenn ich beim... Wenn man hier mitspielt. Wenn man hier mitspielt und dann so sagen, die Leute, die Zuschauer sagen, ach, das find ich doch ganz so... Cool. Ganz sexy. 2,5. Ich kann nicht sagen. Oder sagen, das ist was für ein Vollidiot, dass wir überhaupt beim Poker mitmachen. So, wir sind in der 23 Hände, haben wir gespielt. Jetzt ist die 24. Wir fast schon all in. Mal gucken, ob gleich nach der Werbung einer die Segel streichen soll. Die Chip-Counts sehen so aus. Tom, ganz klarer Chip-Leder mit 24.000 Chips. Ben hat nur noch 3.350 Chips. Und mal gucken, wie es gleich weitergeht nach der Werbung. So, wir schauen mal auf euer Zuschauer-Ranking. Ihr spielt natürlich fleißig mit. Das soll den ganzen Abend so weitergehen. Übrigens, Stopp ist dann beim Heads-Up. Also immer nur noch, wenn noch 3 Spiele am Tisch sind. So lange könnt ihr spielen. René. Der René. Aber er hat jetzt im Moment keine Chips dazugewonnen. So, glaube ich, die letzten 2, 3 Hände. Der Nick Hanse holt auf hier mit 80K. Das ist das Zuschauer-Ranking. Im Moment führt René deutlich. Kann sich ja beim Lauf des Tagesabends noch ändern. Und ich glaube, ich habe so ein Gefühl, das wird hier nicht um 10 Uhr oder 11 Uhr zu Ende sein. Ja, also das ist mal wirklich eine ganz andere Runde als beim letzten Mal. Total verhalten, total zurückhalten. Man weiß nicht genau, wer jetzt als erstes rausfliegt. Ich habe auch keine Ahnung. Man hat viele Short-Stacks. Ben ist jetzt der absolute Short-Stack. Katjana ist auch Short. Aber da kann viel passieren. Und jetzt schauen wir uns die Matz von Tobias an, meine ich. Tobias, ne? Von Flo, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, von Flo. Bitteschön. Nur der Harten bekommt gute Karten. Unser pummeliger Aufnahmeleiter aus Rehensburg mit Hang zum Bauerntum hat doch jetzt schon 5 Korn-Cola-Intus. Der gelernte Flaschensammler möchte heute Flaschs ansammeln. Aber selbst wenn das nicht gelingt, als ehemaliger Handballer wirft er sein Blatt zumindest gekonnt weg. Schafft er es auch heute, erst als letzter zu gehen? Dealer-Button stimmt noch, ne? Hannes Fold, Katjana Fold, Donny Fold. Wirklich, also die schlimmsten Karten, Alter. Wonach geht es eigentlich mit der Blind-Erhöhung? Nach Zeit, oder? Korn. Wenn die Regie nach Hause will. Also ein Timer wäre, das ist gar nicht schlecht mal zu sehen eigentlich. Fault, Fabian, Call, Tobi und Ben. Option bei Flo. Race. Willst du das nicht mal genau so ansagen? Bei mir ging es nicht, ja. Race auf 1200. Aber ich habe ja zwei Chips gelegt, dann ist das automatisch ein Race. Ja, weil du das ja vorher schon drin lagst, deswegen. Äh, Fault. Ja, hast ja erstmal genug Chips, ne? Ja, ich fold mal. Fold Tom, fold Tobi, fold Ben. Blind Grinder. Ja, Blinds, Mann. Aber nicht das einer der Blinden. Was haben wir gesagt? Der Blind Grinder? Grabber. Blind Grinder. Der Blind Grinder. Riding on the Blinds. Irgendwo sitzt so ein Gamer-Typ und guckt das gerade an. Denk immer so, aber dann noch ein bisschen, noch ein Ton, ah nein, ich kann das noch nicht verklagen. Einen Ton noch, dann könnte ich mich verklagen. Aber wenn du das selbst machst, dann. Ich glaube sogar tatsächlich, wenn man das sogar singt, gibt es sogar... Na, krass. Doch, ich glaube tatsächlich. Ich darf doch mit einer Band einen Song nachspielen. Was sagst du, Flo, oder ist so, ne? Ich glaube, ja. Ja, tatsächlich, doch. Das ist totaler Schwachsinn. Du müsstest das auch wissen. Wenn ich jetzt mit einer Band einen berühmten Song nachspiele, selbst spiele, das können die mir doch nicht verbieten. Ne, verbieten könnte ich jetzt gar nicht. Ne, ne. Na, aber ich zahle dafür, oder nicht? Hä? Wenn du, äh... Kadianer Fold? Wenn du wo spielst? Donny Call? Wenn du bei dir im Proberaum spielst, dann nicht. Aber wenn du irgendwie dafür Geld nimmst, dann muss dir jemand dafür zahlen. Ne, Geld nehmen. Ja, aber hier bei uns ist ja das Ding, der Sender strahlt es ja aus und es ist dann Gamer-Pflichtig trotzdem, wenn du es selber spielst. Hä? Genau. Das meinte ich ja gerade nicht. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich sogar tatsächlich, dass es sogar so weit ist, dass dauernd ich hinaus, dass wenn du so etwas singst und es quasi eine gewisse Anzahl der Vocals, Fabian Kohl, Kobi Fold, Ben Fold. Das glaube ich nicht. Das ist glaube ich alles so eher Quatsch. So oba eine Legende. Ich raise auf 600. Flo, raise 600. Das ist echt nervig auf der Auge mit der Sonnenbrille, ne? Ich habe das Gefühl, sobald ich die Kapuze aufgesetzt, läuft das viel besser. Ich habe ein bisschen Respekt vor dir. Mehr auf das hätte ich. Danke, Mann. Wenn dein Schiff in Seenot gerät, bin ich auch da. Hannes Kohl. So bist du nicht. Du siehst eher aus wie der Typ, der da versorgen ist, das Schiff in Seenot gerät. Fabian Fold. Drei Spieler. Ich denke die ganze Zeit über diese GEMA-Frage nach. Ich stelle die ganze Zeit danach. Ich stelle die ganze Zeit danach. Ich stelle die ganze Zeit danach. Ja, aber das ist nicht verboten, oder? Du konntest doch nicht so einen Quatsch erzählen. Flo, bet 2000. Take it away. Verboten ist es nicht. Aber es ist halt, dann bist du halt der Assi. Du darfst es einmal machen. Ja, aber weil du es gemacht hast, ist es halt dis-trapped. Nein. Das könnte natürlich einfach die König Dame, hätte Flo jetzt ruhig auch mal den Flop checken können, weil er hat das Board so eingenommen, dass da eigentlich kaum was möglich ist für die anderen zu treffen. Das heißt, wenn er hier bettet, schmeißen die meisten immer weg. Das ist eine perfekte Situation, um zu blöffen zum Beispiel, auch gegen zwei Spieler. Online machst du das ganz oft. Gepaarte Board-Texturen, wo einfach nicht viel möglich ist. Dame 2-2, Ass 3-3 und so weiter. Kannst du einfach anspielen, da wird niemand was machen können, wenn sie nicht getroffen haben. Also hier wäre es echt mal ganz gut gewesen, eine freie Karte zu verteilen. Sollte man nicht immer machen, aber soll ich sagen, das war schon. Und lass uns mal eben kurz auf den Chip-Stack gucken. Wer ist denn im Moment der Short hier am Tisch? Ich glaube, Ben. Ben ist Short. Donny ist auch Short. Und Katjana. Hannes aber auch relativ dicht dahinter. So eben gerade aus Scherz wahrscheinlich, ja. Ich bin mal gespannt, wann es jetzt nochmal richtig kracht hier. Schauen wir mal. Ich auch. Also die sind alle sehr Short, wenn man im Verhältnis zu den Blinds mal schaut. Da kann relativ zügig was passieren, aber da müssen halt auch Hände für zusammenkommen. Man sieht es ja. Der Vollständigkeit halb halber, auch wenn es nur aus Scherz ist, bitte nicht sagen, was man hatte. Herr Escher. Aber das finde ich so ein Standard-Scherz auch, der eigentlich immer gut kommt. Jawohl, Herr Diener. Donny Folt. Da habe ich die zwei Asse weggeworfen. Achso, sorry, Call. Call Tom. Race von Fabian auf 600. Re-Race 1.2. Robi und Ben Fold, Flo, Race auf 1.200. Das ist einfach jemand anderes aus seinem Bruder gekommen. Hannes Fold. Ich spiele gleich wieder zwei Runden ohne. Okay. Damit wir mal Ruhe haben. Ja, ja, genau. Und das ist super heiß mit hier drunter. Ich weiß nicht wie Fabian das die ganze Zeit macht. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. Shakey oder was? Da mal eine Idee. Ich sehe, ich called. Ich musste wieder ein bisschen Psychoterror machen. Schade, ich würde gerne dabei. Tom Fold. Ich call. Johannes. Fabian called. Drei Spieler. Was ist das denn für eine Taktik? Ja, ich wollte auch Psychoterror machen. Ich habe schon lange kein Psychoterror machen. Du kannst nicht mit Wahrheit. Ich bin Psychoterror, Psychotricks. Ich bin ja kein Terrorist. Du bist ein Quotenterrorist, Alter. Aber ganz ehrlich, das ist ein Terroristenvideo von Tobi Escher würde ich auch nicht ernst nehmen. Hey Leute, hört mal auf. Die kommen immer über die Flanke. Das kann doch nicht wahr sein. Du schätzt mich doch nicht. Du weißt nicht viel über mich, ne? Du weißt nicht, wo ich herkomme. Also wenn ich raten müsste, wer am Tisch am ehesten einfach unkommentiert mit einem Messer zu dir kommt und den aufschneidet. Ist er weiter oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es als Kompliment nehmen soll. Bitte schneide mich. Ich bin ja aus 2000. Wer nennt dich auch die Libelle? Weiß auch nicht warum. Weil er so einen langen Schwanz hat? Katjana Fold. Fabian Fold. Wenn man Katjana ins Gesicht kommt, guckt, dann kann sie einem schon tatsächlich leidtun, weil ihre Chips gehen weg. Sie hat jetzt nur noch 2000. Die ist einfach so unter Druck. Die kann sich kaum noch bewegen, ne? Und muss eigentlich irgendwie gleich mal verdoppeln. Ganz lustige Situation hier auch wieder übrigens, dass das schlechtere Ass den Pott gewinnt. Warum? Weil es Initiative gehabt hat. Lustigerweise werden hier die Asse vor dem Flop immer überspielt, sieht man jetzt oft. Also Ass 3, Ass 5 bleiben dabei. Ass Bube hat auch nicht nochmal geraced. Derjenige, der aber geraced hat mit Ass 9, der gewinnt am Ende. Und obwohl er noch nicht mal das beste Ass hatte. Also das zeigt dann ganz klar, es kommt nicht mal auf die Karten die Auswahl an, aber es kommt eben darauf an, wie du sie spielst. Und oft sollten so schwache Asse auch einfach gepasst werden. Also Katjana zum Beispiel sollte ihre Asse eigentlich lieber wegschmeißen. Schon vor dem Flop. Und dann kommt man irgendwann auch in die Phase, wo man dann nur noch so 10 Big Blinds hat. Man verblutet die Chips halt quasi. Wenn man 10 Big Blinds hat, dann muss man einfach reinstellen. Und dann kannst du auch nicht mehr raisen. Dann musst du all in gehen. Und wenn, dann muss sie den Druck machen. Dann darf sie nicht in die passive Rolle gehen. Aber das ist bei den anderen genau derselbe Fall. Mit Ass Bube zum Beispiel. Ich glaube, das war Hannes, der Ass Bube hatte, oder? Wer war es? Ich weiß nicht mehr. Flo Fold. Ja, eben. Hannes hat auf alle Fälle jetzt erstmal zwei Asse. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Action abgeht. Aber er wird wahrscheinlich keine Action kriegen, weil alle anderen Grütze auf das. Hannes, Race 700. Katjana, Fold. Alter, Hannes, was liegt hier für mich? Donny, Fold. Den habe ich gerade benutzt. Den habe ich von Katjana. Aber die ist Fold. Tom Fold. Fabian Fold. Da hat keiner angebissen. Der ist leer. Fort geht an Hannes. Aber da darf man eigentlich nicht feulen. Aber man muss halt nur folden. Ich kann nicht spielen. Dann wollte ich einmal gegen Fabian, weil man immer frustriert ist. Man will ja mitspielen, wenn die Kameras laufen und so. Und dann versucht, diesen dummen Move zu bringen. Aber es ist ja doch auch schon ein Glücksspiel, oder nicht? Weil du immer sagst... Ja klar, deswegen war es ja auch ein Fehler. Also eigentlich sollte es ja kein Glücksspielern sein. Eigentlich sollte man immer quasi nur selbstbewusst die Karten spielen, wo man weiß, okay, man kriegt davon auch was. Und das ist ja genau der Fehler. Also das ist wichtig, dass du siehst, dass du auch zum Showdown kommst. Daran kannst du ja messen, wie sehr es ein Glücksspiel ist. Weißt du, wenn die Karten nämlich nie eine Rolle spielen, also wenn die so selten eine Rolle spielen, dann ist es natürlich auch... Ich habe also quasi genau das falsch gemacht, was ich sonst immer anderen Leuten erzähle, was sie nicht machen sollen. Habe ich halt auch gemacht. Aber wenn die Kameras ansieht, denkt man irgendwie so, hat man so ein bisschen mehr Bock. Habe ich das Gefühl. Let's performen. Fabian, Korn. Tobi, Fold. Ich setze all in. Ben, get all in. Wie viel sind das? Ganz knapp drei, vielleicht zwei, acht oder so. Drei tausend... Drei hundertfünfzig. Drei tausend einhundertfünfzig. Also siebtausend dreihundertzwanzig. Flo Fold, Hannes Fold, Katjana Fold, Donny Fold. Take it away. Alle Fold. Der Blindgrinder. Hannes... Ben gewinnt. Also die Situation haben wir eben bei Katjana angesprochen. Ben macht es eigentlich dann richtig. Der kann kaum noch raisen. Der ist in der Situation, wo er so wenig Chips hat. Hat er vorher mit dem Buben auch schon gemacht. Das ist das Spiel, was mathematisch korrekt ist, was quasi auch mathematisch irgendwie gelöst ist. Er hat ja selber gesagt, er hat einen mathematischen Hintergrund. Und da sieht man auch den mathematischen Hintergrund. Da gibt es das sogenannte Nash-Gleichgewicht. Also man kann nach Nash, kann man hier quasi direkt sagen, ein All-In mit A7 ist besser, weil er kriegt zum Beispiel Hände wie zwei Dreier, kriegt er raus. Weil zwei Dreier vielleicht Angst haben zu callen. Und das ist ja genau hier passiert. Erklär ganz kurz Nash. Da können viele nicht mit anfangen, ohne dass es zu kompliziert ist. Weil es gibt Tabellen, die sind sehr kompliziert. Genau, das ist eine Mathematik, nach der jetzt hier gearbeitet wird, wo du einfach All-In gehst, weil das die einzig sinnvolle Entscheidung ist mit dem Chip-Stack, den du jetzt hast. Denn alle anderen Entscheidungen würden nur dazu führen, dass du Fehler machen könntest. Also ein Call oder ein Raise zum Beispiel. Genau, weil hinter dir weißt du ja nicht, was hinter dir noch passiert, wenn du einen Raise spielst oder wenn du nur einen Call spielst. Aber wenn du All-In stellst, drückst du den anderen die Entscheidung auf. Und weil auch die Gefahr ist zum Call, dass zu viele in die Hand gehen. Dass zu viele in die Hand gehen und dass im Endeffekt die Stärke deiner Hand nicht zum Tragen kommt. Aber hier kommt sie ja komplett zum Tragen. A7 ist nicht die stärkste Hand gewesen. Dreier waren stärker, aber Dreier haben weggeschmissen. Ihr redet dann auch immer gerne von Fold-Equity. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die hinter mir dann folden. Wie kann ich mit meiner Hand auch den Druck ausüben, wo ich so gucken, dass die dann wegschmeißen? Es sieht viel, viel stärker aus und so hat es eben geschafft, diesen Pott zu gewinnen. Und das ist besser, als das A passiv zu spielen zum Beispiel. Vier Spiele. Ich glaube, ich habe noch kein einziger Runde gewonnen. Hast du wirklich nur bezahlt bis jetzt? Ich habe nur bezahlt. Ich glaube, du hast noch nichts gewonnen. Ich habe noch kein einziger Runde gewonnen. Ich will einfach nur, dass die Leute wissen, die Frauen können kein Poker spielen. Es ist wichtig für mich, dass sie das wissen. Check. Check. Tom, check. Fabian, check. Tom, check. Tobi, check. Das ist auf einem Sitten. Ja, immer wieder. Tom, check. Ja, was machst du? Tom, check. Naja, ich stelle mir da so eine Malereifirma. Slavomir, Tom, check. Malerwein, Tom, check. Flobett, 900. Slavomir. Slavomir, Tom, check. Wir machen günstig, aber die Slavomir. Namens will das noch verkaufen. Tom, Paul, Fabian, Paul. Oder hast du nicht gemacht bei Mayhemmel? Wer weiß nicht, wie viele Home-Checks gerade zu schauen. Aber du hast doch seine Jocke gar nicht an. Ich weiß auch nicht, aber das bezahlt doch nie jemand. Wenn ich irgendwas selbst bezahlt, keiner. Ja, aber guck mal so, Flo hat einen Pott gewonnen, hast König rausgeschmissen. Sehr gut. Das ist immer das gleiche Prinzip. Das hast du eben gesagt. Genau, Initiative spielt. Es ist einfach so. Wer Initiative ergreift, kann auch mit schlechteren Karten gewinnen. Aber man muss die Situation gut auswählen. Es gab eben auch eine Frage im Chat von dem Gewinner des letzten Final Tables. Herzliche Grüße an Eddie, der jetzt auch. Schöne Grüße. Wie kann man denn eigentlich hier mitspielen? Eddie, nur noch mal für dich. Das ist relativ einfach. Das hier, da Eddie, da gehst du drauf. Und dann kannst auch du mitmachen, wenn der Rechtsweg nicht ausgeschlossen ist. Das weiß ich nicht. Also für alle da draußen, ihr könnt auf eure Favoriten setzen. Und das geht immer noch. Und das geht, bis wir nur noch zwei Spiele am Tisch sind. Dann ist es nämlich vorbei. Und es gibt natürlich fette Preise, Eddie. Es geht auf die Gamescom. Auf die Gamescom geht es auch, wenn ihr Jobstairs.de ansurft. Da gibt es nämlich dann 50-Dosen-Beats-Ticket. Also unser Partner, der die ganze Sause hier mitträgt und uns unterstützt, hat 50-Dosen-Beats-Ticket für die Gamescom zur Verfügung gestellt. Die könnt ihr euch abgreifen auf Jobstairs.de. Oh, gut, dass du das noch mal erklärt hast. Richtig. Call. 600. Das muss ich ja noch machen. Der ist Donnie. Der ist erstmal noch dran, ne? Achso, ich dachte, der hätte keine. Flo hat geraced, oder was? Ja. Nee, ich hab geraced. Ich hab gecallt. Das ist gleich cool, Lelle. Donnie call. Wie war das jetzt? Ich hab vorgegriffen. Du darfst jetzt nicht mehr raisen. Aber du wolltest ja gecallen. Aber das muss ich dann, ne? Nein, musst du nicht. Das ist halt so witzig einfach, dieses so gemeiner. Ich call mal jetzt aber dann. Worst theatrical performance ever. Und dann halt, wenn Damon Fisch mit einem Trips und der... Tom call, Fabian fold. Als ob du, wenn du als Schauspieler-Romifold an einem Tisch auch bluffen kannst. Der Quatsch. Deswegen fang ich jetzt sicher auch an mitzusingen Blinded by the Blinds. Blinded by the Blinds heißt das. Ach guck. Ein Traumflop. Da kann es ja noch was Schönes aus ergeben, denke ich mal. Für einen von uns. Das ist korrekt. Ich bin all in. Ben all in. 2.500. 2.900. 3.050. Kannst du das nochmal nachzählen, bitte? Das ist korrekt. Ich hab irgendwie mitgezählt. Ben mit 3.050 all in. Jacke. In der Runde funktioniert die nicht, glaube ich. Das zahlst du doch aus der Portokasse. So 70er Jahre. Hey, Mann. Schon raus. Flo Fold. Donny Fold. Wenn das einer aus der Portokasse zahlt, dann hätte ich das. Das war die zweite Hand, die ich heute hatte. In der Original die zweite Hand, die irgendwas wenigstens ein bisschen gut war. Ich wüsste, was die Kommentatoren sagen. Keine Chance. Kein Flop. Was für wen war das? 3.000 ungefähr. Wir halten uns vornehm zurück, denn wir kennen ja die Karten, lieber Tom. Aber deine Einschätzung, was wird er machen? Das ist schwierig. Ben spielt seinen Short-Stack auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Ich mag sein Spiel. Er drückt die Leute wirklich in eine schwierige Situation. Und man sieht ja, wie schwierig die Entscheidung für Tom fällt. Also Tom gewinnt mit, also hat ja auch noch eine Straßendrode dazu. Also der kann auch, der hat noch 19.000 Chips. Für ihn sind es nur 3.000 Chips. Das ist natürlich auch ein Grund wahrscheinlich, warum er es gemacht hat. Das ist genau der Punkt. Er ist der Big-Stack. Er hat alle gecovert. Also er hat mehr Chips als alle und kann sich das erlauben. Selbst wenn er diese 3.000 jetzt verliert, wäre es kein Beinbrechen. 3-Outs für Nähe mittlerweile mit. Die 7 hilft nur noch. Oder die 5 für den Split-Pot. Guck mal, er sagt wieder Sachen und dann liegt er wieder falsch. Das könnte aber... Das war's für Ben. 2 Haare, ne? 2 Kumpel. Hey Ben! Hey Ben Leiser! Hey, scheiße! Yes! Yes! Ah, scheiße. Ich hab dich wirklich als Favoriten gehalten. Tut mir leid. Willst du meins sagen, ich brauche es ja nicht mehr. Wie? Wenn ich geh jetzt raus, damit wir uns... War das ein klarer Call? Ja, dann. Nee, viel Erfolg wollte ich nicht. Ah, scheiße, vielleicht einfach ein höheres... Du hast ja eine Ass gehabt und... Ey, du hast ja angefangen. Fünf wäre auch noch ein Out gewesen. Das ist ein bisschen cool. Also hat er dann 7 Outs gehabt. Oh Mann, und der will... 3 weiter oder warten wir auf das Interview? Das ist echt krass, ne? Guck dir das mal an. Du warst doch schon in Las Vegas bestimmen, du hast doch schon überall gezockt. Nee, ich hab doch... Ich hab einfach wirklich gute Karten. Das hab jetzt auch Glück gehabt. Ja, die ganze Zeit stapelt er so tief. Was ist das für Astray? Nein, das ist doch wirklich so. Du kannst dir angucken. Die werden kommen von den Kommentatoren nicht. Regie, spielen wir weiter oder unter? Astray. Astray. Das war schon nicht schlecht. Hat er schon gut gemacht? Also... Ja, aber ich bin bei Astray schon so oft. Ich bin auch nur deswegen... Ich hab gedacht, niemand fliegt heute vom Tisch. Jetzt hat's dich getroffen. Ja, hat mich getroffen, ey. Dumm gelaufen. Hatte, glaube ich, vier schlechte Karten. War oft, glaube ich, nicht mutig genug. Hab viel Geld auch verschenkt. Und, äh... Was soll man sagen? Ist halt Glück. Ist es Sport. Ich war vielleicht weder glücklich noch sportlich heute. Aber am Ende, da waren Felix und ich in seiner Meinung tatsächlich. Hast du auch dein Short-Stack-Dasein gut gespielt? Du hast es dann immer eingeschoben mit Ast. Ja, der Weg zum Short-Stack war vielleicht dämlicher, als den Short-Stack zu spielen. Hab dann versucht natürlich mit dem All-In hin und wieder mal ein paar Blinds abzugreifen und so, aber hat nicht gereicht. Eben wieder rausgekegelt worden. Natürlich auch eben ziemlich hochgepokert, im wahrsten Sinne des Wortes, damit, dass ich eigentlich nichts hatte und höchstens eine Straße in der Hinterhand hatte. Versucht rauszupushen, aber... Hat trotzdem Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ben, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir, ey. Ich hab euch auf jeden Fall ein Blank gewonnen. Scheiße. Ja, schön trauen, dass du es gemacht hast. Ben, ich liebe dich. Ich liebe ihn auch. Setz dich du mal hier jetzt hin jetzt und sag mal, wie es dir läuft. Das interessiert uns mal, was ihr so über uns redet. Weiter über Donnie und Tobi lesben. Donnie und Tobi... Wie größer einschätzen. Oh, wir... Den Konter noch verkacken. Small and Big Blind. Geh mal. Bier trinken, Bier trinken. Gibt's den auch? Ich kenn nur dieses Bier holen. Du wirst schon wieder hässlich. Es gibt Geh mal Bier trinken bis zum Abwinken. Warte noch und dann haben sie es. Ja, ich kenn auch nur Bier holen. Ein klassisches Malle-Ding. Ich hab den das erste Mal... Tatjana Fold. Da hab ich mich weggeschmissen. Das ist ja grandios. Es ist... Es ist vielschichtig. Donnie, Race 600. Ähm... Fold. Tom Fold. Rierace 1200. Fabian, Race 1200. Tobi Fold, Flo Fold. Hannes Fold. All in. Donnie, All in. Oh, die Steiflichkeit. Was hast du noch, Donnie? Ich frage meinen neuen. Komm mal, ich geh sowieso. Wenn ich jetzt sehr leise. Fragt extra. Ja. Nee, ich hab noch... Was machst du? Call von Fabian. Showdown. Hm, nicht schlecht. Königdame, Donnie gegen King Kong. Dann raus eigentlich quasi. Wenn wir drei Out haben. Geringe Chance. Sehr geringe Chance. Runner, Runner straight vielleicht. Not gonna happen. Ja, das geht aber schnell. Ja, als ob das jemals... Eine Dame trifft. Guck doch mal. Komm, Baby. Noch ist Donnie hinten. Ach nee. Jetzt kommt noch eine Dame, ne? Noch eine Dame. Das ist ein Nebenleben. Seed open. Oh, Donnie. So schnell kann das gehen, du. Ich hatte einfach nur Scheißhände. Irgendwann muss ich einfach machen. Langsam wird ich schaue. Das ist doch gemein, mit so Königdame raus. Okay, okay, jetzt machen wir. Ich hätte nie gewusst... Ich hätte vielleicht doch was leiden wollen. Scheiße. Aber ich kann jetzt in Ruhe rauchen in dir nicht. Rauchen ist schlecht für... Katjana gewinnt das Ding am Ende, ohne eine Hand zu gewinnen. Sorry, warte ich jetzt. Ist das eine Pause gerade? Nee. Nein, nein, nein. Ich ziehe nur meine Jacke wieder an. Sonst bin ich der Nächste, habe ich das Gefühl. Ich komme langsam raus. Guck mal, dich gegen mich und Katjana an. Und Tobi, was hast du da noch? Ich habe 6.000. Okay, ich mache jetzt nicht mitmachen. Das wird ein bisschen verschleiert. Guck mal, ihr habt noch alles dabei. Ich habe noch ein paar Tausend liegen, aber das war's. Ich komme auch nicht auf mehr. Wer hat denn die... Wer ist denn den Chip, die da? Ja, ich glaube, oder? Ja, Tom. Ich glaube, oder? So langsam bricht das Kartenhaus vom Tisch zusammen. Der zweite Knockout. Ähnliche Situation wie bei Ben tatsächlich. Du hattest auch so wenig Chips. Du warst relativ handlungsunfähig am Ende. Naja, eigentlich ja nicht. Wenn man ja sieht, ich hatte noch genügend Big Blinds. Das war einfach eine dumme Entscheidung, da jetzt all in zu gehen. Eigentlich hätte ich geduldig weiterspielen müssen. Big Blind liegt bei 200. Ich habe, glaube ich, über, keine Ahnung, 3.000. 3.9 oder sowas? Also das ist eigentlich Quatsch, da jetzt all in zu gehen. Also ich hätte gar nicht den Druck. Aber ich gebe zu, das war einfach eine emotionale Entscheidung. Also genau das, was man eigentlich nicht machen sollte, wenn man gut Poker spielen möchte. Ich hätte keinen Bock mehr. Vielleicht hat man es ja gesehen. Wirklich nur Scheißkarten. Und alle anderen leveln auf die ganze Zeit. Und ich habe gedacht, okay, König-Dame ist eigentlich mal eine ansatzweise gute Hand. Und ja, dann auf die Könige gelaufen und dann einfach zurecht verloren. Fertig. Also kann man gar nicht sagen. Einfach schlecht gespielt. Frust. Da war einfach Frust drin. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Ich lade dich aber ein, gleich in die Kommentatorenbox. Da sind ja zwei, die vom Tisch geflogen sind. Und trotzdem ein achten Platz. Egal. Du bist raus und hast nicht gewonnen. Wir sprechen gleich drüber. Da müssen wir raus. Gib mir noch eine Sekunde. Fabian, was ist das für ein süßes Gesicht? Das Siegesgesicht, oder? Er guckt die ganze Zeit zu ernst. Ich denke, ich habe Angst vor ihm. Du kannst jetzt gerne noch was reinwerfen. Aber die Erfahrungen aus den letzten Runden haben, dass es besser ist, rauszugehen. Okay, jetzt geht's los. Aber ich hoffe, dass einer das durchspielt. Ich will wissen, was er hat. 4.000. Okay, dann war's okay. Flo, Rays, 4.000. Katjana, Fold. Die Jacke ist back. Das ist die Jacke, Mann. Da sitzen sie, die beiden. Wir haben, Felix und ich, wir saßen hier und haben gesagt, meine Güte, wann fliegt der meine Erste raus? Und dann ging's zack, zack hintereinander. Und du hast ja gerade schon gesagt, eigentlich eine Scheiß-Hand dann am Ende hat sich erwischt und hat es aber auch irgendwie emotionalen... Ja, ich habe also genau, wie ich gerade schon gesagt habe, also genau das gemacht, was ich selber immer super oft kritisiere bei anderen Pokerspielen, wenn ich irgendwie privat spiele im kleinen Kreis. Dieses emotionale Spiel, dieses, oh, jetzt wird's schon passen. Das ist eigentlich Quatsch. Also es ist einfach... Man kann sich da gar nicht rechtfertigen. Also einfach... Ich war frustriert. Die Kameras sind an, ich will irgendwas machen. Ich habe ein bisschen auf Glück gespielt. Dachte so, okay, jetzt habe ich endlich... Ihr habt vielleicht gesehen, ich habe wirklich, muss ich dazu sagen, nur Scheißhände gehabt. Einmal die Asse, da hat keiner angebissen. Das war ein bisschen auch ein Risiko, muss ich sagen. Ich habe da 700 dann gesetzt. Also eigentlich nicht so viel, aber ich dachte, wenn so viele schon callen, vielleicht ist ja einer dabei, dein Pärchen oder so. Hat nicht geklappt und dann hatte ich wirklich nur noch diese König-Bube-Geschichte oder König-Dame war es, glaube ich. Also okay, irgendwie... Ja, das war einfach dumm. Also eigentlich genauso, wie man es nicht machen sollte. So, dieses von den Emotionen. Weil ich habe es gerade schon gesagt, eigentlich geht es ja nur nach den Big Blinds. Also Katjana hat ja auch gerade schon draußen in der Pause kurz gesagt, ja, sie macht sich Sorgen, die ist voll small, die ist gleich raus. Was ich so, nee, wir haben gerade 200 Big Blinds und du hast irgendwie, glaube ich, noch 4.000 auf der Hand. Also das ist eigentlich gar keine Sorge. Und dann spiele ich einfach langsam und ich habe es nicht gemacht. Also genau das, was ich eigentlich gesagt habe, nicht zu machen. Das Blöde ist ja beim Vorrang, man trifft eine Entscheidung, die ist falsch und die ist für das ganze Turnier falsch, weil man raus ist. Das ist eigentlich total dann am Ende ärgerlich. Hier geht es jetzt um nichts, so wirklich. Aber dann, wenn du bei der World Series sitzt und so eine Fehlentscheidung machst, die kann dann dramatisch sein. Genau. Und ja, auch gerade hier, wir haben es eben schon mal gesagt, man muss es ja auch immer zum Vergleich zum Chip-Lieder sehen. Und der ist in unserem Fall ja mit knapp 30.000 Chips dabei. Tom ist mit 30.000 am Start. Wo wir dann mit unseren drei, die wir wahrscheinlich so ums Ende hin hatten, wirklich sehr dumm dastehen. Das ist ja 10% vom Chip-Lieder ist schon sehr mager. Ich würde sagen, wir gucken uns mal eben die Hand an, denn Katjana ist jetzt all-in, hat aber Könige, läuft gegen Tom und wir sind mal ruhig und hören mal rein. Alles klar. Ja. Jetzt bin ich unsicher. Tom, call. Ob du das jetzt wirklich aus Versehen gesagt hast? Nein, nein, ich habe es mir bewusst, weil ich die Karten weggeschoben habe. Ich wollte callen. Ja, ja. Dann mach dir das mal, Tobi, Fold. Mach dir das mal. Showdown. Das ist, wenn man nur, ich kenne das zu Sturm, warum kommst du das Spiel nicht? Diese ganzen ganzen High-Stacks. Dann macht er das ja mal von der Lage. Showdown. Deswegen dachte ich, du hast jetzt nur gecallt. Die Dame, der Herr. Die beiden sind richtig packe. Ich habe schon wieder gute Karten. Die Pocket-10er. Oh, scheiße. Ja, klar. Die Pfundige, bitte. Das wird gönig, wenn ich das gewinne. Und direkt die 10 im Flop, ich sehe es doch kommen. Fucking please don't, don't you fucking... Kann ich eine Jacke haben? Die hat. Flop. Ah, da kommt nichts mehr. Da tut sich gar nichts mehr. 8, 9, 10, jetzt so ein Bube. Bübchen. Ja, so. Dann noch eine Dame. Da machen wir das Ding hier. 4, 8, 10, da sind viele Auts dabei. Oh, Gott, das wäre so schlimm. Oh, wie schrecklich. Ich würde mich so hassen dafür. Ich wollte diese Hand nicht schlagen. Das wollte ich nicht. Ja, ich konnte... Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Krass. Das ist schrecklich. Okay, es hat Spaß gemacht. Ich glaube, die sind nicht schrecklich. Ich habe die Karten hier irgendwie manipuliert. Auf einmal gehen sie alle noch. Auf einmal sozial. Alter Schwede. Wenigstens mit Marlene reingegangen. Schade. Schade, schade. Viel Spaß noch. Ich hoffe nicht, dass du gewinnst. Leider sieht es danach aus, momentan. Das ist mir sogar selber unangenehm. Den muss ich schon zugreiben. Schön zugeben. Den hast du auch noch nie gehört, oder? Nee, echt nicht. Okay, tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Das ist für eine Horrorhand. Oh Gott, das ist ja wirklich furchtbar gewesen. Wenn das nicht all in ist, spielst du es niemals bis zum Ende durch. Ja, genau. Dann gewinnt sie das Ding easy. Ich wäre sofort rausgegangen bei dir. Oder relativ schnell. Das ist... 600. Und... 600. Und... Flo, raise auf 600. Hannes Fold. Ich würde mal sagen, bitterer kann man das Turnier nicht verlassen. Du hast dich so gekämpft. Wir haben dich zittern sehen mit deinem Smallstake. Du hast auf eine gute Hand gewartet. Bekommst die Hand. Und Rana, Rana, Rana Straße. Ja, ja. Das war sehr, sehr, sehr scheiße. Ich habe gedacht, einmal, einmal werde ich gewinnen. Aber ich habe kein einziges Mal gewartet. Und dann noch mit Königin. Ja, wirklich. Wie hast du den Turnierverlauf erlebt? Wir in der Kabine haben so gesagt, das ist am Anfang relativ zäh. Das ist relativ zäh. Es kommen wenig gute Hände. Wie hast du das am Tisch gefühlt? Ja, auch. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwie stand ich immer ganz oft außerhalb von mir. Und ich dachte, so müsste ich jetzt machen. Aber bin dann entweder zu schüchtern gewesen oder beziehungsweise habe zu viel zu schnell rausgegeben. Und habe mich richtig gut gepokert. Also, ich habe öfters mal einfach nur so gemerkt, so jetzt hätte ich einfach nur geraisen sollen. Aber bin dann halt immer gecheckt oder mitgegangen. Und dann sieht man halt, dass ich unsicher bin. Und ja, also. Ich würde sagen, das lassen wir gleich nochmal von Felix, unserem Pokerexperten, nochmal kommentieren. Weil das haben wir, glaube ich, beide nicht so ganz so gesehen, dass du schlecht gespielt hast. Also, wir laden dich ein in die Kommentatorenbox. Und sorry, dass du mit Königin rausgeflogen bist. Wir gehen da raus. UTG an sich. Achso. Und das System hatte dich eben nicht in dieser Position. Deswegen hättest du ein... Wo sind wir denn jetzt mal rein? Da, der Button ist bei dir. Achso, der Button bei dir? Ja. Der Button ist bei mir? Ja. Ja, beziehungsweise auf leeren Positionen. Also, geht der jetzt die leeren Positionen durch der Button? Das ist irrelevant. Ist egal. Geht der aber die leeren Positionen durch der Button? Nur die eine, weil sie eben gerade zwischendrin rausgeflogen ist. Achso. Okay. Danach ist die Position weg. Technisches Versagen bei Rocket Beans TV. Hä? Bei Hannes Kerstin im Kopf. Hä? 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 Da setzt euch die ganzen Entertainer alle weg. Und wir sitzen hier. Was soll das denn halt? Tobi Fold. Äh. Call. Flo Call. 1000. Hannes, race auf 1000. Ja, da bin ich nicht dabei. Ich auch nicht. Tom Fold. Fabian Fold. Du hast halt nicht deine Jacke an. Ich dachte jetzt. Ja, das ist ein guter Moment. 70 mal. Nö, ach nö. Flo Fold. Früher habt ihr alle noch mitgespielt. Na, früher war der ein bisschen radikaler. Wir haben ja gespielt ein bisschen in die Nacht, ja. Das ist so geil, ne? Also man muss man wirklich sagen tun, Colin, also ich hab Colin sehr gerne. Colin, du hast ja fick dich. Und du bist schon ihm nicht unähnlich und darum finde ich dich auch nicht total scheiße. Zu wem jetzt? Zu Tom? Darf ich jetzt? Jetzt bin ich der Button. Ein Kompliment. Auf Hannes Atom. Ich hab's aber total verstanden. Da bin ich immer mit gut gefahren. So, Katjana ist jetzt bei uns in der Box. Das sieht natürlich auch einfach aus, wenn man die Karten kennt. Du hast selber eben gesagt, du hast es eigentlich schlecht gespielt. Ich hab gesagt, wir fragen mal Felix. Wir waren nicht der Meinung, dass du so schlecht gespielt hast. Am Ende konntest du ja nichts machen. König gegen Zehner ist einfach der klassische Suckout, den du bekommen hast. Da kannst du nichts gegen machen. Vorher waren Situationen, wo du immer reingegangen bist mit Karten und du konntest einfach nichts treffen. Du hast gemerkt, du hast gesucht und man hat gesehen, du wolltest gewinnen und so. Und es ging halt einfach nicht. Aber ich glaub, das lag in der Hauptsache daran, dass ihr habt alle nicht besonders aggressiv gespielt. Ihr wart alle sehr zurückhaltend. Keiner wollte irgendwie rausfliegen. Ihr wolltet mal vorsichtig rein und so. Und das hat man halt richtig gemerkt. Aber es hat nicht richtig funktioniert einfach. Nee, das hab ich auch gerade eben gesagt. Ich hatte das Gefühl so, ich hätte aggressiver spielen sollen, aber war dann immer so ein bisschen viel zu schüchtern und halt nie selber geraved, sondern immer nur mitgegangen oder sowas. Und dann aber auch hatte ich öfters das Gefühl so, weil ich hatte so ein paar Ass und dann halt eine Lower-Karte. Aber ich dachte so, geh ich jetzt mit meinem Ass? Das sind Situationen, da wäre ich auch raus gewesen. Und dann, aber das ist etwas deprimierend einem auch. Und ich glaube halt irgendwie beim Poker ist es so, dass wir, ich spiele ja auch nicht super viel, aber dann halt, wenn du so ein paar Mal keine Hand bekommst, dann denkst du so automatisch so, ich krieg keine, ich krieg gar keine Hand. Das hat gerade das Gleiche gesagt, als er mit Dame König reingeschoben hat. Das gibt dann so einen emotionalen Faktor, wo du sagst, es ist auch, man braucht auch gerade für so eine World Series of Poker, die über mehrere Tage geht, sondern man braucht Konditionen. Du brauchst mentale Stärke einfach total, du musst einfach immer da sein. Aber du hast einen guten Fult gemacht mit den Buben, zumindest hast du es passiv runter gespielt. Das war gut am Anfang, das war echt gut, weil da hättest du auch schon direkt raus sein können gegen seine Könige. Ich bin immer nach einem Flop rausgekommen, das ist immer so, okay. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass irgendwann dann so der Punkt kommt, wenn man, du hattest dann irgendwann nur noch 5.000, noch 4.000 Chips und dann traut man sich nicht richtig, wann ist der richtige Zeitpunkt, den sucht man dann. Aber das ist zum Beispiel was, was Fabian gerade richtig macht, ist, der geht einfach rein, wenn er eine Hand hat, dann bleibt er bei der Hand und dann gibt er richtig Gas. Aber würde dir sagen, dass der Fabian mehr öfters mal bessere Hände hatte als andere? Der hatte ganz okaye Hände, auch nicht wirklich gute Hände, aber die hat er zumindest dann durchgezogen. Das war interessant zu sehen. Wir können uns mal in Ruhe hier mal so ein paar Hände angucken, zwei, drei Hände. Ja, sehr gerne. Was ist, wo sind wir? Die ist übliche, ne? Zur Schlange. Call. Genau, Tom Call. Race auf 500. Race von Fabian auf 500. Ja, ich kann es nicht mehr hören. Crazy Fold, Flo Fold. Was geht denn eigentlich, Tobi? Zeig mal, Chips letten. Andere Chips sind auch lecker. Ich gehe mal mit. Call. Ist das doch gar keine, ist das eine Marke? Chips letten ist eine Marke? Call. Hast du mal ein Tempo oder ein Zähler? Heads up. Nee. Mir fällt nichts mehr ein. Doch, ich habe letztens wieder was gehört, was auch, wo die Leute den Namen, Markennamen benutzen anstatt, was war das? Tesa zum Beispiel? Oh ja, Tesa. Check. Aber Gaffa ist nicht, oder? Ist Gaffa? 1500. Gaffa Tape? Fabian Bett 1500. Ich weiß gar nicht so genau gerade. Du müsstest doch wissen, oder nicht? Du bestellst doch. Nee. Tom Bold. Ein Bier mehr. Pot geht an. Fabian. Ey, die beiden, ne? Ja, ey. Gut. Wir wollen mal nicht hier unterschätzen. Also, da liegt auch einiges Braunes bei dir. Ja. Aber ein paar Chips habe ich auch noch. Verknallst du den Dummsten? Der Junge gefällt mir. Ja, Junge gefällt mir. Das ist ja schon so. Diese kurze Entspannung. Ah, wieder ein Kaka-Gag. Sick blind. Sick blind gefällt mir auch sehr gut. Willst du ja irgendwas, was ich am Montag mache? Ah, jetzt kommt in der Bundesliga. Bundesliga! Katjana, wenn du jetzt so den Tisch noch siehst, kannst du noch mal aus deiner Sicht als Spielerin noch mal so einschätzen, wie sahen die Spieler für dich so aus in der Wahrnehmung? Wer kann es rocken? Wer spielt wie? Hast du eine Einschätzung? Also, ich habe die bis 18.30 Uhr das Gefühl, der macht das schon sehr, sehr gut. Und man hat halt irgendwie sobald, der kann jetzt halt, hat er die Möglichkeit, richtig geil zu bluffen, weil alle Angst vor ihm haben. Sobald er irgendwie mehr als doppelt so viel einsetzt, geht jeder raus. Obwohl man eine gute Hand hat. Das finde ich, hat er super gut gemacht. Ja, ich weiß nicht, wer... Also, Fabian ist Zweiter an Chips, Tom ist Shitleader. Aber bei Tom irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen Glückssache gewesen. Tom hat einen Lauf, ja. Der hat einfach nur so, ich weiß nicht, der scheint mir jetzt... Der geht einfach mit, der ist auch, wenn man so viele Karten hat, hat man automatisch ist man einfach viel mehr souveräner, weil man halt einfach immer viel mehr mitgehen kann und dann hat er halt einfach Glück. Also, gerade jetzt bei mir fucking mehr als... Also, das ist so viel Glück. Das stimmt. Aber er hat wirklich einen Lauf, das stimmt. Wie ist es bei euch? Was denkt ihr? Ich glaube auch Fabian. Fabian ist auch so bisher so mein Favoriter. Das ist der Silent Assassin. Das habe ich kurz zu Ben gesagt, das ist einfach Silent Ninja irgendwie. Also, was ich glaube bei Fabian definitiv, was dann nicht passieren wird, dass er so ein emotionales Loch... Ich glaube, der hat sich emotional sehr im Griff. Ja. Und er wartet auf gute Karten, er wartet, er kann die Situation gut analysieren, gegen wen ist er, mit welchen Stacks in der Hand. Ich glaube, da hat er ein Auge drauf. Der wird nicht rumballern und irgendwie auf Tilt gehen irgendwie. Der hat einen komfortablen Chip-Stack jetzt und ich glaube, der nimmt sich jetzt seine Situation und halte ich auch für den gefährlichsten gerade. Aber Tom traue ich es auch zu. Tom hat einen Lauf und mal gucken, wo der ihn hinführt. Und wenn man einen Lauf hat, Ian sei gegrüßt, wenn man einen Lauf hat, dann hört man es weiter. Aber es kann sich auch alles wieder drehen und Ian könnte gewinnen. Ja. Wir schauen uns die Hand an. Floofold. Und das Ding ist, es tut mir auch leid, ich glaube, ich stinke wie ein Esel, weil ich so schütze. Das geht noch. Ich habe Esel gesehen, die haben besser gerochen. Ich habe Esel gehabt, die ich besser gerochen habe. Verstanden. Esel gehabt, aber auch. 600. Okay, Leute, schneid jetzt raus. Hannes, race, 600. Dann bin ich raus. Tom Folt, Fabian Folt. So. Was mache ich falsch? Wir sind hier Teile spielen. Hannes. Hannes. Das machst du jedes Mal. Ja. Ja, und dann kriegst du ja immer die Blinds. Ja, aber vielleicht hat ja auch mal jemand was. Ja, hat aber halt keiner. Und eben hat jemand mitgemacht. Willst du mir jetzt sagen, wie im Pokerspiel? Du hast mich gefragt, warum du keine Mütze spielt. Oder warum du nur so wenig gewinnst. Ja, aber ich lasse doch nicht jemand reinlimpen mit einer 2-3 und da kommt dann eine 2-3 und das ist doch, also Fabius. Wir sind halt sehr, sehr tight. Oder anfangen. So, wir sind wieder drauf, gucken uns den Chipcount an. Tom führt mit 29.800. Fabian 19.200. Flo ist auch noch dicht dran mit 16.700 und für Hannes und Tobias wird es eng mit 8 und knapp 6. Gleich geht es weiter und dann könnt ihr natürlich auch wieder mitmachen. Ihr könnt natürlich auf eure Favoriten setzen. Da ist der Link, ja, da könnt ihr mitmachen und wir, genau, wir schauen mal eben, wie es steht bei den Zuschauer-Ranking. Ach, der René ist ja noch 2 noch. Guck mal. Runter. Eben die ganze Zeit geführt, aber jetzt, der Chipleader, der sieht ja bombastisch aus. Ob da noch was geht, ich bin gespannt. Wir warten auf die nächsten Hände. Die geben wir gleich aus, gehen jetzt in die Wärmung. Bis gleich. Zurück, jetzt wird es spannend. Die Spiele haben sich eine kleine Pause, also eine etwas längere Pause gegönnt. Das war, glaube ich, mal dringend notwendig. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Hammer hier gleich die nächsten 20 Minuten kreist. Also den Hammer hat der Tom ja schon wieder rausgeholt. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Er stand nur draußen, der Tom sagt, ich habe so viel Glück, ich habe so viel Glück. Ich spiele eigentlich. Ich glaube, wir gucken uns Tom mal genauer an. Tom Gäbel. Sänger, Bandleader, Entertainer und der große Bruder von Game2-Schlagerbeauftragtem Colin Gäbel. Im Gegensatz zu unserem geschätzten Kollegen hat Tom das mit der Musik wirklich drauf. Er spielt Blockflöte, Violine, Schlagzeug, Posaune, Klavier und gilt als der deutsche Frank Sinatra. Am Pokern schätzt er den Nervenkitzel und den Spaß am Spiel. Seine Lieblingshand bezeichnet er so. Ein schöner Flush, der sich erst auf dem River manifestiert. Dr. Swing, wie er von manchen Fans genannt wird, könnte sich heute als Bluffmeister entpuppen. Ein Tricksversuch, an die Kohle zu kommen. So, wir sind schon wieder drauf. Jetzt geht es schon wieder weiter. Konzentration. Wir sind auch noch eine Karte, ne? So. Oh, sorry. Jetzt bin ich bereit. Du bist so gut, kannst du noch mit einer gewähren. Ja, da hast du mir auch feines gedealt. Floorfold, Hannesfold. Call. Tom Call. Call auch. Check. Ist Tobi nicht Big Blind? Haben wir die Blinds erhöht? Fabian, das Big Blind? Schlecht. Wirklich? Warum? Das geht doch gar nicht. Ja, dann liegt der Button. Der Button lag bei mir. Ja, der ist... Ich habe diesmal nichts gemacht. Diesmal war es eben schon Dealer. Der hätte weitergehen müssen. Ne, aber dann wäre ich ja... Dann wäre ich ja Small gewesen. Ne, du warst Big Blind da vorne in der Hand, hast du gemeint. Ich weiß es nicht. Wer ist denn jetzt? Können wir nicht einfach alle Freunde sein? Ja. Auf gar keinen Fall, Alter. Dann... Fabian ist Big, okay. Dann machen wir es so... Du warst ja gerade schon zweimal. Wir machen das jetzt, wir lassen die Hände so und Tobi callt, Flo und Hannes folden. Der Rest callt und checkt, dass wir zum Flop kommen. Jo. Es ist Rülps all over again. Rülps, das Knallen-Quiz? Ich bin doch beschissen total da. Flop. Werd beschissen? Ich wurde beschissen. Ach, Alter, wer Heiden nicht schreiben kann, soll die Schnauze halten. Ich möchte nochmal betonen. Check. Tatsächlich habe ich es richtig schreiben wollen. Tom ist dran. Und Gunnar hat es ja in mir reingemacht. Regi, Tom ist dran. Gut, dann Tom. Check. Tom checkt. 800. Und dann wollte Gunnar ja die ganze Zeit noch... Fabian, Bett, 800. Tobi fold. ...einen sehr halbwitzigen Gag gemacht haben, aufzuschreiben. Tom fold. Josef Heiden oder Flair. Wollte Gunnar dann noch die ganze Zeit den Punkt abzukriegen. Aber der Gag hat auch wegen Schlechtheit einfach... Ja, das hätte ich eher verstanden. Es wurde einfach gesagt, ist nicht witzig, Freunde. Das gibt nach einem Punkt abzukriegen. So, wer ist denn jetzt Dillabutton? Ich bin jetzt Dillabutton. Das sehe ich hier an diesem Boden-Style. Das ist unser Logo. An dem Boden-Style-Logo. Jetzt wieder alles in der richtigen Reihenfolge. Alles in Buddha. Ist das alles Dillabutton oder ist das etwas, was ihr so verkauft? Das gibt es eigentlich als Anhänger. Das als Anhänger, so ein schweres Ding. Ja. Das ist eigentlich als die Hannes ausgedacht, glaube ich. Finde ich ja sehr, sehr schön und schick. Calling. Flo called. Hannes called. Tom called. Tom called. Call. Fabian called. Dann spielen wir alle. Hey, ist das das erste Mal, glaube ich. Der erste Family-Pod des Urbans. Auch wenn es nur noch fünf Spiele sind. Was für eine gestörte Familie. Der Flop. Ich muss leider so oft gucken. Das ist schlimm. Tausend. Du kannst nicht checken, ne? Ich mach dich fertig, wenn du checkst. Jetzt machen wir ein Bett, ein Haus. So, wir haben jetzt Family-Pod. Möglicherweise geht jetzt Tom auch noch rein. Vielleicht für uns mal eine gute Gelegenheit. So eine Hand wie. Tom hat ein Straight Draw, nennt man das. Ein Open Ended Straight Draw. Das heißt, jede Dame oder jede Sieben macht ihm eine Straße. Da sind natürlich ein paar schon von ihm im Umlauf. Aber wie man sieht, hat er 33 Prozent, wenn man jetzt voraussetzt, also 33 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn man jetzt beide Karten noch sehen würde. Man weiß es aber noch nicht genau. Jetzt sieht man, wie die Wahrscheinlichkeit runter auf 18 Prozent geht. So kann man sich auch als Faustregel merken. Also wenn man ein Draw hat, also sprich ein Straight Draw oder ein Flush Draw auf dem Flop, kann man damit schätzen, dass man ungefähr auf dem Flop so 30 bis 33 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit hat. Und auf dem Turn halbiert sich diese Chance meistens. Also so kann man sich das so als Faustregel merken. Ich habe mal so gelernt, dass, wenn wir jetzt bei Tom bleiben, 8, 9, 10 Bube, 4 Damen machen ihn die Straße und 4 Siebenen sind 8 Karten. Kann man sich als Faustregel merken. 8 Karten mal 2 wären... Mal 4. Mal 4 sind 32 Prozent, genau das, was du gesagt hast. Und auf dem Turn sind es dann nur noch 2, also er hat ja nur noch 16 Prozent. 16 bis 18, genau. Du hast auch relativ viel Chips da hinten, nicht? Mhm. Aber Tom ist raus. Im Gegensatz zu dir haben leider alle viel Chips. Das Lustige ist jetzt, dass Flo den Fabian tatsächlich rausgeblufft hat. Das haben wir jetzt völlig verpasst. Wahnsinn. Wie ist das denn passiert? Ich glaube, er hat mir das 5 geblufft, schlechteste Hand und Dame Bube schmeißt einfach weg. Diszipliniert davon. Vielleicht kann man es nur erklären, dass die beiden gegeneinander überhaupt noch nicht gelaufen sind. Und dass sie ihm unheimlich viel Credit geben. Das kann sein. Er hat ja die ganze Zeit keine Hände gespielt. Das kann sein. Keine Hände gespielt. Jetzt auf einmal wacht er auf. Möglicherweise hat er gedacht, Moment, irgendwas stimmt da nicht, dann schmeiße ich lieber mal sicher, als er war weg. Alles gut. Also normalerweise sollte man mit Top-Pair bis zum River versuchen, zumindest gegen ein oder zwei Gegner erstmal dabei zu bleiben, zu gucken, was passiert. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man gut ist, ist so hoch. Und wie man sieht, sind ganz viele Draw-Möglichkeiten einfach da. Und solange die Draw-Möglichkeiten sich noch nicht manifestiert haben, sollte man dabei bleiben. Draw-Möglichkeiten? Straight-Draw, Flush-Draw zum Beispiel. Also beide hatten jetzt Straight-Draws. Tom hat da einen Straight-Draw und ein Draw hat da auch einen Straight-Draw. Eine nicht komplette Hand. Genau. Eine nicht gemachte Hand. Fabian hat die gemachte Hand mit dem Paar Buben und die anderen beiden mussten noch ziehen auf eine bessere Hand. Und dementsprechend wäre es besser gewesen, noch zu schauen, was der River bringt und dann die Entscheidung zu treffen. Ja. Let's did it. Nicht let's do it. Das ist dann was wir, was wir als Humor bezeichnen. Ich check mal. Flo checkt. Bett von Tom, 1000. Oh, you got it, mate. You did it. Flo hold. You do it. Yes, I do it. You done it. Nee, das ist ja auch richtig. In Slang funktioniert es ja auch heutzutage. Oh, geil. Mein Brustloch. Das ist gut, der alte Brustloch. Nein, ich rauche nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich habe ihn gerade rüber geschoben. Gut. Jetzt mal ernsthaft, wann würden Sie uns hier rausjagen eigentlich? Oder würden wir zum Morgen spielen? Was bin ich? Ich bin der Erste, der raus muss oder was? Call? Tom called. Oder ist er auf 800? Mhm. Raze von Fabian auf 800? Tobi fold. Flo fold. Hannes fold. Come on. Come on. Hey, Leute. Tom fold. Das ist, weil du immer Raze vorm Arsch. Ich wusste, das ist jetzt komisch. Ja, ich warte nur drauf in zwei Runden. Aber Fabian hat sich auch so ein krasses Standing hier am Tisch aufgebaut, dass man das Gefühl hat, du brauchst 50 Raisen und man denkt, alles klar, fuck, ich bin weg. Ja, aber das ist auch blöd für mich. Ja, das ist auch blöd für mich. So gute Karten wie dann, das hat nichts gewonnen. Auf der anderen Seite kannst du dir auch viel erblassen dadurch. Ja, das ist auch ein bisschen das Problem, nicht? Manchmal. Und ich sehe jetzt schon den Reddit-Thread. Nee. Tobi Öscher. Das war eine Rap-Line. Ah, echt? Okay, nach dieser Hand gehen die Blacks aus. Also such dir keinen behindert, das ist okay, wir werden jetzt Mutter-Theresa als neues Image haben. Ich calle. Ja, das ist immer gut bei sowas. Das mache ich auch immer. Ich zitiere andere Leute, sage dann, dass es ein Zitat ist und frage mich selber davon. Das habe nicht ich gesagt, das hat Adolf gesagt. Tobi Folt. Das hat Adolf gesagt. Schloffold. Albert Einstein gesagt. Anders und Kold. Adolf Einstein. Adolf Einstein. Ich raise auf, ich vergesse, das liegen jetzt 200, auf 700, komm. Wahrscheinlich kommt jetzt eher ein Reddit-Thread, weil du auf Reddit-Thread geredet hast. Fabian Colt, Hannes Foltet. Shitty fuck. Shitty walk. Welcome to Shitty walk. Shitty walk. Heads up. Shitty walk. Uh, I like that. Schön die 747 gelandet, ne? Im Flop. Ach, du meinst hier wegen Boeing? Okay. Ist das auch so ein Terminus aus diesem Poker? Ist da jetzt ein 747 gelandet? Das ist da gerade eine Boeing gelandet. Weil wenn nicht, äh, dann möchte ich das hier mit für dich claimen. Die Community sich mal drum kümmern muss. Dings, Fabian, Commitment, Dingser. So, und Credits an mich. Tom Bett, 700, Fabian Folt. Raus aus dem Bett. Deswegen ist, der Tisch ist so konservativ, du könntest hier einen CDU-Stammtisch dran machen. Also, dass mir wirklich nur nicht untergekommen ist, wahrscheinlich auch zu selten. Das was mal... Okay. Also langsam wird Fabian aber ein bisschen tighter. Ne? Das ist aber... Vorsichtig. Die Sechsen wegzuschmeißen. Wir kennen die Karten, haben natürlich leicht reden. Er wird auch ein bisschen passiver vor dem Flop. Er bezahlt nur mit den Sechsen. Er hätte die auch erhöhen können. Und auf dem Flop sind Sechse halt sehr gut, weil ein gepaartes Board mit kleinen Karten ist günstig für mittlere Paare, die man auf der Hand hält. Deswegen sollte man eigentlich zumindest eine Karte noch abwarten. Man muss sich auch immer überlegen, mit was raced der Gegner. Man muss ja immer eine Range geben, also eine Karten-Range. Das sind eben Karten wie Ass-10, Ass-Bube, Ass-Dame, Ass-König, Zehn-Buben-Dame. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Tom da mit zwei hohen Karten geraced hat, ist viel größer, als er da sein höheres Pärchen hat. Und auf so einem gepaarten Board ist man dann oft eben gut und sollte zumindest eben nochmal, genau wie gerade mit dem Top-Pair, einfach nochmal eine Straße warten. Einfach nochmal ausfühlen, was passiert. Einfach den Turn nochmal angucken, wie sich dann Tom verhält. Man braucht auch mehr Informationen beim Poker. Man muss auch schauen, dass man einfach Informationen sammelt und schaut, was macht der Gegner auf der nächsten Straße, auf der nächsten Karte und so weiter. Vor allen Dingen, ja beide relativ viele Chips haben. Es hätte Fabian noch nicht wehgetan. Ja. Wir haben jetzt übrigens eine neue Blindstruktur. Wir sind jetzt bei 250 der Small Blind und 500 der Big Blind. Wir haben jetzt 250. 500. Der Big Blind, das ist das wichtige 500, ist Big Blind. Dann gehen wir doch mal auf 1000. Min-Race ist dann 1000, was Hannes auch macht. Race auf 1000 von Hannes. Ah, ich, ähm, was habe ich da jetzt? 250? Dann gehe ich mal mit. Mach einmal aus Spaß. Man muss ja auch sagen, was ja auch ihr Pokerspieler immer bedenkt, ist natürlich die Position. Und Tom hat jetzt eigentlich eine relativ ungünstige Position, weil er den Big Stack hinter sich hat auf der linken Seite, oder? Wie schätzt du das ein? Das ist ein ganz guter Punkt, also es kommt immer auch drauf an, wer hinter dir sitzt und wie viele Chips derjenige hat. Da muss man auch drauf achten. Tom ist gerade so in Spiellaune, habe ich das Gefühl. Der spielt sehr viele Hände und guckt sich mal Flops an und geht so ein bisschen irgendwie überall mit rein. Check auch. Fabian checkt. Das ist so ein klassisches Re-Race-Check von mir jetzt. Check auch. Einfach ein Fachterminus auszuhauen. Ja, da habe ich schon, was ich wollte. Check. Check auch. Mach dir auch den ganzen Abend. Zweimal Check. Re-Race-Check-Flop. Eins, fünf. Hannes, bett 1500. Ich mag das mal, wie Carsten manchmal Sachen mit so Überraschungen in der Stimme sagt. Hannes, race, eins, fünf. Und zweimal Fold. Fort geht an Hannes. Hier riecht es so ein bisschen nach Windeln. Aus meiner Richtung, ihr habt nicht mitgemacht. Aber du saßt da so wie... Wer hatte denn die Hosen voll, die ihr hergegeben habt? Ganz genau. Was ist denn hier los? Darf ich den jetzt weitergeben? Ja. Ohne, dass die Regie denn wieder vor dem Ausrasten ist. Das System ist ja noch am Ausrasten. Das kann man nicht betrügen einfach. Das ganze System ist schon. Gegen das System, oder? Voila. Voila, Bibi. Magst du mir zwei 500er vergeben? Du hast doch schön viele 500er. Sie können doch einfach den Tausender reinlegen, Herr Escher. Ich wechsle den Ihnen. Ich bin so freundlich. Glauben Sie mir. Ich kann langsam auch nicht mehr so... Ich glaube, ich gar nichts mehr. Ich glaube, ich bin so eine mega Muskelkarte in den Oberschenkel. Das ist für den... Der sofort, weißt du, das ist die Art, die ihm ist die Chippe überreicht. Ja, da weiß ich. Und schön hier bei diesen... Obwohl du das noch nicht gesehen hast. Ja, so. So gut bist du. So gut bist du. 1.000. Race of 1.000 von Flo, Hannes, Fold, Tom, Fold und zusammen. Schön 60 Kilo. Fabian, Fold. Und vier Sätze, zehn Wiederholungen. Hab da noch gesagt, ne, es geht voll gut. Und bist dann hierher mit so einem Segway. Ne, es geht. Die Blinds erfolgreich gestohlen. Danke sehr. Ne, so schlimm ist es nicht. Ist derbel langweilig eigentlich bei uns? Aber hattest du mehr Action? Naja, es sind jetzt drei Spieler raus. Könnte, ne? Ein bisschen. Blinds sind auch schon moderat. Von daher, da muss man schon ein bisschen tighter spielen. Jetzt geht es langsam los, ne? Da ist nicht mehr so viel Action wie halt davor. Das Problem ist, du kannst halt mit diesen Mini-Blinds, kannst du ja wochenlang tracken quasi und du verlierst den Action. Ja. Oder du kannst halt wochenlang folden. Mini-Blinds... Wir schauen mal eben auf den Chip-Count. Tobias muss sich ein bisschen anstrengen. Der hat nur noch zehn Big Blinds. Hannes hat eben eine gute Hand gewonnen. Er hat jetzt fast 20, also 19 Big Blinds. Und Tom und Fabian sind noch dicht beieinander, ne? Also würdest du jetzt dem Short-Stack irgendeinen Tipp auf den Weg geben? Also lange warten kann er nicht mehr, ne? Naja, er kann schon noch ein bisschen warten, aber er muss dann, wenn er eine Hand hat, muss er es ja eigentlich direkt all-in stellen, genau wie vorhin Ben eben gemacht hat. Da bleibt nicht mehr viel Möglichkeit. Tobi, Race auf 2000. Und er hat eine Hand gefunden. Floor fold. Call. Und einen Gickler. Allerdings hat er ihn jetzt natürlich so ein bisschen in den Flop reingesungen. Wenn der Tom jetzt was trifft, wäre das natürlich top für Tobias. Tobi, All-in. Mit? Ich sage mal vorher, dass Tom callen wird. Wenn es auf Ben geht, ungefähr 5000. 2000. All-in richtig mit 3000. Ja, ne? Der Rest muss rein. Eigentlich hätte er vor dem Flop schon alles reinstellen können. So hat er den Tom noch mit reingezogen. Hat ihm eine Chance gegeben, einen Ass zu treffen. Er hat immer noch die Chance, einen Ass zu treffen. Aber Tom wird wahrscheinlich callen. Tom hat so viele Chips, ihm tut das nicht weh. Er hat eine Mittelpeer getroffen. Genau. Calls. Was war? 3000. 3000, genau. Er hat call. Tom call. Jetzt kommt der Sweat. Uh. Okay, okay. Von Tobi. Völlig verschätzt. Völlig verschätzt. Aber ich denke, das Ass kommt noch. Oder das... Ja, ich bin Ass. Ja, ich bin Ass. Ja, ich bin Ass. Ja, ich bin Ass. Da gehen wir noch ins Ausfall, oder? Ja, klar. Der typische Game-O. You've been game last. Ich glaube, die 8 kommt auf den Rüder. Das bringt noch keiner was. Würde passen. Oha. Ass oder 8? Nein. Okay. Und die 4-Ener dauert nichts mehr. Schön, Tobi. Er hätte schon... Tobi gewinnt den Pott. Er hätte schon vor dem Flop-All-In gehen müssen. Ja. Sagt er selber gerade. Da wäre ich noch nicht gegangen. Ja. Ja, okay. Aber er hätte etwas Tobi. Ich habe jetzt die Ass getroffen. Auf der anderen Seite ist so natürlich das Kant. Dann hast du es richtig gemacht. Ich dachte, er hätte vielleicht Ass-König oder sowas. Du darfst nicht so denken. Weil ich kannte sein Blatt in dem Moment nicht. Ja, das stimmt. Du musst immer aus dem Ende heraus denken. Und da habe ich es falsch gemacht. Nee, habe ich auch gedacht. Am Ende kann er immer noch das Ass treffen. Und dann verlierst du mit so einer Hand. Aber habe ich dirty. Jetzt habe ich gerade richtig Kohle gelassen. Was war das jetzt? 8000 oder so? Hey, das ist vorbei. Das war ein Pokern bis da auch nicht. Nee, nee, das war ein Fünf-Faul. Oder eine zweite Acht. Oder eine zweite Acht. Ein Drilling. Das ist ein Klassik. Felix ist erstaunt. Ja, das Range-Denken hat er schon gut drauf. Als Pokerspieler musst du immer darüber nachdenken, wie die Hände deines Gegners, das komplette Spektrum deines Gegners aufgestellt ist. Und wie die beste Entscheidung gegen dieses Spektrum zu treffen ist. Mit dem König hat er selber gerade gesagt, er hätte lieber vor den Flop Ball hinstellen müssen, um ihm den Flop zu verweigern. Weil es hätte auch schief gehen können. Jetzt ist es gut gegangen. Das ist so ein Risk-to-Reward-Verhältnis, was du hast. Aber er hat ein hohes Risiko eingegangen, um das zu bekommen. Das hätte auch schief gehen können. Und er hat 30 Prozent mit einem Ass. Also ein Ass, jedes Ass gegen zwei Könige ist ein 30-Prozenter, 30-70. Das heißt, jedes dritte Mal geht das schief. Und das ist halt ein Risiko, was er eingegangen ist. Aber er hat es richtig gesagt. Eigentlich müsste er es vor dem Flop reinstellen. Für die Dynamik am Tisch, glaube ich, ganz gut. Weil jetzt gibt es hier keinen absoluten Shorty mehr. Sondern da gibt es zwei Spieler, die so bei 10.000 Chips sind. Ne, drei. Und das tut dem Spiel, glaube ich, ganz gut. Schauen wir mal. Das kann auch eine interessante Situation jetzt sein. 2.500. Tja. Macht man da. Du wärst ein richtig geiler Poker-Kommentator. Tja. Weiß ich auch nicht, ne? Ja. Muss er selber wissen. Da muss er jetzt in sich reinhören. Zahl ich. Call von Tobi. Tja. Tja. 3.500. Flo, bett 3.500. Gut. Gut gespielt. Bis dato. Flix, jetzt können wir mal rechnen. 3.500. 10.000 waren im Pod. Das heißt, er muss, er kriegt 3 zu 1 ungefähr. Ja, ein bisschen weniger. Aber ja. Jetzt rechnen wir die Outs aus. Er hat sechs Outs. Auf dem River, die zu treffen. Sechs mal zwei sind zwölf Prozent. Und ein bisschen mehr, weil doch das Ast. Ja, genau. Das Ast könnte gut sein, aber man weiß es nicht genau. Ist richtig. Man weiß aber auch zum Beispiel nicht genau, ob die Acht in Kreuz oder der König in Kreuz ein Out wären, weil damit könnte der Gegner ein Full House machen. Das muss er auch berücksichtigen. Also in diesem Fall kriegt 3 zu 1. Er bräuchte 25 Prozent, aber er hat eben nur unter 20 Prozent. Also eigentlich dann mathematisch falscher Call. Genau. Wäre ein Fold. Er foldet. Ja. Dann alles richtig gemacht. Genau. Das Ding ist, ich muss jetzt auch immer sagen, auch wenn ich jetzt mir das Spielverdämmet verhagel, immer wenn ich noch totale Adrenalin bin, mit einer guten Hand, komme ich danach in eine gute Hand. Die kommen immer alle auf einmal bei mir. Okay. Und ich kann noch nicht wieder klar denken von der letzten Hand. Wow, was für ein Pech. Zwei gute Hände. Magst du dir mal zwei Fuffis geben? In deiner Hauptsache, gib mir mal zwei, gib mir mal gleich vier Fuffis. Ich kann leider nicht wechseln. Du hast doch mit mir gesagt, ich soll das mit dir machen. Hast du das nicht groß hier angekündigt, was für cooler du bist? Ja, dann wechselt er das. Er wechselt das aus dem Pot dann. Das ist so Bad Homburg-Style. Das ist einfach nicht unser Ding. Das sind doch vier, oder? Ich bin ja nicht blöde. So, danke Tom. Du bist cooler als Carsten. Colin, ja. Schon durstig versprochen. Ja, okay. Cooler als Carsten und Colin. Weg bleiben, bitte. Ja. Bist du denn auch so ein Nerd und spielst hier Slotmisch? Wie heißt das denn nochmal? Flipper. Ah, Flipper? Nee, das tatsächlich nicht. Das sind leider nur 200. Ja, achso, wir haben ja erhöht. Sicherlich, sehr gerne. 200. Oh, sorry. Fabian und Tobi Fold. Tja. Ich würde dir auch nicht so machen. 1000, ne? Fold. Nee. Flow, Rays of 1000. Die anderen beiden Fold. Und hier sind einfach alle zu ungeil. Wir sind so zu tight, nicht? Ja, ey. Ja, ich weiß nicht, was ihr denkt, womit ihr da hinkommt. Doch die Schnauze bekommen vom Tobi, das ist... Ja, aber ich meine, wenn du mir dann morgen, wenn du neben dem Masturbieren dann mal überlegst, vielleicht guckst du dir nochmal an, wie du kurz vorm Ende versagt hast, dann wirst du sehen, dass ich immer alles richtig gemacht habe. Ja, hast du? Immer. Ja, auf jeden Fall. Mir mein Flipp beim Masturbieren angucke, wird das kein Problem sein. Natürlich mache ich immer alles richtig. Nein, natürlich nicht. Auch Gott macht Fehler. Tobi Fold. Man soll keine Masturbationspläne schmieden, bevor der Arm noch nicht zu Ende ist. Die habe ich in Wochen voraus, habe ich die doch geplant. Leute, kommt erst mal in mein Alter. Da planst du die auf jeden Fall Wochen voraus. In drei Wochen kann ich wieder... Drei Spieler. Der hat aufgefüllt gecallt. Und Fabian hat gecheckt. Mmh, I love it. Check. Colin check. Colin? Oh, hast du mich gekriegt mit diesem kleinen Witz. Fabian check. Kleiner Sidegag. Heißt das übrigens so, wenn Frauen in die falsche Lose kriegen? Sidegag. Oh, sehr gut. 1.000. Die falsche Luftruhe raus. Hannes, bett 1.000. Tom Fold, Fabian Fold. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich betten soll. Ein Hornblatt. Mir gefällt das nicht. Das geht gerade in den Berg ab hier. Ich glaube, die Bleiben müssen noch erhöht werden. Oh, cool. Die Fettsäcke da hinten sitzen, das ist einfach nur aus gerade. Ich habe gar nicht so viel. So, wir schauen uns mal den Check-Count an. Flo fast 25.000. Tom dicht dahinter. Also da ist Tobi jetzt mit 6.000 ganz short, aber trotzdem ist noch bei Blinds von 250.500 Das Ding ist ja, hier wird ja auch ohne eine sogenannte Ante gespielt. Das heißt, normalerweise bei Turnieren in der späten Phase werden von jedem Spieler pro Hand dann auch noch Chips einkassiert. Das geschieht hier nicht. Das heißt, du hast mehr Zeit. Du hast mehr Zeit, das wirklich auszusetzen. Genau wie die gerade das beschrieben haben. Weil es gibt Hände, die kosten dich nichts. Die kosten dich nichts, genau. Normalerweise musst du dann am Ende zunächst immer für jede Hand schon was zahlen, auch wenn du nicht die Blinds hast. Richtig. Ihr habt übrigens wie immer die Möglichkeiten mitzuspielen. Das funktioniert bis zum Heads-Up. Da ist eure URL. Tragt euch ein. Setzt auf euren Spieler, von dem ihr glaubt, der macht die Runde. Gibt fette Preise zu gewinnen. Und wir drücken euch die Daumen. Und da gucken wir nochmal auf die Tabelle. Boah, der Ray-Flex, der geht ja richtig ab. Wahnsinn. Bemerkenswert. Siebenstellig. Lass das mal so stehen. Achtstellig. Vielleicht hatte der Rechner nicht mehr Stellen. Und drei Folds. Das Lied von Monsters of Leader machen. Nee, mache ich nicht. Ich höre keine Musik außer Tom Gable. Wobei, Musik. Aber es ist sehr verblüffend, dass wir so viele Probleme mit dem Dealer-Button haben. Ich meine, wir haben eine lockere Runde, aber normalerweise in seriösen Runden, die Spieler kämpfen da wie tolle Hunde um den Dealer-Button. Vielleicht solltest du den managen und wir fassen den gar nicht mehr an. Der kann auch gerne einfach bei mir liegen bleiben, wenn das einfacher ist für alle. Wenn es in der Kurve ist, Fabian, passt da auf. Das habe ich schon gemerkt. Der spielt den ja heute. Ja, aber deswegen kann er sich auf nichts anderes verändern. Ich verlass mich nicht vor, Fabian. Ich passe auch auf. Dealer-Button, Dealer-Button, Dealer-Button. Aber die Regie kann es ja notfalls sagen. So, Leute, jetzt geht es wieder ab. Das sage ich euch jetzt schon mal. Hau rein hier. Was bin ich? Du bist dran. Ja, klar. UTG plus 1. 500, ach, da muss man mindestens 1000 machen, ne? Das mache ich auch. Race of 1000. Das call ich. Call von Fabian. Tobi Fold. Moritz. Re-Race of 2500. Race von Flo. 2500. Ich nehme einfach das Maul zu weit auf. Jetzt habe ich mir schon wieder Schiss in der Buchse. Ich hoffe, ihr riecht es nicht. Aber ich lasse es. Ich verknall es mir. Ich hätte aber Bock. Tom Fold. Ich hätte Bock. Ich gucke es mir an. Fabian. Fabian Gold. Weil der hat sich hier schon so einige... Heads up. Also Tom hat einen disziplinierten Fold gemacht jetzt mit Astra in Kreuz. Aber er kann tatsächlich mitgehen. Denn er kriegt einen passablen Preis. Also der Re-Race ist auf 2500. Das heißt, er muss nur 1500 nachbezahlen. Und der Pod ist bereits so groß, dass er mit einem suited Ass oft eben, genau wie wir vorhin besprochen haben, diese 30% vor dem Flop hat. Es sei denn, er spielt gegen genau Pocket Asse. Und hier in dem Fall hätte er Mitspieler gehabt. Aber es ist gut, dass er rausgegangen ist im Endeffekt. Weil jetzt hätte er nämlich dann zwei Paar gemacht und hätte vielleicht noch mehr verloren. Aber jetzt, wo wir wissen, was der Flop ist, vorher wäre es dann... Vorher ist die Entscheidung, genau wie Tobias vorhin meinte, eigentlich geht es um die Entscheidung unabhängig davon, was passiert. Den Checker fand ich gut. Deshalb sagst du ja auch immer, man muss auch vorher gucken, wie viel setzt man, damit man andere Hände zum Folden bringt, die man eigentlich nicht in der Hand haben. Ja, in dem Fall... Das fällt aus dünn. In dem Fall ist das gut, dass der Flo natürlich nur klein geraced hat und hat eben solche Hände wie Dame-Bube dabei oder eben auch mal ein Ass-3 dabei. Aber es ist auch gefährlich, es ist immer ein Tausch. Der Flop ist für Damen erstmal übel. Auf den ersten Blick. Der ist gar nicht so schlecht, wie man denkt, weil da liegen zwei Könige und statistisch gesehen haben die anderen Leute dann seltener einen König. Das heißt, mit seinen Damen bist du dann öfter gut. Also von daher ist das ein besserer Flop, als wenn der Flönig... Als wenn der Flönig, der Flop nur mit einem König kommt. Sogenannter Flönig ist ein Flop mit nur einem König. Ab jetzt heißt er Flönig. Tobi hat eine Idee, raced auf 2.000. Tobi hat eine Idee. Er kommt über die linke Flanke jetzt mit schnellen Spielern. Wie viel? 2.000. Moritz, kannst du mich mal massieren vielleicht im inneren Oberschenkel? Hannes called. Ja, bitte. Oh, nee. Oh, jetzt habe ich gar nicht abgewartet. Licht, Ben? Ja. Was hast du denn so? 50.000. Ben style. 3.000 am Part der Pätschle. Und auch hier wieder, lass schnell ausrechnen, wir haben recht. Da oben, ganz einfache Rechnung, 10 Outs, 10 Karten bringen ihm die Straße, dem Hannes. Der hat 5, 6, 7, 8 und es sind 39 Prozent, also die Rechnung passt. Ja, in dem Fall musst du aber natürlich aufpassen, du weißt ja nicht, ob die 7 oder die 8 noch gute Karten sind. Also das kann ja sein, dass der Gegner ein höheres Pärchen hat, dass die 7 oder die 8 keine Outs sind. Aber so wie wir es jetzt, wir sehen ja alle Karten, wenn wir es sehen könnten, so wie wir es hier sehen, wüssten wir, dass es 40 Prozent ungefähr sind bei 10 Outs. Bei 12 Outs. Klar, wenn ja natürlich zwei Dreiener, zwei Sechsen oder Ass 3, dann wird es natürlich weniger. Das muss man bei dieser Rechnung immer einkalkulieren. Ja, das ist richtig. ...unangenehm nah stehen bleiben und uns anstarren, nichts sagen. Oder irgendwie so hinkommen und so tun, als wäre ich mega berühmt. Und einfach nur so, hey, du bist doch der Floraten oder nicht? Ja, aber es kommt, ich muss sagen, es kommt auch immer nicht ganz so geil, wenn jemand kommt, also als Unflirt-Technik, äh, du bist doch hier der Floraten von Rocket Beans. Ja, was ist denn das? Ja, so Internetfernsehen. Oh, cool. Ich glaube, wenig Mädels kriegen sofort einen Nassen. Ich hätte auch viel witziger gefunden, wenn ich die Anstar-Nummer gefunden hätte, wenn Fabian einfach da gestanden hätte, wenn ich nur so einen Meter von seinen Fernseher geguckt hätte. Flo? Jetzt sind wir schon so weit. Ja. Ja, 1.000, ne? Achso, ich dachte, was? Grace, 1.000. Ese no es bien, no. Hannes Fold. Nee, nie. Tom Fold. Tom Jack. Tom Jack Fold. Spot geht an. It's locked. Ich habe weitergegeben schon an die. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich habe das nämlich hier im Blick. Du hast das im Blick. Weißt du was? Du kümmerst dich um den Dealer-Button bei uns. Das können wir gerne machen. Ich werde den nie wieder anfassen. Bedeutet das? Das haben so viele Frauen auch schon gesagt. Darf ich mir endlich wieder Lungenkrebs verpassen? Yes. So, liebe Freunde, gleich geht es weiter. Nochmal kurz runterkommen und dann sind wir gleich wieder hier. Bis gleich. Nochmal kurz runterkommen und dann sind wir gleich wieder Lungenkrebs verpassen. Zurück am Final Table. So sieht der Chip-Stack aus. Flo 30.000 fast, Tom 21.500, Fabian 13.500, Hannes 12.700 und Tobi steht kurz vor der ganz, ganz roten Zone mit 6 Big Blind und noch 3.250 Chips. Liebe Freunde, wir wollen jetzt richtig Action sehen. Wir wollen All-Ins sehen. Wir wollen böse Sprüche sehen. Wir wollen Ian sehen. Diese Big Blind-Erhöhung, die hat mir nicht gut getan, geistig. Ich muss mich auf der Hand gewöhnen. Tobi Fold. 1.5. Flo, raise auf 1.500, Hannes Fold. Deine aggressive Spielweise wird belohnt. Fabian Fold. Das ist etwas lästig bei diesem Dealer-Beruf, dieses ewige Mischen, wenn das so schnell geht, die Runden. Ich habe doch gerade gemischt. Jetzt folden wieder alle. Mit welcher Präzision aber auch hast du gesehen? Bist du Curling-Weltmeisterin? Ich weiß, Bobette. Das ist eine Profi-Curlerin. Wer? Ach, echt? Nein. Ich wollte gerade sagen, du kennst den Namen von einer Profi-Curlerin. So weit kommt das noch. 1.5. Flo, raise auf 1.500. Raus. Hannes Fold. Raus. Tom Fold. Fabian Fold. Das ist aber auch ein bisschen lässig, immer dieses. Pott geht an. Das stimmt, was er sagt. Der passt auch. Bitte, man kann meinem Wort vertrauen, habe ich gehört. Am kleinen Finger nagst du dich zu Tode. Ich sage ja. Ich mache mich schon leid. Ihr kennt mich nicht, ihr wisst nicht, was ich durchgemacht habe. Es ist mir schwer, Menschen zu vertrauen. Wie war das? Wenn du nicht von der Straße kommst. Ich sehe Tyler Durden eher vor mir. Wer war denn Tyler Durden? Also bitte. Come on. Tyler Durden. Ach so. Laserschelle. Ewig nicht gesehen. Doch, wobei zur Hälfte letztens wahrscheinlich auf einem Sender. Einer geilsten Filme ever. Naus. Hannes Fold. Ähm, ich bin... Call. Hat Tobi eigentlich so einen Small Blind gesetzt? Call. Der heißt ja. Tom, Call. Fabian, Call. Tobi, Fold. Tobi, du stirbst aber auch wirklich. Ich stirb langsam. Ich stirb im langsamen. Flood Option. Raised auf 2000. Raised auf 2000. Ist das ein neues Ding jetzt, Flo? Ich kann... Was soll ich machen? Ich kann es einfach mal bleiben lassen. Ja, wiederholer. Ist geil. Ich call's aber. Ich hab natürlich auch mir die Scheiße mal anguckt. Ob ihr dann irgendwie eure 7-3 trefft, aber... Klar. Kannst du jetzt machen, weil wir gecallt haben. Drei Spieler. Der wird richtig bockig. Nee, mir reicht's einfach langsam. Beide Schwitzker. Ich seh da einen Fluss dran. Und ich seh mit 7-3 ist mir gar nicht schlecht dran. Drei, fünf. Wieso die fünf? Aus. Flo, jetzt 3500. Die anderen beiden sind voll. Sehr, sehr unwitzig. Sehr unwitzig. Der wird schon wieder topfell gefoldet. Irgendwie lassen wir uns auch von ihm abnehmen. Das hat Fabian jetzt schon häufig gemacht. Rück ihn. Also ich... Ja, ich weiß nicht. Hey, bitte. Danke. Ich habe das Gefühl, er gibt dem Flo halt sehr viel Credit. Und auf so einem Wort... Ich muss eigentlich auch nichts zusagen. Das müssen wir ihm mal angucken, dieses Hämatogen. Aber man kann sich doch noch eine Karte angucken. Ja, ich gucke gerade aus seinem Chip-Stack. Also der Fabian hat... Meistens mit einem Cola. Vielleicht hat Flo erkannt, dass umso weniger Spieler am Tisch sitzen, umso besser werden die eigenen Hände. Wenn er sowas trifft, dann eigentlich auch... Kleiner Tipp am Ronde. Come on, jetzt machst du hier mit deiner Knowledge die stark, oder was? Du willst doch einen Cola haben, oder nicht? Du willst doch einen Cola haben. Würdest du das im Casino auch so machen? Frage ich mich. Da darf ich es dann nicht. Ich bin dran. So, lieber ich. So sieht es für mich aus. Hier kann ich frech sein. All in. So wird nämlich ein Shoot raus. All in. Jetzt musst du aber... Aha. Tobi ist all in mit Ass 6. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Caller es gibt da hinten. Die Big Stacks doch bitte alle. Arne called. Wir haben einen Showdown. Das ist aber sogar ein guter Call mit Dame 10 suited. Come on. Bei dir egal. Mehr kannst du in. Du musst ja auch bezahlen. Ass 6 bei Tobi. Wie gegen Dame 10 suited bei Hannes. Und Dame 10 hat noch 44%. Das ist es nämlich. Genau aus dem Grund muss er bezahlen. Weil er gegen viele bessere Hände noch gute Gewinnwahrscheinlichkeit hat. Halbiert die Wahrscheinlichkeit. 10 oder Dame hilft nur. Ne. Das war es. Tobi ist verdoppelt. Ja. Luck. Herzlichen. Herzlichen. Das kann doch nicht. Tobi gewinnt die Hand. Wir sind die Schwachen. Wir müssen zusammenhalten eigentlich. Ja, aber ich muss ja auch irgendwie meine Chips... Ja, klar. Da muss ich mit der Hand... Ja, das war okay. Flingt doch gut. Flingt doch gut, wie ihr es gespielt habt. Eindrücklich. Ordentlich. Eine Hand wäscht die andere. Das ist... Mist. Tobi, wieso wir? Das kann er echt nicht angehen. Wieso wir? Aber die hätte ich... Die Hand hätte ich gespielt, so. Was soll ich machen? Sie haben es wirklich getan. Diese verlausten Affen. Naja, gut, da... Wer ist Donnie? Oder wer ist du? Arne, du bist ja auch noch da. Wahrscheinlich sagen die in der Kabine gerade wie du das warst. Ich bin nicht big blind. Wahrscheinlich sagen die gerade, die hässlich wir alle sind. Also der Tisch ist immer noch sehr verhalten irgendwie, ne? Also so... Wenn ich zur ersten Staffel vergleiche, bang, 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 hier der Hammer und noch einen und noch einen. Das stimmt, da wurde jeder gespielt. Schmeiß mal weg, Topper und so weiter. Ja, ich bin auch verwundert. Also wenn gespielt wird, wird auch geraced, so wie es eigentlich sein sollte. Und im Endeffekt callen auch nur die Handy, die callen sollten. Also da passiert jetzt nicht allzu viel Stimmes. Aber dann wiederum sieht man jetzt solche Runden, wo sich alle beteiligen. Das hat man eben auch schon ein paar Mal gesehen, dass sich alle dann den Flop angucken. Also nach dem Flop spielen sie sehr verhalten. Das kann man wirklich festhalten. Und hier ist natürlich auch wieder vor sich gebunden. Da wird auch nicht viel Action passieren auf dem Board. Mit den Karten, die die alle haben. Hannes überlegt sich jetzt anzuspielen, aber sieht natürlich, oh, da könnte einer eine Straße haben. Der Flashtor ist draußen. Ein besserer König kann sein. Und vielleicht cheat er jetzt tatsächlich all in. Und es ist gar kein Herzenstart. Vielleicht überlegt er sich jetzt, das ganze Ding hier reinzuknallen. Zu sagen, vielleicht finde ich einen, der mit einer Herzdame bezahlt. Oder mit einem Herzass. Solche Bots sind gefährlich. Das haben wir gerade eben auch schon gesehen. Ich glaube, wenn da schon Top herweggeschmissen wird, dass hier sehr vorsichtig gespielt wird. Es geht ihm durch den Kopf, oder? Er hat wahrscheinlich auch selber ein bisschen Angst. Vielleicht denkt er sich gerade... Siehst du? Check. Ich checke auch. Tom checkt. Vielleicht war er kurz davor. Keiner will wirklich anspielen hier. Die frieren ein bei so dreimal Pick oder dreimal Herz auf dem Board. Jetzt kommt sogar noch ein Herz dazu. Bube in Herz macht straight Flasch übrigens. Hannes checkt. Check. Tom checkt. Fabian checkt. Und Assbube in Herz macht Royal Flasch. Royal Flasch. Diesmal leider kein Herz. Checkt. Hannes checkt. Checkt. Tom gewinnt mit seiner Straße. Korrekt. Ja. Die mieseste Hand fast gewinnt am Ende den Pott. Und Hannes so, mach ich nicht mal gebettet. Ja. Ist oft so. Ich erwarte nur darauf, dass ich was spiele. Oh, das ist ein super geiles Schauspieler. Tatsächlich ist da noch die Frage, ob Tom jetzt die 1.000 noch bezahlt. Tobi, fickt mich. Tobi könnte tatsächlich mit dem Bluff Erfolg haben. Ich hätte ehrlich Bock, aber ich... Ja. Ja. Fabian Fold. Hey. Aber gut, also... Tobi gewinnt den Pott. Ist so. Herr Gäbel, wenn Sie das in der Wiederholung sehen, werden Sie sich ärgern. Aber ist so, ne? Ist so. Kleine Bluffs funktionieren auf dem River, wenn das Wort angsteinflößend genug ist, genug Spieler am Start sind. Ey, du... Naja, wenn es jetzt 2 ist oder so. Ja, ich zeig's auch gerne. Hat er gezeigt? Oder zeigt er jetzt? Er zeigt. Straße. Ich dachte aber... Was? Von Herrn Escher. Ja, aber ich dachte, das ist einer. Ich dachte, irgendeiner hat doch von euch ein verdammtes Herz. Verdammt. Ja, aber dann hätte man es ja irgendwo mal angespielt oder so. Ja, aber gut. Ich hätte es vielleicht... Nee, es war genau so... Ich hätte es ganz komplett durchchecken können. Ja. Also Slowplay... Da hättest du die 1.000 noch setzen können oder Re-Race oder so. Ja, nein, ich dachte aber, du hättest jetzt... Du hast ein Herz, was weiß ich, der Herz 2 und sagst, okay, ich mach's einfach... Und ich überleg am Anfang... Dann würde ich euch ja voraus nehmen. Ich überleg noch. Nee, 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 nee. Wenn du ein schlechtes Herz hast, dann haben alle Schiss davor, dass es überhaupt kein Herz war, das war ungewöhnlich. Small Blind Victoire. Aber das hätte ich jetzt trotzdem mitgehen können. Also ich finde den Move von Tobi ja gar nicht so schlecht. Ich mag das auch. Das ist doch eine sehr, sehr gängige Strategie. Einfach mal, nachdem man alle Informationen gesammelt hat, dass alle schwach sind, auf dem River Klein anzuspielen. Und das wird man dem ja auch nicht zutrauen als Short-Stack, da 1.000, also einen großen Teil von seinem Chip-Stack da einfach als Bluff zu spielen. Also der hat ja nur noch 6.000 Chips gehabt. Ja, es ist im Endeffekt aber auch eine gute Möglichkeit, einfach sehr viel Stärke zu demonstrieren gegen so viele Gegner. So viele Gegner, so viel Herz. Und wie gesagt, jeder sagt, irgendeiner wird ja ein Herz gehabt haben. Was man auch relativ wenig sieht, ist ein Re-Bluff. Ja, also einfach zu sagen, hey, alles klar. Du hast geblufft. Ich zeig dir das Herz aus. Dazu ist die Runde aber schon so ein bisschen gemächlicher. Die sind alle schon entspannt. Und da hat keiner mehr wirklich Lust, sich mit sowas zu beschäftigen, habe ich das Gefühl. 3-Spieler. 3-Spieler. Ärger mich. 800. Fabian, bet 800. Ball. Flo Colters. Rays auf 2.5. Rays von Hannes. 2.500. Fold. Fabian, fold it. Fold auch. Flo, fold it. What geht denn, Hannes? Rays mal ein bisschen. Weg für ein Tausend. So, liebe Freunde. Jetzt werden die Blinds erhöht. Und bitte, lieber Tisch. Wir sind jetzt bei 500.000. Jetzt muss doch hier die Luzi fliegen. Hannes übrigens gerade wieder einen sehr schönen Spot erwischt zum Bluffen. Macht er öfter mal. Macht er öfter mal, der Check-Rays gerne mal. Und dann setzt man so ein kleines Race an. Auch vorm Flock haben wir schon gesehen. Ihr habt immer die Möglichkeit, noch mitzuspielen, auf eure Favoriten zu setzen und einen Preis abzustauben. Wenn er sagt, wenn er sagt, ich möchte dann doch keinen Preis haben, sondern lieber ein Dosenbeats-Ticket für die Gamescom. Wir haben 50 Stück, Jobstairs.de ist eure Adresse. Unser Partner hat nämlich 50 Tickets zur Verfügung gestellt. Ran an den Speck. Und das ist eure URL dafür. Jetzt kriegt er auch noch 1.000 Punkte. Ab geht's. Das ist doch billig. Der hat doch bestimmt nix. Dein Korlo. Dein Korlo. Und der Fröhler. Du Mauer. Pott geht an den Flo. Was sind das hier für ein Glaber? Aber ich hab dich am Anfang gar nicht so drin. Du kommst jetzt gerade so richtig. Oder hast du das gemerkt, dass du nur noch Schwachköpfe oder Idioten am Tischtenkopf hast? Vielleicht bin ich einfach ausnahmsweise mal der Nüchternste. Ja, vielleicht. Betonung liegt wirklich auch ausnahmsweise. Big Blind, Big Blind. Warte noch eine halbe Stunde, dann kommt der Zuckerschock. Nein, ich bin immun gegen Zucker. Hannes Folt. Tom Folt. Fabian Folt. Fürsinnert. Tobi Ollen. 7.000, glaube ich, ungefähr. Nope. Flo Folt. Hat er vielleicht nur 2.000 so. Geht das? Kann man lügen? Darf man nicht, ne? Ne, darf man nicht. Hast du gelogen? Nein. Das ist echt nice. Darf man? Naja, man kann ja auch sagen, dass man aus Unwissenheit, wenn man gedacht hat, wenn man... Ja, das war die Grenze so ein bisschen mit 6.000 ist die Grenze ist die Grenze, ja. Ja. Die haben ja lange keinen Song gesungen. Es ist wirklich ein bisschen... Was wollt ihr denn singen? Wollen wir einen Kanon singen? Ja? Ja. Ich kann nur nicht so viel... Das ist genau das, was die Leute hier erwarten. Das ist ja selten Punkt, dass du dir mal vorstellst, lass doch ein Kanon singen. Frère Jacques, oder wie gesagt. Daran habe ich genau auch gedacht. Das hat man wohl durch die Jahrzehnte weg in allen Schulklassen gesungen. Entschuldige mich. Der Bruder Jakob. 1.500. Folt. Leider nicht mehr möglich. Nicht mehr möglich. 2.000 müssen das sein. Was? Achso, 2.000. Tom, Rays auf 2.000. Wird auch egal. Fabian, Folt. Tobi, Folt. Das hätte man mitfilmen sollen. Richtig, richtig großartig. Wo wir gerade Tom in der Hand haben. Jeder musste ja so einen kleinen Fragebogen ausfüllen. Fragen zum Pokern. Und Toms Antwort, und das werden seine Mitspieler wahrscheinlich jetzt absolut bestätigen. Und alle, die jetzt rausgeflogen sind, auch gegen ihn. Meine Stärke beim Pokern ist, sagt nämlich Herr Gäbel, meine Unkenntnis der Wahrscheinlichkeiten. Sodass ich unwahrscheinliche Hände gewinnen kann und die Gegner damit so weißglut. Hat er schon geschafft. Hat er definitiv heute an diesem Tisch schon geschafft. Und wir warten immer noch so ein bisschen auf die Action von der ersten Show. Wo ja ständig irgendwie all in, all in, Leute flogen reihenweise vom Tisch. Das ist hier eine völlig andere Dynamik. Man sieht auch gar keine Karten bei den ganzen Jungs hier. Also die zeigen sich kaum was, ne? Es kommt nicht zum Schodern. 2000. Jetzt, Tobi, wach mit der Hand auf. Neuner. Da geht was. Hoffentlich kriegt er einen Gegner. Race 2000. Und ein Race höre ich. Tobi, Tobi, Tobi. Flo, Folt. Achso, Tobi hat geraced. Hannes, Folt. Keine Karten, Hannes, Folt. Tom, 1000 zu callen. Macht der. Ich geh mit. Jawohl. Das Ass wird gespielt. Wie kannst du noch insgesamt überhaupt? 6000 sowas machen. Nehmen wir wieder einen Flop. Anders Brei wegen. Head's up. Ist verjährt. Kann man machen. Heftig. All in. Mag ich. Tom schiebt all in. Hab ich das richtig gehört? Das hab ich jetzt auch gerade verstanden. Ich sag, man kann all in doch einfach nur mal call in. Ach, auf dem Flop. Ich dachte Preflop. Ja, easy call jetzt. Du hast nichts auf dem Tisch. Das ist dir scheißegal. Die Frage ist, ob du das Pocket-Pair hast. Jetzt wird's langweilig. Jetzt wird's langweilig. Warum lügst du? Warum lügst du einfach? Weil du jetzt hast nichts auf dem Tisch liegen. Der hat doch einen Triple-Double-Pair. Was meint der damit? Er denkt, er hat keinen Treffer. Aber er denkt, er ist nicht fertig. Also er denkt, dass Tom einen Straight-Raw hat zum Beispiel. Aber. Das ist doch in einer Stunde. Mit seinem Chip-Stack. Er kann jetzt nicht folden. Aber hättest du vielleicht gereraced? Vielleicht hast du aber so einen... Das wäre der Wahnsinn. Also, wenn er mit dem Stack jetzt foldet, dann renne ich zu ihm und gebe ihm den Hammer. Ja, das würde ich auch machen. Bin ich sofort dabei. Du hast mehr als ich auf jeden Fall. Das ist ja keine Frage. Wenn das keine... Nochmal, es ist total easy. Wir kennen die Karten. Ja, blöd zu reden. Das ist schon klar. Aber der sitzt jetzt in der Situation, Alter, mit was geht er jetzt all in? Vor allem ist das jetzt so ein Play, was ich von Tom überhaupt nicht erwartet hätte. Auf einmal stellt er einfach von vorne alles rein. Tobi. Ja, wenn du so aufhängig bist, fold. Er fold. Das zeigt dir sehr gerne, was ich hatte. Wow. Ich hatte nicht viel. Da gibt es den Hammer. Nur mal logisch dran zu gehen. Da gibt es den Hammer. Ein All-In auf dem Board. Würde er das mit einem getroffenen Set machen? Würde er das mit einem Pocket-Pair machen? Würde... Weiß ich nicht. Mit was würde er das machen? Mit Draws? Ganz abgesehen davon. Tobias ist so short. Er hat so wenig Chips. Er muss diese Situation nehmen. Er hätte bereits Preflop schon alles einbringen können. Er hätte Preflop einbringen können, Aufflop einbringen können. Irgendwann kommt der Punkt in einem Turnier, wo du so wenig Chips hast, dass du reingehen musst. Du hast keine weiteren Möglichkeiten. Weil wenn jetzt der nächste Blind zu ihm rumkommt, ist er quasi der Gnade der Karten ausgesetzt. Man muss einfach schauen, dass er irgendwas hat. Aber Neuner sind ein super starkes Blatt, wenn wir zu fünft am Tisch sitzen. Das ist im Schnitt, da wird man sich die Haare raufen, wie oft Pocket-Pocket-Neuner tatsächlich die beste Hand sind in einer Fünf-Händesituation. Also es ist fast so stark wie Pocket-Asse in einer Neun-Händesituation zum Beispiel. Ich habe dir noch gesagt was. Da sind sie schon wieder. Beziehungsweise die Unwahrheit spricht. Die Neun. Jetzt aber. Er hat es gerade selber noch gesagt. Er kriegt immer zwei Hände, wenn er gerade mit Adrenalin noch beschäftigt ist, kriegt er direkt immer zwei gute Hände ineinander. Ja. Jetzt geht er auch hin. Gute Entscheidung, jetzt alles reinzuballern. Und hoffentlich hat einer einen Ass und Callt von den Big Stacks. Richtig. Ja, Hannes. Obwohl, der hat selber nicht so viel. Schon wieder Ass fünf. 3.000, 4.000, 4.000. Ich glaube, er schmeißt weg. Hannes schmeißt weg. Okay, okay. Es kommen ja noch zwei hinter ihm. Hannes. Das ist der andere Punkt. Ich calle. Zwei oder drei. König hochbezahlt. Oh, Tom. Schon wieder. Ach nee, das war Fabian mit König. Mit König aufgewacht. Das gibt es nicht. Aber Tom ist immer auch ein bisschen geiler. Ich gehe schon mal raus. Nein, wir warten die halt natürlich ab. Warum braucht er noch nur eine Steilung kommen? Und dann kommt er her. Da kommen jetzt vier Asser in der Mitte. Moment, das ist ja gar kein König. Was ist denn? Der alte Schlipstrick. Der alte Schlipstrick? Wie geht der? Der gute alte Schlipstrick. Keine Ahnung, wie er geht. Aber der hat oft funktioniert. In der Mitte könnte noch ein Flasch liegen, nicht? Könnte da noch was. Für dich aber nicht. Nicht für dich. Aber dann wäre es nicht mehr. Dir bringt nur eine Neun was. Das wäre ein Splitport oder nicht? Und jetzt nach Carmen. Das ist ja ein Peak, das. Hast du einen Peak, ja. Ah, Peak. So, letzte Card. Das war die umgedrehte Neun. Tobi ist raus. Falsch rum, die Neun. Und ich schnapp ihn mir. Okay. Lange im tiefen Wasser gemacht. Ja. Mit deiner Mühe. Danke sehr. Komm, ich gebe dir ein Autogramm auf einen. Ist das okay? Ich bin der Nächste. Pass auf. Hast du gerade was Schönes auch? Wäre das noch? Tausender von dir da auch angezogen. Den habe ich schon rübergegeben, ja. Na ja, ich will mal nicht sagen, dass es Gold wert war, aber Gold wert war. Du, Moritz. Ja. Ah, Donny O'Sullivan. Für sich? Wie, kannst du den nicht mal eben? Small line. Big line. Sorry. So, da waren es nur noch vier, Tobi ist raus, gefrustet. Ja, es war heute nicht mein bestes Poker, sagen wir es mal so. Was hast du falsch gemacht, deine Meinung nach? Es war so, ich habe so ganz oft Anakonikovica bekommen, das hasse ich eigentlich wie die Pest, weil du nie weißt, wie du spielen sollst, sollst du rangehen. Dann habe ich zwei, dreimal bin ich nicht reingegangen und dann kommt es in so eine Negativspirale einfach, wo du denkst. Vielleicht auch die Neuner davor, wir saßen und so, eigentlich ist das jetzt eine perfekte Situation für so einen Smallstack, da reinzugehen, der hat Overpair. Da habe ich nicht mit gerechnet, ja. Man denkt dann zu viel vielleicht? Ich fange dann immer an zu denken, also wenn du am Anfang ein, zwei Mal einen Fehler machst, dann geht bei mir der Denkprozess los und ich bin so raus. Aber nicht letzter, das ist immerhin was, und ich bin der Beste Kleinste mit Abstand. Ich würde sagen, wir sehen uns in der Kommentatorenbox und gehen wieder rüber zum Tisch. Das sind drei dann, ne? Genau. So, Information, ich höre die Regie nicht mehr. Bist du bei mir? Das sind 1000. Bist du bei mir, bin ich bei dir. 2000. Zählst du einfach über den Rest oder bist du all in? Ne, ich gehe all in. Er ist okay. Hannes all in? Also was war das? 2000, 3000, 4000. Ich kann nicht so gut zählen, ne? 4000, 5000, 5500, 5000. 900, 5000, äh, 6000, 50. Mein Blatt ist nicht so geil. Hättest du mal deine Jacke anziehen sollen. Hättest du ihn denn, äh, drastisch erhöht? Ja, nicht. So geil war's dann schon, ne? Das Blatt für dich. Du musst da jetzt kaum noch was reinlegen, oder? Was solltest du denn? Ne, 6000. Achso, 6000 zusätzlich muss er noch reinlegen. Ja, okay. Ich muss jetzt hier... Für den kompletten Blurff natürlich ein bisschen viel. Get you dirty. Ja. Ne, ich bin raus. Oh, schade. Flo, fault. So. Tobi ist jetzt bei uns. Wir haben gerade schon über die erste Neunerhand kurz gesprochen, aber deine Einschätzung jetzt nochmal? Die Neuner. Die Neuner waren es. Die Neuner waren es ja, mich ins Verderben gestellt, aber ich hatte ja sowieso keine Chips mehr und die Fehler habe ich vorher gemacht, würde ich eher sagen. Die Neuner hätte ich jetzt nicht all-in gehen müssen, das stimmt. Ich hätte wahrscheinlich die Neuner vorher direkt all-in stellen sollen, das wäre leichter gewesen. Ich habe zwei, drei Mal die Leute heute falsch gelesen. Ich habe halt wirklich gedacht, dass Tom da ein Pocket-Pärchen hat, er mal... Ich habe mich auch gewundert, dass Tom auf einmal da aus dem Nichts heraus einfach direkt all-in gegangen ist, hat er bisher noch nicht gemacht. Und er hat ja die gar nicht angeguckt so und er hat aus seiner eigenen nicht mehr angeguckt, was B-Mankey mein Zeichen war, dass er irgendwas wirklich suited auf der Hand hat oder irgendwas Pocket-Pärchen ist. Gibt es eigentlich so eine Situation als Poker-Profi, wo du sagst, man kommt in so einen Rhythmus, wo man eigentlich viel zu viel denkt und durch dieses viel zu viele Denken eigentlich falsche Entscheidungen hat? Das ist oft so. Du fängst dann einfach an, deine Intuition zu überreden mit deiner Ratio. Also eigentlich ist die Intuition aber die richtige. Das heißt, wenn du denkst, deine Neuner sind gut, solltest du eigentlich auch direkt von Anfang an stark damit auftreten und dann auch damit durchziehen. Am Endeffekt, wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, man hat es richtig bei dir gemerkt, du hast dich dann so ein bisschen selber rausgequatscht quasi. Wenn du jetzt ein paar Zehner so gespielt hattest oder so. Aber hast du ihm auch nicht wirklich geglaubt. Man hat es gemerkt, du hast ihm nicht wirklich geglaubt, dass er ein paar Zehner hat. Du warst dir aber auch nicht ganz sicher. Ja, das ist schwierig. Bei mir ist es immer so, bei mir geht das Art and Lean richtig hoch, wenn ich irgendwas habe. Und wenn du dann, die Hand danach kannst du mich eigentlich immer vergessen. Aber ich hatte heute zwei, dreimal die Situation, wo ich Anacony Cover bekommen habe und dann direkt die Hand nochmal Anacony Cover. Jetzt gerade auch Neuner, direkt nochmal Neuner. Dann machst du halt die Fehler. Wem traust du jetzt den Sieg hier zu? Und wie würdest du die einzelnen Spieler, die jetzt noch da sind, so einschätzen aus deiner Sicht? Das ist schon sehr viel konservativ dabei, wenn ich das von unten so gesehen habe. Fabian ist sehr konservativ, Hannes. Also Flo Harten, der scheint immer was zu machen ab und zu wirklich. Der hat auch, glaube ich, die meisten Chips mit Abstand. Also dem traue ich es zu. Wer oft mal euch so einen Bluff gespielt hat, war wirklich der Hannes. Der Hannes hat immer mal so einen Checkrace gespielt und hat immer so mit kleinen Pärchen. Oder mit zwei ungeparten Karten einfach mal versucht zu bluffen. Das hat auch geklappt, tatsächlich. Es fehlt tatsächlich so echt so ein Ian am Tisch. Die ganze Dynamik so aufwirbelt, dass alle gefrustet sind, sich anders verhalten. Die sind alle relativ gleich in ihrer Spielweise. Also da ist jetzt keiner, der total rumballert. Es lag auch daran, dass dann irgendwie Donny auf einmal weg war. Katja, da wurde es auch sehr leise am Tisch erstmal. Dann musste sich erstmal der Tisch neu sortieren und das ist jetzt ein bisschen viel zu einer Dynamik. Wir schauen uns mal die Hand an. Mal gucken, ob Hannes damit der 8-7 die Asskönig zum Folgen bringen kann. 3.000. Flobetsch, 3.000. Jupp, Hannes folgt. Schiert. Flop. Ich muss mir jetzt das wiederholen, Hannes, weißt du, ne? Ja gut, das dauert ja ein bisschen, ne? Ich habe ja jetzt mit deinem Geld eigentlich gespielt. Ja, ich habe es ja schon fast wieder. Was habe ich denn gesagt? 5.000. Und jetzt habe ich mir schon 2.500 wiedergeholfen. Ja gut, aber nicht das Geld, was du bei mir zwischengelagert hast. Naja, nicht zwischengelagert hast. Scheiße. Doch, ganz genau. Ganz genau. Ja doch, 5.000 hast du beim letzten Mal von mir geholfen. 500 an? Nee, du bist Smallblind, glaube ich. Ja, sorry. Ich bin Big. Mr. Big. Kennt ihr noch Mr. Big? Ja klar, Sichi, Ford. Wir haben gerade, oder lass uns mal über Fabian reden. Wir sind nämlich gerade übereingekommen, dass wir uns ein bisschen gewundert haben, dass Fabian so wenig Chips hat. Der war noch vor anderthalb Stunden oder zwei Stunden Chip-Leader, massiv. Hat ganz viele Chips. Das Ding ist, er hat sich halt so eine richtig dominante Aura zwischendurch aufgebaut. Also, dass du dann auch nicht mehr gegen ihn spielen wolltest. Und dann hatte er auch das Gefühl, dass er zwei, dreimal was hatte und versucht hat, was reinzugehen. Aber dann bist du nicht mehr mitgegangen, weil du ihm halt nicht mehr vertraut hast. Ja. Und das war so ein bisschen das Problem, dass er vielleicht zu früh zu dominant war. Also, der hatte dann richtig einen Ruf weg. Oh, Flo hat Queens. Hoffentlich kriegt er auch einen Gegner. Mit Tom, 5-2. Das wird vielleicht interessant. Mal schauen. Er sagt es wirklich, because I can. Er spielt wirklich ein paar Hände jetzt, die man vielleicht besser nicht unbedingt spielen sollte. Schauspielnote 1. Sicher gibt es Resse. Check. Tom checkt. 3-5. Flo bett 3500. Slow play. Tom fold. Ich dachte, er geht mit. Hast du auch gedacht, ne? Er hat die Damen jetzt als Bluff gespielt, aber es funktioniert momentan, weil keiner Karten hat. Also, die Damen sind natürlich auf einem Board von Asskönig 9 selten gut. Ja, wenn er einen Call bekommt, ist er hinten. Das Problem ist aber, in dem Moment hat einfach keiner was. Das heißt, durch Aggression gewinnst du jetzt gerade einfach, bitte. Kann es ja auch nicht ewig sein hier. Ich meine, was arbeitest du? Wie schätzt du Tom ein? Als Gegenspieler? Der arbeitet ja so ein bisschen. Also, ich fand es ein bisschen schade, dass ich gegen Tom nicht oft gespielt habe, weil bei dem siehst du wirklich, wenn er was getroffen hat. Und der macht auch viel mit den Augen. Also, wenn du siehst, wohin er guckt und welche Karte er fixiert und sowas. Aber da achtest du sehr drauf? Da habe ich versucht, darauf zu achten so ein bisschen. Also, mit den Sonnenbrillen war das nicht so leicht und ich habe sowieso nie irgendwas getroffen. Aber er spielt, also er ist ja noch derjenige, von dem du unten das Gefühl hast, dass er noch so mal was Verrücktes macht. Also, ich habe es ja gerade gesagt, es gibt ein paar Leute, die was Verrücktes machen. Aber du hast halt wirklich unten das Gefühl, dass alle sehr konservativ spielen. Bei ihm hat man manchmal das Gefühl, okay, der hat da vielleicht noch was in der Hinterhand oder der hat da vielleicht doch was anderes gemacht. Der ist halt früh zu sehr vielen Chips gekommen und versucht jetzt damit so ein bisschen was ans Laufen zu kriegen. Klappt in vielen Fällen auch, aber in manchen Fällen... Jetzt wird es, glaube ich, schön. Es gibt eine 3-Bett von 4.000 und ein Call von Flo mit 2.000 und wir haben jetzt schon fast 10.000 Abort. 9-4 im Kreuz. Wir sind gespannt. Was war da denn los? Ja, Hannes wird der Flop nicht schmecken. Da steht fest. Always an Ace, sagt man auch. Hannesbett 4.000, Flo Fold. Hannesbett, Flo Fold. Soll ich dir was sagen? Hättest du jetzt angespielt? Ich wollte gerade sagen, das ist das, was wir letztes Mal in der Sendung auch gesehen haben. Die Leute ziehen ihre großen Paare dann trotzdem durch, obwohl es eigentlich auf einem Board von Ass... Was für eine Katze. Was mich jetzt wirklich wundert. Es ging ja Race, Re-Race, Call. Also, beide haben ja schon gesagt, ey, ich habe was Gutes. Jetzt kommt ein Flop mit einem Ass und derjenige, der Ge-Race hat, erzählt die Geschichte nicht mehr weiter. Er bleibt stehen und hat Angst. Keiner will sich die Blödsinn eingestehen irgendwie an der Stelle, dass er aufgibt. Also, er zieht einfach weiter durch, genau wie mit den Damen. Ass-König kommt das Board, du hast zwei Damen, trotzdem zieht er weiter durch. Also, ein Profi würde da vom Gas gehen normalerweise. Fast immer. Weil er genau weiß, wenn er jetzt Geld investiert, wenn er einen Call bekommt, ist er hinten. Aber da will keiner aufgeben. Da ist Ego im Spiel dann. Ja, lecken wir den Damen. Ja, lecken wir den Damen. Ja, lecken wir den Damen. Aber wenn ich als Aufforderung so als äh, alter Schwede so ein Mädchen. Ja, ja, genau. Hannes called. Tom? Äh, ich bin Dealer. Ich bin raus. An die Karten, bitte. Danke. Ich call. Tom fold. Fabian called. Ich check mal. Flo checked. Allgemein einfach viel brüllen. Viel brüllen. Ja. Also, äh... Der hat auch sehr gute Wortkreationen. Der Reißspieler? Ich hab heute noch was angeguckt noch über, ähm, was ich auch wirklich sehr interessant finde, tatsächlich, ist, äh, diese Tests von Chili Con Can und solche Geschichten. Ah, ja. Wo das Gaubensegel dann durchspült wird von irgendwelchen Geschmackswinschen. Das ist kreativ. Hat er sich noch eine Menge von mir abgeguckt, muss ich sagen. Check it. Fabian checkt. Flo checkt. Hannes checkt. Mhm. Check it. Fabian checkt. 3.500. 2.500. Okay. Flo bett. 2.500. Flo bett. 2.500. Hm. Nope. Ist er nicht gut, ey. Hannes fold. Fabian, äh, fold. Flo gewinnt den Pott. Ja, wir wissen alle, dass da nichts liegt. Hahaha. Da spielst du auch. Ja. Äh, ist das schon dein Smaller? Ne, bin ich jetzt nicht Dealer? Oder ist er gewandert? Ne, ist gerade gewandert. Okay. Tom hat doch eben groß rausposaunt, dass er der Dealer ist und nicht mitspielen will. Ja. Was ist Tom real? Ich hab hier meine In-Ears, wo mir die Odds die ganze Zeit durchgesagt werden. Das sind so Nano-Implantate. Das ist direkt im Zahnfleisch, ist der Empfänger implantiert. Ist das auch mit Cian-Cali-Kapsel? Aus. Tom fold. Call. Fabian cold. 2.500. Flo raised auf 2.500. Das kann die entscheidende Hand sein für Fabian. Das geht rein. Wobei Fabian hat er so konservativ gespielt. Ich weiß nicht, ob der jetzt mit 8-8 den letzten Move macht. Er folgt tatsächlich. Das wundert mich wirklich. Der fragt, der wundert sich auch gerade. Bitte? Jetzt hat er aber auch nur noch 2.500. Er will nicht vom Tisch. Und da trifft er. Er hätte seine 8 getroffen. Und jetzt guckt er diesen Flop an, wie er auf einmal 10-4 suited in den Prozenten nach oben schnellt. 48%. 13 out. Was ein Draw. Hannes all in. Hannes schiebt all in. Flo instant call. Wisst ihr, wie man das nennt? Das ist ein klassischer Coinflip. 50-50. Das ist eine supergeile Hand. Alter Schwede. Da würde ich gerne die Odds wissen. Die Odds? Oder die Odds? Die Odds. Oh, fuck. Straight and flush draw von Hannes. I love it. Das heißt, du würdest eine Dame hassen eine weitere. Es kommt noch eine Full House. Den ist auch in Ordnung. Ja. Das ist eine sogenannte Blank. Hannes muss schwitzen. Hat aber immer noch 32%. Trifft am Ende. Ich bin wahrscheinlich weg. Kann ich. Seat open. Wisst ihr, wie man das nennt? Also, wir haben nur noch drei Spiele am Tisch, liebe Freunde. Wir machen jetzt eine kurze Pause, reden dann mit Hannes und sind gleich wieder da. Wir schauen uns jetzt noch mal eben das Zuschauer-Ranking an. Ganz wichtig, ihr könnt ja immer noch mitspielen, bis es zum Heads-Up kommt. René Langenbacher ist wieder vorne mit 32 Millionen oder sind es schon 320 Millionen? Er ist auf alle Fälle quasi über Schip-Leader. Schip-Leader. Auf einmal. Und mitmachen gleich. Danke fürs Hier-Warn. Hier-Sein. Hier-Warn. Hier-Sein. Ist schon spät. Ich habe auch schon eine Gepi. Hannes ist da. Wir haben die letzte Hand eben. Wir haben ja die Prozentzahlen. Das ist ja super. Das war ein Coin-Flip. Mit 10-4 von Kreuz gegen... Ja, jetzt können wir nicht mehr fragen. Das hättest du geschätzt, aber 48 Prozent waren es. Echt? Ja, krass. Also war alles richtig gemacht. Reinzuschieben, überhaupt kein Fehler, oder? Ja, ich meine, Flo und ich haben uns ja die letzten Runden eigentlich nur gebattelt. Und ja, ich habe gesagt, ey, da musste ich. Also mein Stack war nicht hoch. Ja, es war auch absolut richtig aus deiner Sicht, ne? Also ja, klar. Vor dem Flop kann man die Hand wahrscheinlich entsorgen, aber... Ja, okay. Aber ich dachte mir, ich hatte schon 1.000 einbezahlt und dachte mir jetzt noch 1.5 raus, wenn da auf einmal drei Kreuze landen. Wir hören ein All-In von Flo. Jetzt bin ich mal gespannt, was Fabian macht. Der hat es ja eben schon fertiggebracht, achten zu entsorgen. Wo liegt der denn? Schmeißt er die 9 vielleicht auch noch weg? Wenn er das macht. Das glaube ich... Dann gehen wir noch mal rein, oder? Das ist dann auch dran. Also Fabian hat 9, hat nur noch 3.000 Chips ungefähr. Die beiden waren ja Blinds, Flo hat dann auf 3.000 geraced. Automat ist raus. Fabian all in. Gibt's gerade Zuschauerfragen? Ja. Hat sich jemand auf Skype zugeschaltet? Für uns genau? Ja, sauber. Ne, 2950. Aha. Aha. Ist alles klar, Regie? Machen wir einen Shoutdown? Die Neuner bei Fabian gegen As 2. Habt ihr Hannes raus? Ist der raus? Genau. Hier. Traurte ich mich zu sagen, das war ein abbrechendes Spiel. Ja, der fing dann an, immer so ein bisschen mitzuwenden und hat dann nach und nach irgendwie den Kram reingekriegt. Leg einfach ein Ass hin. Oh, gut, hilf. Ass treffe. Jetzt keine Neun, alles ist cool. Wir suchen eine Neun. Suchen wir überhaupt nicht, du parteisches Arschloch. Knapp dran vorbei. Ja, wollte ich gerade sagen. Hier ist noch eine Elf. Und da ist die Elf. Seed open. Naja. Also, Fabian ist vom Tisch. Wer hätte das am Anfang gedacht? Du? Nee, der war zwischenzeitlich so stark, aber der hat sich das aus der Hand nehmen lassen. Er hat nichts mehr gemacht. Deine Einschätzung? Absolut, ich habe auch nicht verstanden, ab welchem Zeitpunkt das so gebröckelt hat, weil am Anfang hat er so wieder aufgebaut und hat jede Entscheidung getroffen, wo ich gedacht habe, Respekt, sehr gut. Und dann am Ende hat er wirklich jede Situation, die er mitnehmen hätte können, hat er sausen lassen. Immer gefoldet, 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 gefoldet. Und am Ende jetzt muss der Neuner geben. Aber Neuner laufen heute einfach nicht. Neuner sind halt einfach nicht gut. Wir werden noch gerade den Ball. Dementsprechend jetzt für euch, liebe Leute, heißt das, dass erst mal das Zuschauer-Ranking und die Beteiligung von euch gestoppt ist. Das Spiel für euch ist vorbei. Dementsprechend gibt es natürlich jetzt auch hoffentlich einen Gewinner, den wir verkünden können. Da ist der Gewinner. Und René hat es dann doch am Ende nur auf den zweiten Platz geschafft. Glückwunsch für das große Fan-Paket. Wir prüfen natürlich, auch wir sind Technikexperten hier, wir prüfen natürlich nochmal, ob das Recht und Gesetz geschehen ist. Da sind unsere Experten schon dabei. Und jetzt, liebe Freunde, geht es direkt ins Heads-Up. Wir können uns mal ganz kurz den Chip-Count angucken. Tom hat, sag mal eben, Felix. 25.000 und Flo hat 55.000. Also ein 2-zu-1-Chip-Lied für Flo. Und das wird interessant, ob das nochmal rumzudrehen ist für Tom. Und wir holen uns jetzt eben den Kollegen, der gerade raus ist. Ich sag, chill mit Öl, ne? Tschüss. Schön weitermachen. Ich hab leider nichts gehört, aber ihr seid toffi. Danke. Ich mach mal... Ich call mal. Tom Folt. Große Geschichte hier. Du wahnsinniger Typ. Ist nach 4.000. Flo, raise nach 4.000. Okay, ich wollte dich so ein bisschen auschecken, wie du so bist. Du brauchst euch die Brille von Tobi an. Ich lass es. Tom Folt. Okay. Also wenn das so weiterläuft mit Big Blinds. So, Fabian, nicht mehr am grünen Tisch, sondern jetzt bei uns. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wo sind deine Chips auf einmal hingegommen? Du warst am Anfang Chip-Lieder und dann nur noch 3 Big Blinds. Wie kam es? Ich hab mich das selber auch die ganze Zeit gefragt in der 2. Hälfte. Ich glaub, so mein Glück hat ein bisschen aufgehört. Als Donny, Katjana und Ben raus waren, lief's auf einmal nicht mehr. Und dann hab ich, glaub ich, auch ein paar Karten ein bisschen blöd gespielt. Und je weiter man dann so in Rücklage gerät, ich mein, wenn die alle immer viel mehr Chips haben. Ich mein, Flo hat mich echt auch ein paar Mal rausgedrückt, weil ich dann keine 3.000 mehr reinschmeißen konnte. Aber so im Großen und Ganzen, ich bin eigentlich zufrieden. Zumindest die erste Hälfte lief's ganz gut. Von daher, das war schon okay. Also am Ende einfach echt auch nicht mehr so gut gespielt und auch nicht mehr so gut Karten gehabt. Eine Hand haben wir uns gefragt, das waren, glaub ich, die Achten, die du dann noch entledigt hast, obwohl du noch 4 Big Blinds hattest oder so. Was war dein Beweggrund, die noch zu falten? Naja, die waren auch richtig blöd, weil das Spiel hätte ich gewonnen dann, weil die dritte Acht dann auch da auf den Tisch kam. Ja, weiß nicht, so ein Achtelpärchen ist halt so an der Grenze. Weiß nicht. Kann man spielen, muss man aber nicht. Was würdest du sagen? Ja, also irgendwann kommst du in die Phase, wo du einfach mit jedem Pärchen auch gehen musst und dann hättest du es einfach setzen können. Das wäre völlig in Ordnung gewesen. Ich hab nur gesehen am Anfang, ich fand deine Entscheidung am Anfang echt richtig, richtig gut. Du hast, glaub ich, viele Treffer gemacht, die hast du auch gut gespielt, wie du selber auch gesagt hast. Hast dann auch die Calls gemacht, hast die Value-Bets reingekriegt, also die Leute haben bezahlt und so weiter und hast dann die Chips gemacht und dann am Ende hat man richtig gemerkt, wie du ein bisschen vorsichtiger wurdest und vorsichtiger und vorsichtiger und dann hast du dich immer mehr zurückgezogen. Wenn du da ein bisschen offensiver reingegangen wärst, ich glaub, dann hätte das funktionieren. Ja, stimmt. Ich war irgendwann über den Punkt dann drüber und dann ja auch einfach kein Glück mehr gehabt. Es ist auch hart, so lange da an dem Tisch zu hocken. Total. Das stellt man sich als Zuschauer nicht so vor, aber der Stuhl wird warm, es ist warm, man wird müde. Es ist ein Marathon. Turnier zu gewinnen ist ein Marathon, immer. Auch so ein Turnier. Das sind neun Leute und die musst du überleben. Du musst am Ende als Einziger da sitzen und das muss man immer überfahren. Also ich war mir lange Zeit übrigens total sicher, dass Tom das gewinnen wird. Ich finde aber, dass Flo, Flo war genau das Gegenteil. Flo hat in der ersten Hälfte fast gar nicht stattgefunden. Und jetzt spielt er so gut auf einmal und er macht es auch gut. Ich bin echt gespannt. Ich glaube auch, dass er gute Chancen hat zu gewinnen. Ich glaube, er hat auch, also wir sehen das ja nicht, aber er hat deutlich mehr Chips als Tom mittlerweile, oder? Wir können es uns angucken. 2 zu 1 ist der Chip-Lead von Flo. Ach so, ja. Also 55 zu 25.000. Ja, ich bin gespannt, ob Tom das Ding jetzt noch drehen kann. Wir schauen uns mal. Wir wissen auch gar nicht, wie Flo zu seinem Stack-A-Warp gekommen ist. Kannst du dich noch daran erinnern, wie er seine Chips gemacht hat? Naja, ich glaube, als er mit der Jacke irgendwann angefangen hat, da hat er ein paar ganz gute Runden gehabt und dann hat er ein paar Mal, glaube ich, auch groß abgesahnt und dann ging das. Er hat, glaube ich, viele Runden einfach gewonnen. Vielleicht nicht immer viel, aber er hat die Masse dann gemacht. Ja, ja, stetig. Felix, nochmal ganz kurz. Heads up. Ist ein echt eigenes Spiel. Da gibt es eigene Strategien. Das ist total schwierig. Ich kann es nicht. Das übersteigt meinen Horizont, ganz ehrlich. Was ist der Knackpunkt da? Aggression. Einfach pure Aggressionen. Dann gucken, wie der Gegner reagiert und sich dann anpassen. Bei vier Karten trifft kaum einer irgendwas. Das heißt, du definierst eigentlich die gewonnenen Pötte nur über Aggressionen und darüber, dass du den anderen in die Defensive zwingst. Musst du jeder Hand spielen? Am Anfang schon. Und dann eben gucken, wie der Gegner reagiert. Wenn du auch auf so ein loses Mäuschen triffst, der dann zurückballert, dann musst du dich wieder ein bisschen zurücknehmen. So ein Gängeschalten einfach, wie so Autofahren. Und da kann man aber auch tatsächlich immer mal so spielen, mal so spielen, mal so spielen und gucken. Man muss sich komplett anpassen. Es ist ein dynamisches Spiel, Heads-Up. Die Luft kann man schneiden. Also kann man tatsächlich. Kann man schneiden, ja. Aber nicht, weil es spannend ist. Du bist nur ein Small Band. Wenn du jetzt dein Geld setzen würdest, auf wen würdest du es setzen, Fabian? Wahrscheinlich auf Flo, weil es einfach so gut bei ihm läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie nochmal kippen wird. Wobei natürlich Tom hat auch noch mega viel Chips, also keine Frage. Das kann sich auch noch echt lange hinziehen. Aber gerade würde ich denken, Flo wird es gehen. Aus Spaß für die Kamera. Ja, komm. Do it. 2000. Auf 2000, ne? Auf 2000. Ja, bin ich dabei. Oh, ein Flop. Colt. Wir sehen einen Flop. Check. Ich dachte, du wolltest mal anders spielen. Tom, check. Ich spiel immer so. 4000. All in. 4.000. Tom, all in. Oh, Tom, all in. Oh. Moment. Was hab ich verpasst? Tom, tschüss. Call. Flo called. Showdown. Tom, tschüss. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Daniel Schneier hat's gedacht. Ja, doch, tatsächlich. Stark gespielt. Vielen Dank, ebenso. Du hast verdient gewonnen. Ist doch eigentlich schöner so zu gewinnen, mit der richtigen, mit der besseren Hand als... Das ist korrekt. Da können wir beide mit leben. Da kann ich absolut mit leben. Ich hab auch gerade, als du so meintest, als ich noch mal überlegt hab, weil ich dachte, okay, ich hab two pair. Was will er denn haben? Höchstens zwei Damen? Hab ich dir nicht zugetraut? Nee, dann hat er irgendwie ein starkes Paar auf der Hand. Das schlag ich. Tom, willst du zuerst so einen Punkt? Sehr gerne. Ja, hier ist sogar deutlich kühler. Ich ziehe fast das Jackett wieder an. Ja, das ist so, ne? Wow. Ein guter zweiter Platz für Tom. Du bist natürlich am Ende gegen eine Monster Hand-Two-Pair gelaufen. Das war echt unglücklich mit Top-Pair. Ich dachte auch, beim Heads-Up, da kann eine Königin schon entscheidend sein. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass er so eine Hand hat. Ich dachte wirklich auch, na gut, der wird irgendwas Höheres haben oder einfach... Ja, aber 4-10. Hätte ich dann vielleicht schon aggressiver spielen sollen vorher. Aber er hat wenigstens gewonnen und dann zu Recht, er hatte die bessere Hand, da kann ich als glücklicher Mann und nicht als gebrochener Mann hier vom Tisch gehen. Hat es dir Spaß gemacht? Also wie war das Fehling am Tisch? Ich fand das super, total viel Spaß gemacht. Wir werden noch mehr Dummzeug quatschen können. Manche sind ja auch sehr ernsthaft. Das fällt mir natürlich immer sehr schwer. Ich glaube, wenn das nächste Mal vielleicht Colin auch mitmacht, dann haben wir noch einen Deppenquatscher noch mehr am Tisch. Wir können den Gewinner auch mal zu uns. Machen wir eine Dreierrunde. Komm ran. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Damit hast du dich qualifiziert natürlich für die sechste Folge vom Final Table. Eddy ist ja schon qualifiziert, der Gewinner des ersten Teils. Ey, das war natürlich ein schönes Geschenk. Er geht all in, du Tuber. Muss man nicht mehr nachdenken, ne? Genau, zum Schluss war es easy. Ja, tatsächlich habe ich gerade gesagt, ich habe nochmal drüber nachgedacht. Als er all in sagt, habe ich nochmal kurz überlegt und gedacht, was will er denn haben? Das Einzige, was mich in dem Moment geschlagen hätte, wäre, wenn er zwei Damen auf der Hand gehabt hat, dachte ich, ist relativ unwahrscheinlich. Deswegen, ja, war es dankbar. Was uns so in der Kommentatorenbox so ein bisschen gewundert hat, auch alle anderen Spieler, die dann hinterher noch bei uns, weil die rausgeflogen sind, die haben alle gesagt, wo hast du deine Chips plötzlich her? Weil am Anfang warst du total verhalten, total unauffällig. War das deine Taktik? War es tatsächlich. Ich wollte am Anfang sehr defensiv spielen. Mir erstmal angucken, wie alle anderen spielen. Natürlich so ein paar Hände spielen, damit nicht so mega auffällt. Wie das dann bei anderen war, so dass ich nur Sachen spiel, die ich habe. Hab dann relativ früh auch schon so ein paar Hände durchgeblufft. Einfach mit wenig Geld noch, wo ich einfach mal ausprobiert habe, wie geht das denn? Verteidigen die ihre Hand oder versuchen die da irgendwie was gegen zu machen? Es hat niemand irgendwas gemacht. Und so habe ich auch meine Chips geholt. Ich habe relativ viel geblufft, wenn ich gemerkt habe, die checken alle durch. Und alle haben super konservativ gespielt. Und dadurch war es dann auch relativ einfach, weil ich wusste, Tom spielt eigentlich fast nur Hände, die gut sind. Fabian spielt fast nur gute Hände. Tobi und Hannes waren zum Schluss schon relativ low. Da war es relativ easy, auch wenn man gar nichts hatte, einfach die rauszubullien. So ein-, zweimal ist es schiefgegangen. Er verdirbt es mir gerade so richtig. Den ganzen Arm. Ich dachte immer, hau ab! Es tut mir leid, dann... Erzähl weiter, mach dir mehr vor Hände. Du warst von vornherein einfach der Geilste, der Coolste und der Beste. Nein, das möchte ich nicht sagen so. Aber ich habe halt wirklich relativ vier Hände gewonnen, die einfach nichts waren. Und dann natürlich immer mal das Glück gehabt, dass wenn jemand mitgegangen ist, dass ich tatsächlich was getroffen habe. Also war viel Glück dabei, aber ja, lief gut. Herzlichen Glückwunsch dir. Viel Spaß an einem großen Final Table. Dir viel Spaß. Fährst du im Urlaub jetzt? Nein, Beruf. Ein Beruf, alles klar. Danke, dass du da warst. War super nett. Grüß deinen Bruder. Und Felix ist auch noch da. Dem müssen wir natürlich auch noch Danke sagen. Komm ruhig gerne rein. Danke nochmal an Carsten, der unser professioneller Dealer ist. Der hat einen geilen Job gemacht. Das muss man auch immer hoch konzentriert. Das ist super, wenn man so einen Typen dabei hat. Und natürlich an unseren Partner. Der heißt JobStairs. Und da bedanken wir uns ganz besonders. Der macht die Party hier unter anderem mit möglich. Verlost auch noch 50 Dosenbeats-Tickets auf JobStairs.de. Die könnt ihr abgreifen. Dann könnt ihr zu Gamescom ordentlich Party machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine tolle Sendung. Am 9.9. geht es weiter. Dann gibt es nämlich die dritte Folge. Dann bin ich gespannt, wie die Tischdynamik dann aussieht. Wir haben jetzt zwei Sendungen gesehen. Einmal Vollalarm. Jetzt ein bisschen Verhalten mit einem doch überraschenden Sieger am Ende. Hat uns trotzdem allen Spaß gemacht. Felix, vielen Dank, dass du dabei warst. Wieder beim nächsten Mal gerne auch. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.